Ich bin zurück, ich bin zurück, ich bin zurück, mein Name. Hallo, wie ist hier, hallo? Spende, kleine Spende bitte. Oh Gott, Zabasch, Alter. Einer der wenigen, die man sich nur reinziehen kann. WB, Dankeschön. Und gleich kommt wieder eine 500 Euro Spende und dann war das auch wieder falsch. Ne, ich glaube, der Triss guckt nicht mehr vorbei. Oder soll er, soll er, soll er. Einmal reicht. Das ist unfassbar. Oh Gott. Was gab's Gutes zu essen? Nix wirkliches. Meine Schwester ist meine kleine Schwester in Düsseldorf abhängig von der Arbeit. Ich hatte aber noch ein gutes, großes, belegtes Brötchen mit Käse und Ei. Das habe ich mir jetzt reingehauen. Jetzt kurz zu viel und chill, dann gehen wir direkt rein. Haben wir heute genug schon gequatscht. Streambar noch ein Tab auf, was dir erschreckt. Es, nachher nochmal was. Hallo, Alpino. Ei, ja, ei. Erstmal den Leuten wieder zeigen, dass ich da bin. Hallo, die sollen mal wieder kommen. Wollen das hier? Oh, ich bin echt am überlegen. Gestern hat der Triss ja super reingepumpt. Genau wie der Space, man. Ich hol mir das GoXLR, oder? Ich hol mir das GoXLR. Ja. Ich glaube, ich glaube, das ist eine gute Spielerei. Ich glaube, das lohnt sich zu investieren. Allein schon für die RP, für die Effekte. Für Halle und so. GoXLR ist ein Audio-Interface. Da kannst du halt auf die Stimme so Halle stellen und allmögliche Effekte und so. Das ist eine gute Spielerei für die RP. Und da RP ja eh mein Main-Dings ist hier, das ist, glaube ich, eine sehr gute Investition. Kaum hat der feine Herr Geld, kann er sich Belag leisten. Hallo, Joshua, das tut weh im Herzen, Alter. Ich gönne jeden Einzelnen von euch alles, jeden Reichtum auf der ganzen Welt. Das tut weh, wenn du sowas sagst. Ja, aber das wäre echt nice. Ganz viele haben das, auch der Wade und so. Wir haben das letzte Mal schon richtig mit Gumm gespielt. Man kann halt so Sachen machen wie, ich bück mich in eine Mülltonne rein und dann kann ich auf einmal Halle aktivieren. Dann klingt er dazwischen in eine leere Mülltonne reinquatschen. Dafür, für so hat es das dann richtig sexy, Mann. Und Chris, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im siebten, Mann. Ich hab das erste Mal Wachteleier gekauft. Mal sehen, wie die schmecken. Hab noch nie gegessen. Dann gibt's uns mein Bierhaus gar nicht. Tinkepäckchen könnt ihr haben. Hallo Daim, hallo ICT wieder. Welcome back, welcome back. Ich glaub, das ist eine echt gute Investition. Geiz halt, warum dat denn? Hallo, du kriegst die Tinkepäckchen. Alkohol ist eh scheiße. Ja? Sag mal. Ich glaub, it huckt. Ich hab auch schon gelesen im Sektor-Discord. Äh, neues PDs da. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Bitte nicht spoilern. Und, äh, Legion Square. Also der Park wahrscheinlich. Bin mal gespannt, wie dat aussieht. Wo gibt es Hack? Den Metzger. Hallo Gangster Wingster. Kifi Kifi. Kifi. Und hallo Chris und Dankeschön nochmal. Bruh, Bruder, das werd ich nie vergessen. Wie wir in dem Kreis standen. Kannst du komplett abhaken. Goll. Ich auch nicht, Alter. Hab Hunger auf Lasagne. Boah, haben wir letztes Mal gegessen. Mann, W.O.W. Ey, jetzt kommt schon, bitte. Ich hoffe, dass bei jedem alle Keys funktioniert haben und dass alles gut ist. Aber wenn, dann krieg ich dat eh mit. Oma, weißt du, was der Dings gemacht hat? Der dein Key bekommen hat? Der ist sofort in einschlägige Discords gerannt und meinte, Kinders, ich hab jetzt auch Dragonflight. Sobald mein Höh wieder in Ordnung ist, bin ich am Start. Naja. Der Schlingel, der. Hat der ein Glück, Alter. Hallo, Too Strong. Ich hab da mal mein Tinder-Profil geändert. Steht jetzt, hab bei Curtis gewonnen, aber hab es abgelehnt, damit sich noch wer freut. Jetzt kommen die Matches von ganz allein. Das stimmt. Oh, gibt's Screenshot? Warte. Warte. Schick dir. Ja, würdest du auch ein gebrauchtes Goex herkaufen? Ich weiß, dass Max dein Setup verkauft, weil er auf Waldreise geht. Ah, boah, Bruder. Gebrauchte Elektronik ist immer so eine Sache ohne Garantie, ne? Ich hab da schon lieber die Garantie bei, falls da irgendwas nicht stimmt. Kann ja sein, dass das jetzt immer noch funktioniert, aber dass er trotzdem irgendwelche Faxen macht. Wow, muss ich erst wieder Abo? Warte mal, Tiger, was hat das nochmal gewonnen? Add-On, ne? Hattest du das Add-On gewonnen, Tiger? Wenn du das Add-On aktivierst, also den Code, kriegst du einen Monat Spielzeit gratis dazu, ne? Du musst kein Abo abschließen. Du kannst quasi einen Monat jetzt komplett kostenlos spielen. Nicht vergessen. Du musst nix payen oder so. Okay, sonst hätte ich ihn gefragt. Ah, Bruder. Ich geb den, kannst du dem sagen, ich geb den Hunderter dafür. Mehr aber auch nicht. Ne, Garantie ist schon wichtig. Ich weiß gar nicht, was das kostet, Alter. Ich guck mal, im Go XLR. Thoman. Boah, 425 Euro, Alter. Das ist so ein Monster, das Ding. Ich frag mich aber gerade. Da muss ich aber mal gucken, Alter, wie ich da mit dem DBX verbinden kann. Da brauche ich auch ein Kabel. Einen Monat, okay, das war's mit dem Job. Was gab es zum Ampfen? Nur ein großes Brötchen, wenn ich... Meine Großschwester ist meine Kleine gerade von der Arbeit abbrüllen. Und die hat die ganze Zeit Kekse unten gemacht, anstatt... Jo, Savas kann man sich geben, Alter. Sag mal nix dazu, ne? Wie geht's eigentlich Katze? Die hört man gar nicht mehr. Ja, mach mal Ausrufzeichen Katze in den Chat, Bruder. Bagira hat eine Freundin jetzt, deshalb hört man die nicht mehr. Aber... Die liegt gerade auf dem Bett und pennt. Wollt ihr nach King's Row? King's Row? Row? Was? Du meinst Skid Row? Boah, auch legendärer Track, Alter. Hier, Weinbote Boulevard, oder what? Geht easy, hab ich ja auch. Ja, aber ich hab, Juri, vom DBX, geh ich mit so einem Kabel in mein Audio-Interface, aber nicht mit GoXLR, sondern mit so... mit so einem komischen Angangstecker. Wahrscheinlich möchte ich GoXLR-Kabel dann noch kaufen. Okay. Ein Hintergrundbild. Bruder, ich weiß nicht, was du mit King's Row meinst. Ist das King's Row da? Ist das aus einem Anime, oder? Ich hab das genommen, weil das schön aussieht. Hab ja, du kommst mir alles hin, brauchst nur ein XL-Kabel. Und ich hab richtig Angst davor, Juri, wenn ich mir sowas hole, dass ich Audio wieder einstellen muss. Im Prinzip will ich alles wie jetzt haben, nur, dass ich Knöpfe drücken kann, dass ich Halle auf der Stimme hab und so. Wirst du müssen. Aber ich kann mit dem GoXLR auch so machen, dass man die Musik zum Beispiel nicht hört im Stream, ne? Ohne Probleme. Was ist Overwatch in der Map? Ach so, okay. Hey, wusste ich gar nicht. Ja, ja, Bruder. Ist absolut eine Menge Geld, Alter. Das ist super viel Geld. Aber ich glaube, es lohnt sich. Hallo Joker. Hallo an alle, die wieder da sind. Willkommen zurück. Wir labern nicht viel. Wir gehen gleich sofort. Deine Pommes, keine Sorge. Kannst du sogar was Stream next switchen? Da wollte ich sowieso, ich hab sowieso ein paar Veränderungen vor. Also auch was das RP angeht und dieses, ähm, ihr wisst schon, Alter, diesen Standard-Shit halt einfach. So mal vielleicht ein paar Tracks auf Stream Deck legen, äh, non, also Copyright-freie Sachen. Das wird irgendwie bei Trauriges EZ passiert oder so, dass ich einen traurigen Song dafür hab. So was halt. Einfach mal ein bisschen rundher gestalten. WoW-Giveaway war schon, right? War Arbeit, nichts mitbekommen. Ja, war schon, war schon, war schon. Und nochmal herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Wir erklären dir dann mal im Test, das ist einfacher. Yo. Ich muss aber, ich muss ein paar Tage noch nachdenken. Ich bin da einfach so. Große Investitionen, du hattest ne Menge Geld. Ich brauch da Seelenfrieden mit. Hallo, Schlotzo. Naja, die Oma hat ihren, ihr Add-on-Key verschenkt. An einen Studenten, der kein Geld hatte für das Add-on. Und der hat sich super gefreut. Und dann Bettkaufen stand, Mischpult. Ne. Ja, aber auch so, wenn was du wissen willst von Goexel, ist kein Thema, kann das Ding ausführen. Ja, das weiß ich, Juri. Du wärst auch der Erste, den ich fragen würde. Was hat Echo? Warte, Tiger. Hat Echo nicht bei Saber schon angefangen mit Rap? Ja, ja, der ist Saber schon damals gesigned. Aber die sind auseinandergegangen wegen Geld und Fame und so. Boah, warte mal. Wo ist der eine? Den müsst ihr noch hören. Hier. Das war mein absoluter, ist ein bisschen traurig, ein bisschen melancholisch so, aber war damals mein absoluter Lieblings-Track. Rauf und runter gehört. Hallo, Corporal. Und hallo an alle, die ich heute noch nicht begrüßt habe und welcome back an alle, die vorhin schon dabei waren. Ja, ja. Ich hoffe, da gleich was los ist, man. Sonst können wir nicht bis 0 Uhr durchziehen. Penne ich ein. So, Mamba, duft geht jetzt ja und dann gehen wir rein. Oh, Gangster, Dankeschön. Boah, dass ich halt mal sehe, dass du eingeständigst hast. Sonst hast du, glaube ich, immer ein Geschenk bekommen, oder? Dankeschön für den Prime-Sub. Im zehnten Monat. Hier, mein letztes Geld, kauf es dir einfach, Lungen-Kürtis. Dankeschön. Glühwein ist ekelhaft, Alter. Und Ochens! Ochens, Loi! Ochens, danke für den Prime-Sub. Im zwölften. Ein Jahr, Mann. Vielen lieben Dank. Hahaha. Ochens, Loi! Ochens, Loi! Werde ich auch nicht vergessen. An dem Tag kam Mojo vorbei, Alter, und hat mich gekillt hier. Wer bist du doch deines Lebens? Guter Trick. Und Opa, vielen lieben Dank für die Wiese am fünften Monat. Hallo! Stimmt, den Piratenpommes, ja. Und Mila hat auch komplett auseinandergenommen. So, dann haben wir WoW auch hinter uns. Das nächste wäre dann die Überlegung wegen Grant. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Wir haben ja schon drüber gequatscht. Wir werden auf jeden Fall nochmal drüber quatschen. Und dann werde ich, glaube ich, meine Entscheidung treffen. Oder ich habe es nicht so mit subben, deshalb kriege ich meistens giftet. Ey, ey, Bruder, das ist, alles ist fein, Junge, alles fein. Ich, äh, wenn ich baite, ist das wirklich nur vor so Lulz oder irgendein Shit. Hier muss sich keiner gezwungen fühlen. Irgendwie zu subben oder sonst irgendwas. Reicht, wenn die Leute im Chat teilnehmen. Komplett aus. Ich baite auch. Blue Raspberry, Parry, 94, Dankeschön für den Primes ab im zehnten Monat. Dankeschön für den Support. Einfach Aberfall. Das ist eine Lüge. Was sehe ich an den Zahlen, dass die Leute nicht in der Aberfalle sind. Boah, ich bin so gespannt auf das PD. Aber ist der das aus Liberty, den er importiert? Aber ich habe auf einem Screenshot gesehen, dass der Park und so gemacht wurde. Und auf den anderen Park bin ich gespannt. Das wäre ja meine absolute Traumvorstellung, ne, dass ein Juri auf Sektor mit dabei wäre. Ich glaube, oh mein Gott, das wäre so insane, Alter. Oh, das wäre so nice. Wenn ich allein an die Werbetafeln denke und so, warte mal, oh mein Gott. in der Rage hier bin ich raus. Ja, stimmt. Wegen den gelagten Sachen und so. Aber die Vorstellung ist trotzdem wunderschön. Bodo, Hugo, vielen lieben Dank für fünf gifte Zaps, Mann. Dankeschön. Ich hoffe, dass die Leute sich auch bedanken für den Zap, die einen bekommen haben. Dankeschön, Bodo. Danke, danke, danke. Danke, 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 Das wäre aber trotzdem meine Traumvorstellung. Juri noch als Dings bei Sektor mit dabei und Stay und ich würde eine Advisorrolle in Anspruch nehmen. So eine, dass man sich zusammensetzt und mal drüber redet, inwiefern man vielleicht etwas verändern könnte zu Positiven, das wäre ein Traum. Ohne selber aktiv irgendwie daran teilzunehmen. Einfach nur so wie so Beraterdings, wie so ein Gremium oder sowas. Dann wäre ich wunschlos glücklich. Hallo Sir Chronics. Ne, ich bleib bei MPC-Verkehr. Ohne ist einfach langweilig. Genauso die Baustelle bei dir zu sehen ist immer weird. Welche Baustellenummer? Achso, bei der Map, ja, die ist ja jetzt weg, da ist jetzt das neue PD, Juri. Da hat der BitDevil alles abgerissen und das PD hingebaut. Das Liberty City Gebäude, was die damals schon in der letzten Season hatten. Ich bin gespannt, wie das aussieht, Alter. Und drumherum halt hinten noch so ein Park und so ein großer Parkplatz und alles. Bin gespannt, wie sich das verhält, weil das ja jetzt noch näher an Bennys dran ist. Und quasi die gleiche, ah, doch ein Stückchen weg vom Park wieder. Bin ich mal gespannt. So. Musik kann direkt ausbleiben. Jo, die geht an. Ja. Wann kommt die eure MD-Kleidung? Das habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Ich muss nachher noch die IDs aussuchen. Dann schicke ich da Joe und dann, wenn Joe Zeit hat und Bock hat. Aber das sind nur Texturen. Das dürfte nicht so lange dauern. Aber dann, wenn die Bock drauf haben. Ganz einfach. Liberty City ich darf es doch mittlerweile seitens Rucksack verboten auf GTA 5 zu ziehen. Äh. Das kann sein, dass das ein Custom-Gebäude ist, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bisher wurde nicht mein Server. Die machen das schon die Jungs. Die Männer. Weitere dich einfach nur. Du und dein RP. Dankeschön, Bodo. Vielen Dank. Das ist immer schön zu lesen, sowas. Ist das dein eigener RP-Servor? Okay, 500 MB im Grunderladen. Willkommen back. Dankeschön. Und hallo, Rentner. FIFA Packs, FIFA Packs. Genix Carry. Machen wir lieber Werbung. Wofür bezahle ich dich eigentlich? Ach, fuck. Ich hatte Steam nicht an. Hallo, Renum. Kann das sein, die beim Discord die Schriftart geändert haben? Die finde ich ziemlich sexy. Ruhig ist unangenehm. Amni, ne? Finde ich richtig gut. Was bitte? Will man gefolgt wie im Red Dead Redemption? Nee. Falls dann ein Sektor Red Dead Redemption Server rauskommt wird, dann werde ich das schon mitbekommen. Und da würde ich ja Instant joinen. Hallo, Rage MP. Bitte starte. I promise. Bisschen clean, aber clean ist gut. Minimalistisch ist immer gut. Wie cool ist das bitte? Und Dodo, danke schön für die Primes ab im 14. Ach komm, wen soll ich sonst das Ding in die Rache schieben? Mach was draus. Oha. Dankeschön. So, dann muss ich... Das hier kann ich ausblenden. Das wieder zurück. Oma hat schon... Dankeschön, Oma. Oh, bitte keine Crashers oder so. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Und wer die neue Katze sehen will, Ausrufezeichen Katzenchat. Da ist jetzt ein Bild von Diva dabei. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Bevor ich wieder Ärger kriege, weil ich hier keine Katzenbilder poste. Ey, what the dog doing? Okay. Wie ist das jetzt sofort, Brodo? Im Moment. Okay. Okay, wieder was Neues gelernt. Wenn TeamSpeak nicht funktioniert, möchte ich nur TeamSpeak restarten. Grant würde ich im Spiel betrieben, wenn du deine Community-Familie erstellst, bin du auf Server 1 und spiele auch so RP, aber so wie du das ausspielst, habe ich noch nie erlebt. Aber selbst kann ich das nicht so. Wenn ich hingehe, gehe ich auf Server 2. Das wird mir empfohlen von diesem Typen von Grant selber, weil auf Server 1 sehr viel Cambo ist. Ich habe heute gesagt, dass ich eher so der RP-Spieler bin. Aber jo, kann jeder, kann jeder kommen. Und? Gitu? Nichts Neues? Auf Server 3 ist Wallo und Kurbeln, wenn du nochmal auf die Treffen möchtest. Ich will ungern als Geisel enden, sag ich ehrlich. Mal schmuse Busti! Hallo! Bist du? Uhu. Äh. Nein, nix, Uhu. Ich, äh. Ich bin unterwegs. Mit wem? Und du? Wo bist denn du? Na, zu Hause. Ja, ich komme. Mit wem bist du unterwegs? Alleine. Warum Kisch hast du so? Weil ich dumm bin. Du kennst das. Ich bin unterwegs. Oh, nee. Okay. Okay. Hallo? Picnischpanzer Hi Pupsi Schmuzi Hallo Guck mal, ich habe mir einen Anzug gekauft Jake Jake Ich habe dich tätowiert auf meiner Brust Echt? Mhm Wie du einem drecklichen Joinn siehst Cool Geht's dir gut? Ja Oh mein Gott, du wirst schon beschwindelig Ich darf nicht so laut lachen Hättest du dich heute nur kurz, ne? Jo Ich habe dir eine Mengen zu zählen Jo Jo Bist du Aufnahmefing? Ja, hau raus, Mann Mann, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll Ja, komm, sag an, lass in den Garten gehen Kai Wir haben hier gar keine Gartenmöbel vergessen Müsstest du mich nur kaufen Du musst kaufen Ich muss kaufen Ja, nun denn Oh, ach ja Ja, dann erzähl ich Ich muss nichts essen Der Manni war gestern nur im Bäcker Ja? Manni, der ist Mammut, der vom PD, der hier Der vom Partycaching Dienst Genau Ja Und Der hat mit Dr. Chicken gequatscht Und Dr. Chicken könnte es ja anscheinend nicht gut ausdrücken Blablabla, egal Der wollte abhauen Dann hab ich dem Tschüss gesagt Dann kam der zu mir Dann hab ich mit dem gequatscht Dann hab ich dem die nackten Eier auf den Tisch gelegt und dem gesagt Was ab geht zwischen den Krankenhäusern Oh mein Gott Pass auf Dann wollt ihr nochmal quatschen und dann Too long to eat Die Wahrscheinlichkeit ist super hoch dass wir vom Bäcker immer ein Team im neuen PD haben um da die Polizisten zu verarsten und die Leute die die Leute die Straftaten begangen haben und seinen Quatsch alles und seinen Quatsch alles Wir sind quasi Combat Medics des PDs so Polizisten Lol Ja Und Und dadurch haben wir dann eine Zweigstelle in den Stadt Wird aber jemand überhaupt nicht glücklich sein Oh mein Gott Du bist am sabbern glaube ich Ja Das mach ich immer Und dann haben wir eine Zweigstelle im PD unten Na Und Und Ich war gestern bei Looney bei der Bar hab ein Funsinn gelegt von uns Ja Aber du musst auch nur eine So als Zeichen Zeichen Recepter Ich weiß nicht So tote Menschen und ich wir harmonieren nicht gut Na aber Zeichen des Respekt so Ich hab Respekt Aber wir harmonieren einfach nicht gut Die Toten schimpfen mich immer Hör mir zu Mädchen Ja Wenn wir jetzt zum Bake-Up fahren um nochmal mit den anderen zu quatschen Können wir das auch kurz anhalten Dann wirfst du kurz die Blumen aus dem Fenster und fangen weiter Okay Was war noch? Genau ich hab Pinse gestern eine Ansage gemacht Ja So wie in Agro Berlin Ja sowas ähnliches Okay War super emotional Aber ich hab ihm gesagt Du machst deinen Job nur und Machst keinen Zeit und so Ja Dann hat er von seinem Kollegen auch Fresse bekommen dafür Von seinem Polizeikollegen Ja Der hat mich auch angerufen und ich hab grad zugerufen Aber ich hab aufgelegt Weil du schüchtern bist? Nee weil ich erstmal mit dir quatschen wollte Achso Jetzt ruf ich den nur mal an Und frag was du willst Ja 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 New phone, Woodies Ja reden sie ruhig weiter New phone, Woodies Alter, ich hab was für dich New phone, Woodies Was? New phone, Woodies Woodies? New phone, Woodies Ich spreche kein Deutsch Ich hab keinen Plan, was sie sagen New phone, Woodies Und so the side of the cell phone New phone Du dumm, der Smartfucker Alter, bei Smartfucker Wir haben das nur vor Ich will dich gleich mal Pennafone, du Warum? Hast du schon mitbekommen? Ja, das neue Park Und wir haben neues LPD Nö, das andere Das andere Ja Ja Es kann sein, dass Mila und ich bald Mit dem Banker Dass wir quasi Arbeitskollegen werden Wer? Ja Ja, das Banker kriegt wahrscheinlich Eine Station im neuen PD Ja Und dann arbeiten wir da Oho Damit wir eine Zweigstelle haben In der Stadt Weil das Sandwich schon wieder geweint hat Oh Damit wir wieder mehr Zeit miteinander verbringen Und nicht in der Stadt erleben Ja, guck mal was alles passieren muss Damit wir überhaupt mal Zeit wieder alle verbringen Wir haben mal Zeit wieder verbringen, oder? Da kam der Manni und musste den Hammer schwingen Der Manni Genau Der Manni, Mila Der Manni Der hat seinen Cock richtig gestern rausgeholt Deinen Cock vorausgeholt Hat er einen großen? Der hat einen super großen Der hat einen super großen Aber der hat auch eine Narbe 3 cm Narbe am Guck Der hat arme Huhn Was hast du für uns? Was wolltest du uns schenken? Ich hab was für dich Warum? Was denn? Was denn? Als wir gut machen Jo, dann komm mir aber mal mit einem super Schlitten ein Sag ich dir aber Was? 50.000 Dollar können uns Tränen trocknen Alter, weißt du, dass ich voll blank bin? Du hast dir vor kurzem erst ein neues Auto gekauft, du Wichser Ja, jetzt rate mal, warum ich blank bin Na, weil du dir ein neues Auto gekauft hast, du Wichser? Ja, ist ja so Und wo steht das Auto immer? Steht nie vor der Haustür Ne, das ist immer in den Park eingebaut Ah, naja, ist okay Ist okay Katja, ich mach das wieder gut Weißt du was du denkst? Ja Was du mir wieder gut machen musst, ne? Überzeug mal Mila Überzeug mal Mila Nein, bei euch Ja Ihr seid für mich eine Person Ihr seid wie ein Centau Ne, das mein ich nicht Vorne gehörte ich hinten Mila Ich weiß schon, dass du uns meinst Aber Mila ist schlimmer zu überzeugen als ich Ich sag's dir, wo ich sag's Ja Sie hat schon wieder Ferngastel in der Hand Sie guckt schon wieder Oh nein Habt ihr schon Schüsse für Neu-Peddy? Nein Noch nicht Aber man kann schon dahin Ja Ja Dann Und was ist noch? Wo, wo wird noch abgerissen alles? Ähm Oh mein Gott Na, naja, der Park und das Pedi Also Park, Weihnachtsmarkt? Park, Pedi Ähm, und dann Bist du im Dienst? Ähm Tag ihm Ich bin gar nicht fertig Äh Kattes, guck mal in Vespucci Was ist Pucci? Bei Vespucci Auf meinen Kappkarte? ungefähr bei 5011 5011? Ja Da hat ein neuer Laden aufgemacht Ja Ich glaub der verkauft Fahrräder Den kennt Den kennt schon Okay Also ich hab's von außen gesehen Ich war noch nicht drin Hat schon ein Grand Opening? Ja Kann man da was Cruise kaufen? Noch nicht, ich weiß ja nicht genau Aber den müssen wir im Auge behalten Im Außen hab ich schon gesehen Ja Bist du im Dienst? Ähm Also im Fahrtraining mit John Duke Im Fahrtraining? Ja, ähm Am Highway ganz Weiß nicht Kannst du John Duke fahren, ob er zum Park kommt Dann gucken wir uns den auch an Ähm Wenn das Fahrtraining vorbei ist werde ich dich anrufen, okay? Okay Dann später Ja, dein Ich schiebe Wir, wir, wir Wir geben nichts mehr auf Worte, Pinsel Lass Taten sprechen Wir geben nichts mehr auf Worte Okay Deine Worte sind Wie die Pupse von Pips the Magic Dragon Nix wert Kennst du den? Ich kenn den auch Nila hat mir den gezeigt Der ist geil, hast du gesehen? Lass Taten sprechen Klapp dich 3 Pounds Lass, lass Taten sprechen Ja, weiß ja Wir sind immer noch Teufelsdreher Ja In dem Sumpf, in dem wir stecken Ja Können wir immer noch Können wir immer noch für die Polizei benutzen Ja Anstatt in die Kriminalität abzudürfen Ja Ja Okay, ich rufe dich dann gleich wieder an Ja, hallo too Bis dann Mila, der Park Wir müssen zum Park Okay Komm, nimm deinen Ferngast weg Aber erstmal ist dir nichts mit mir aufgefallen? Hm Doch, du hast schöne Haare wieder Ja Jetzt ist der aufgefallen Oh mein Gott Danke. Kein Problem. Komm, fahren im Park. Erstmal hinknien, bevor man einsteigen kann. Ah, das ist wichtig. Und wichtig. Wem gehört denn das Fahrradach? Meins. Warum steht das auf der Straße? Weiß nicht. Hey, Teefrosch immer, Mann, immer. Äh, Pasko? Dankeschön für die Wurst, aber im sechsten Monat. Oh, apropos Geschenk. Mit Tänkepäckchen. Wir haben einen 20% Tannen-Nuts-Gutschein bekommen und boomen. Von wem? Weiß nicht, waffere Tür. Denk dran, wir müssen dem Nachbarn nur was kaufen, ne? Können wir gleich auch machen. Nö. Wollt du hoch? Ja. Oh, nicht so schnell. Guck mal hier, ganze Baustelle weg. Nur ein Baustelle? Mhm. Oh. Guck mal, da eine Brücke. Wo geht das aber rein, hier? Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin ein Schwein. Da, irgendwo die Pflöne. Hier muss doch irgendwo ein Eingang sein. Da, um der Ecke. Und ein Zweigang. Um der Ecke. Oh, ja. Boah, das sieht aus wie ein Dings in Newark. Newark. Newark? Newark. Der, ähm, der Dings, der Großpark. Centerpark. Das haben die alles mir gemacht. Ja. Was dann? Puppel. Das ist ein Wunderwald. Boah, guck mal, mein Popel. Nö. Michael, das ist ein Wunderwald. Schon gut, ich esse den. Mach das nicht. Mach das nicht. Hm, cremig. Das ist ein Wunderwald. Hier kannst du deine Bücher verlösen. Guck, mein Arter. Äh, F-Best sind gut. Merkt nix. Ich lese mein Bücher vor. Boah, gucken. Boah. Boah, wir gucken schon. Das ist eine Pau. Und, blöde, wir waren als erster hier. Oh, guck mal hier. Serbian dead guy stole all my money, please help. Er hat ihm Geld gelassen. Boah. Boah. Hm. Komm weiter. Aber mein Geld. Nee, das ist nur links. Oh. Hier kann man sich vorverstecken. Oh, guck mal, der Pfohlene. Ein Pennefeuer. Da ist bestimmt Woi. Ich mag Pennefeuer. Boah, was hab ich... Woi. Woi, bist du es? Oh, was geht, Mann? Wir haben das Feuer gesehen. Und ich hab gesagt, boah, der ist bestimmt Woi. Und jetzt sitzt du hier. Aber, es geht, Mann. Das ist ein Wunderwald, ne? Das ist der Pennerpark. Pennerpark? Das ist doch schön, Mann. Guck mal, wie viele Büsche, die wir hierhin verstecken können. Und Leute abziehen, wenn die mit Hand in Hand abziehen. Wenn die cringen, ne? Ja, genau, cringen. Das Wort hab ich gesucht, ja. Boah, was machst du nur hier alleine? Boah, ich warte mal, bis sich irgendwelche Leute bei mir melden. Entschuldigung, dass ich gestern kreischen musste. Hier können wir perfekt umknutschen. Ja, das ist kein Problem, Mann. Ich war gestern eh müde. Könnt ihr ruhig rumknutschen. Das können wir hier, Milder. Umknutschen, Mann. Ja. Da vorne ist die brunkelnde Liebe. Da hängt man so Schlösser auf. Und da wird gebumst. Ja, unten drunter, aber. Nice, Digga. Du hast einen... Du willst einen Mike? Oh, Billy, Mann. Ne, das ist Billy auch. Ja, aber schmuckelig hier. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ihr habt uns doch eben im Umziehen gehört. Das ist ja auch vom Boulevard weg, Mann. In die Waschstraße. Wann heute? Ja, ne, weiß ich nicht. Aber was ist, wenn wir einfach hier hinziehen, Mann? Können wir auch machen. Hier ist nicht so weit bis zur Arbeit. Ja, Mann. Okay. Oder, Mann, wir übernehmen die Waschstraße in Westside, in der Asia-Tagenstelle. Aber dann haben wir Ärger. Ach, das hat aber auch viel mit Schimmel zu tun, ne? Ist überall falsch da. Boah, lass doch einen richtigen Panerpark-Ehrers machen. Wir brauchen brennende Tonnen, Mann. Unsere eigene Spielpartie. Ja, Mann. Oh, wollt ihr hier eine Hood aufmachen, oder was? Brennende Tonnen mit Hoodies und so? Mach den Müllachse. Was? Ja, aber du musst noch Form annehmen, Leute. Du musst ein bisschen mehr sagen. Verbrein die Hexe. Verbrein die Hexe. Verbrein die Hexe. Milo, wohlruf dich. Was? Ja, bitte? Ich habe eine Frage, Mann. Kennst du dich mit so mystischen Göttern aus und so? Ja, stimmt. Achla Pan, Milo. Ah, Mann, kennst du raschen hier, Jo? Achla Pan ist mein Meister. Nee, hört zu. Du hast schon mal was von Raschnir gehört. Genau, der Tempel von Raschnir. Raschnir? Warum bin ich jetzt gelandet? Aber ich bin gleich bei dir, Billi, Mann. Setz dich ruhig. Habe ich bestimmt mal gehört. Oh, der Gott des Unheils und des Pechsmann und so ein Shit. Oh. Ich glaube, ist der verwandt gewesen mit Aschapar? Ich glaube, das ist dein Vater. Ich glaube, das könnte vielleicht sein, das Aschapar sein Untertaner ist. Und jetzt pass genau auf, Milo, was Wolde sagt. Mhm. Wo wir jetzt gerade wohnen, also abhängen, ne? Mhm. Das auch Wolde erzählen. Ja, Mann. Ich habe herausgefunden, Hitman, dass das gar kein Restaurant ist, sondern ein Tempel. Der Tempel des Raschnirs, Jo? Wir sind da oben beim Tempel von Raschnir. Ja, Mann. Und da ist auch so eine geheime Inschrift in die Wand eingeritzt. Mhm. Es ist kein Wundermann oder es ist kein Geheimnis, dass die Frau gestorben ist bei dem, was sie wusste. Mhm. Also ertränkt, ertränkt. Ertränkt. Kaum. Die Frau wurde ertränkt. Mhm. Das musst du nachher lesen, Milo. Okay, ich kann lesen. Du musst gucken, ob wir verfrucht sind. Du kennst dich da mal da aus. Ja, Mann. Und ob wir jemanden opfern müssen. Und wenn ja, wir haben direkt einen Priester. Ja, Luis. Ja, Luis wird geopfert. Und Luis wird geopfert? Ja, Billy, ist alles alles. Nee, nee, nee. Ist schon echt, Mann. Aber ist kein Problem, Billy. Klappe kurz. Lass mich auch mal auf die Swingerschaukel. Boah. Also wie gesagt, man kannst du, und Curtis hat gemeint, du bist da Experte drin in Mythologie und so. Ich habe mit Aschlappar zu tun. Ich bin damit groß geworden. Ja. Aschlappar. Also vielleicht, ich meine, wir haben noch gar keinen so richtigen Sektenpenner, Mann. Mila, jo. Bittest du vielleicht, wir sind alle gläubig. Alle Penner sind gläubig. Ja. Aber wir müssen noch an etwas glauben, jo. Aschlappar ist super. Ein super Gaube. Er ist der Dämon der Heiligen, der Heiligen, der nicht, der eigentlich unheilig. Er bringt unheil über Gebäude und zerstört diese und all jene, die in ihm beiwohnen. Ja. Inne wohnen. Inne wohnen. Ja. Alter, das kostet zwei Dollar Benutzungsgebühr, wenn du dir einen scheiß Klappstuhl aus meinem Einkaufswagen holst. Scheiße, Roy, du kriegst fünf, okay? Ich soll doch ruhig sein. Ja, trotzdem, Mann. Du kannst doch nicht einfach fremdes Zeug benutzen. Ich wollte euch nicht dazwischen quatschen, es schien mir wichtig hier. Mila, du musst nachher gucken, okay? Ich kann gucken, was da steht. Du musst das segnen und gucken, ob wir verfrucht sind. Ja, Mann. Oh, ich kann nicht segnen. Und ob wir jemanden opfern müssen, das ist wirklich wichtig. Ich muss wissen, ob wir jemanden opfern müssen. Nicht so, dass ich das will, aber... Nein, wir haben doch... Wir können jemanden opfern, können wir immer. Dann lass uns Laser opfern. Wer ist Laser? Nein, der Juntan. Ich mag Luis. Ich mag Johnny. Ich mag Luis auch. Dann nehmen wir den Hangern-Penner. Nehmen wir doch diesen ein, der nicht... Welcher Penner? Der, der mit niemandem redet, außer mit Dings. Genau, Johnny Mike. Mini-Me. Genau, Mini-Me. Wir opfern Johnny Mike. Wer braucht schon jemanden, der nicht mit uns redet? Jetzt komm schon. Das Problem ist, wenn du Johnny Mike opferst, jo. Ja. Jeder, ich kenn keinen Gott, man den behält, jo. Ich schmeiß den grad wieder zurück. Na, dann suchen wir uns einfach jemanden, den wir opfern. Was ist mit Pinsel? Oh, ich muss ganz dringend auf ein Business-Meeting dann mal. Hey, Billy Nehmann, du bist so wichtig, jo. Okay, geil, geil, geil. Geile Aussage. Statement finde ich gut. Ja, ja, ja. Kennt ihr, Billy Mann, das von VNet Shopping? Ja, ich bin der eine meiner Allgemeinberater da, ganz genau, ja. Schön, euch kennenzulernen. Auch, ja. Ich bin ein Business-Einkrieg. Ich bin ein Tütchen und das ist auch Tütchen. Ich bin auch Tütchen. Ich bin das Zähnchen-Tütchen. Ja, korrekt, Roy. Also Tütchen und Tütchen, ja? Ja. Und ihr seid beide prall gefüllt, oder was? Ich merke schon, ihr habt Feuer, finde ich geil. Roy hängt da nur mit coolen Typen rum. Ich hab einen Nicki Minaj-Arsch. Ja, zeig ihm. Guck. Hier zum Vergleich. Scheiße. Zum Vergleich mal. Guck mal. Ja, das ist schon, also, da gibt's einen Gewinner, ne? Guck ganz genau hin. Guck genau hin zum Vergleich. Ja, also, nicht, dass ihr jetzt zu viel seht. Ich muss da auch immer ein bisschen auf mein Beikleid achten, ne? Aber sieht schon, das ist eindrucksvoll. Boah, warte mal. Vielleicht kriegen wir eine Bewertung. Äh, Officer, wir hätten vielleicht ganz kurz Zeit. Es ist nicht so, wie es aussieht. Es ist nicht so, wie es aussieht. Also, ganz kurz ist es natürlich nicht so, wie es aussieht. Aber wir machen hier eine kleine Marktanalyse. Säten Sie ganz kurz Zeit? Ja, illegalized. Ruf der Dienst, oder was? Ja, nee, klar. Sie sind ja auch nur fünf Officers im Park, ne? Hallo. Da ist natürlich keine Zeit. Verstehe. Ey, ist hier jetzt auch ein See? Wart ihr drin schon schwimmen? Ne, warum hier halt schon reingekannt? Ja, wir machen hier eine kurze Marktanalyse. Säten Sie ganz kurz Zeit, eine Punktzahl abzugeben? Hey, das ist ein Seel, ich hab aus unserer Toilette, Mann. Eins bis zehn. Tütchen, dein Einsatz. Ähm, was? Welches Tütchen? Ja, äh, das vordere Tütchen. Ach so. Könnten Sie einmal bewerten? Also, wir brauchen beide Tütchen tatsächlich hier. Oh, wieso? Ja, bitte? Die Stadt und Maskierungen sind hier gar nicht erwünscht. Ja, komm. Gilt's ja für eine Maskierung. Wieder zurück in deinem Büro. Diese Tüte auf dem Kopf. Nein, ich sag's nur. Yo, interessiert aber Karten. Es kann böse enden bei meinen Tüten. Ja, wohl, also war das jetzt schon mal ein Punkt von Ihnen. Ist noch nie böse geändert. Und ich kenn jeden hier. Okay, gut. Fangen wir an mit der Bewertung. Okay, links oder... Also, wir fangen bei links an. Eins bis zehn, die Lady. Sehen Sie was in der Hose oder sehen Sie nichts? Äh, erste Frage ist, welcher ist gemacht und welcher nicht? Warte, warten Sie, was soll ich hier sehen? Welcher Poe wird operiert? Ganz eindeutig der Linke. Ja. Sind Sie sich sicher? Wollen Sie einloggen? Ja, wir loggen ein. Nein, keiner loggt ein. Schade, also Sie gewinnen leider keine 7500 Dollar. Das ist okay. Schade, schade. Nein. Jo, nee, aber es ist ein bisschen auch nicht vom Dienstabhalten. Sie haben ja schon gesagt, es ist viel zu tun heute, ne? Nee, nee, wir wollen eigentlich uns gerade erst mal den Stadtpark anschauen. Wir haben den ja auch, der ist ja auch erst heute wieder... Hennepark heißt das. Hennepark. Ja, ist schon gekleckt, ne? Damit Sie immer noch spenden. Ja. Sie waren doch Herr Kusch, oder? Nee. Doch. Sie waren doch mal Mediziner. Ich bin immer noch Mediziner. Ach, sind Sie im Baycare? Ja, aber ich bin nur obdachlos. Im Baycare und trotzdem obdachlos? Ein soziales Projekt, Mann, der hilft uns ein bisschen. Genau. Mila und ich sind beides Doktoren, wir helfen den Obdachlosen, ja. Warte, die Person neben Ihnen ebenfalls? Ja, das ist meine Frau. Ist das Ihre Frau? Mila, die ist Psychologin. Ich hab leider nicht so viel Bargeld dabei, ja? Ich nehme alles, was Sie in Bern können. Warum kriegst du das denn? Ja, dann geb ich dir die Kohle halt, Mann. Hab ich nicht gestern Ihnen Geld gegeben oder Ihrem anderen Kollegen? Aber ich bin aber der Richtige, ich hab nicht mal einen Job, Mann. Ich bin obdachlos, obdachlos und jobblos. Er hat erteilt, ja, von dem her. Ich hab ihm alles gegeben, sonst krieg ich nachher wieder Strafe und Schläge. Wollen wir Drogen legalisieren? Nur Weed. Darauf. Wegen dem Schild. Was du mit Drogen ansiehst? Ja. Mila, komm. Wir gründen gerade, dass es so ein Parteipunkt der Alternative für Graves sieht. Komm, wir hüpfen mal durch ein paar. Wir wollen das Gras legalisieren. Wir wollen das dann nicht anhören. Oh, nicht so schnell. Boah. Boah. Da liegt Geld. Mila? Da ist Geld im Wasser. Boah. Ja, das fliegt immer hoch, das fliegt immer nach oben in die Welle. Das ist mein Geld. Das hab ich da verloren. Boah. Voll schön hier. Voll schön hier. Immer gehen wir ihn auf den Sack. Ja. Immer so ab mit der Tüte. Es ist nur eine Tüte. Komm schon. Eben. Meinst du, da hin kann man zu den Tüte jetzt? Bestimmt. Bestimmt. Gibt's den noch? Boah. Oh, guck mal, der Pfohlen. Ja. Da ist eine Schatzkiste. Komm, geh dahin. Unze. 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 Oh, das ist ein Gra... Okay. Okay. Wer ist denn hier gestorben? Weiß nicht. Yes, Hotskin baked. Sometimes I think it would be better if we died when they did. But we don't. Der ist aber nicht alt geworden. Oh. Hast du... Dann tun wir ja beim Boom hier, ne? Nö. Doch. Kannte nicht. Na und, Respekt. Was back. Steppe. Immer. Das wollte man Boom hier hören. Versteh ich das grad falsch, oder? Okay, könnte ein Haustier sein, ne? Götis. Götis. Ihr beobachtet uns. Ich liebe den neuen Park. Ja, wir lieben den neuen Park. Ja, wir lieben den neuen Park. Kleine Spende, bitte. Kleine Spende. Kleine Spende. Kommen Sie her. Ich hab ein bisschen was... Kommen. Das ist der... Cool. Das ist der Taser King. Das ist mein Mann. Den kenn ich. Taser King? Ja. Ich freu dich. Nee. Oh! Alles gut? Gut, Jake. Ja. Sehr gut. In der Party, oder? Vor allem, aber da vorne ist, glaube ich, ein Tier begraben. Ein Tier? Da haben wir grad Buben hingestellt. Achso. Ja, ich sehe es. Danke. Bisschen, ein paar Dollars für Sie. Und was ist mit meiner Frau? Teilen Sie sich das aus? Ich hab kein Geld mehr, aber teilen Sie sich das vielleicht auf, oder vielleicht hat der Herr Kane noch irgendwas... Geld hab ich leider nicht dabei, aber ich hab zu essen dabei. Essen nämlich immer. Essen nämlich, ja. Ja. Gucken Sie mal, wir haben... Da haben wir Geld verloren. Das wird immer in die Luft geschleudert, bin die Welle. Bitteschön. Dankeschön. Bitte, bitte. Wollen Sie da nicht vielleicht reinspringen und das holen? Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist mit einem Backpack. Ja, dann geben Sie das vielleicht kurz Ihrer Freundin und dann... Ich bin schwach. Mila, kannst du schwimmen? Ah, ah. Ah, das muss man selber machen. Wow. Kann der schwimmen? Ja, ja. Alles gut? Das ist euer Job dahinter. Wir pinkeln Fisch rein. Er ist, er ist selber reingesprungen. Er ist, er ist selber reingesprungen. Wo ist das Geld? Wo schwimmt das hin? Mir ist kalt. Pff. Pff. Da. Die Wellen sind zu stark. Ich komm nicht rein. Dammit, scheiße. Hilfe. 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 Man kann nicht verstehen. Nö, man kann nicht verstehen. Ach so. Sonst hätte ich mich jetzt nackig gemacht und ich wäre nachgesprungen. Bearwatch. Ja. Das Wasser schmeckt gut. Ui. Ist das, ist das wirklich Süßwasser? Ja. Das ist Süßwasser. Klares, reines, leckeres Süßwasser. Ja, und da vorne hat die Urissen Feuer gemacht. Hey, guck mal, das ist ein Wal. Boah. Oh, da ist Knossi. Hallo, Mama. Wer ist denn Knossi? Knossal. Ach, der Wal heißt Knossal. Der Wal, ja, ja. Guck mal, der geht weg, weil wir zu lang reden. Das ist neu bei dir, Dörfler. Oh, okay, wir machen, ja, dann machen wir mal eine Arbeitsparty. Also, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, ja. Danke für die Spende, danke. Ja, gerne, gerne. Tschüss. Tschüss. Bye. Bye. Macht's gut. Und hol sich keine Blasenentzündung. Ziehen Sie sich bitte eine andere Hose an, sonst kriegen Sie eine Blasenentzündung. Nein, sowas mache ich nicht. Der hat keine Blase. Ach so, ja gut dann. Genau. Oh, was, 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 was war das? Was war was? Ich glaube, das fängt an zu donnern. Nö, das ist ja voll kacke. Boah, das ist unten in the park. Bin ich wahnsinnig, oder hat sich gerade das Wetter verändert? Noch, oder, Chad? All about the thing, Baulu. Tschüss. Nein, nicht so schnell, ja. Was geht ab? Das ist unser Park. Oh, da vorne ist Yoga. Mila. Mila, wir machen, du machst Yoga-Kurs. Hm, Yoga-Kurs. Oh, ich kann das noch. Und runter. Ich kann das nur voll Möhre. So viel Platz für so viele Möglichkeiten. Gut, dass die alles abgerissen haben. Ja. Natur ist schöner. Und man kann ja bestimmt angeln mit Dr. Chuck. Dr. Chuck. Oh, 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 oh. Nicht, dass dein Popo kaputt geht. Oh. Das ist super entspannend. Super entspannend. Pass auf, sei vorsichtig. Mein Gott. Oh, mein Gott. Besser nicht mehr machen. Ja. Ja, seid ihr euch erprügelt? Nee. Ich habe aber auch jemanden schreien gehört. Ist Roy noch der Pfeuble? Ja, ja. Weil der Sex schaukelt. Komm, wir gehen durchs Gebüsch. Oh, mein Gott. Ich liebe diesen Park. Und du? Ja. Also, Roy. Ich nehme so ein Zeug nicht. Roy. Ja? Wenn wir nicht herziehen, bin ich ultra instinkt sauer. Der Park ist grandios. Der Park ist grandios für... Ja, er ist grandios. Wir können abzornen. Wir können hier überall Zelt aufschlagen. Ja, aber leider geht das nicht, wenn Mila eine Maske trägt, ne? Also, solange die Maske anträgt, geht hier gar nichts leider, ne? Aber wir müssen, ey, es ist immer noch so eine Demokratie. Ich meine, wir wollten da wegziehen in die Nähe von der Waschstraße. Aber ich würde... Ich bin auch voll dafür, dass wir hier in Zelt. Ja. Stimmt. Also, wenn ein Pennerlager dann ja wohl hier. Wir müssen Mila kurz aufklären, oder weiß doch schon. Hm? Na, Onkel Chrissy war da irgendwas hier. Der Roy macht eine Waschstraße auf hier in South Wales. Ja? Da gehen wir dann auch arbeiten. Ja. Dann kannst du mal den Bulli nicht schreiben. Ja, und? Ja, korrekt. Ja, nee, immer flexibel bleiben, bin ich voll für. Soll ich euch noch was erzählen? Ganz wichtig sogar. Ja, erzähl doch. Gestern mal den Manni doch da oben. Manni, das Mammut. Genau. Und weißt du, was... Okay, oder? Ja, okay, was Geld hat. Weißt du, was jetzt passiert? Was denn? Das Baker bekommt eine Abteilung im neuen PD. Jo, Kim, was geht. Dann ist das... Das Baker kriegt, was? Das Baker bekommt wahrscheinlich eine neue Abteilung im PD. Ja. Und dann können wir da, ähm, eine Zweigstelle haben. Im PD? Ja. Hey, raus aus unserem Park, ihr Schweine. Das ist our turf. We climb that street. Ach, schon eine Bierflasche. Die haben keinen kleinen Geld. Verpisst euch, los, verpisst euch. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du schon am Acker, Mann. Ja, verpisst dich. Verkauft eure Scheißdrogen woanders. Jo, im neuen PD oder wo? Okay, scheiße. Ich hab im neuen PD. Ihr claimt euren Tör. Finde ich großartig, ey. Und Kim, ich brauche alle eure Nummern noch. Oh, laupt weiter. Jo, verpisst euch. Schmeiß ne Flasche. Jo, ich laufe die Bierflasche. Hier. Heine. Verpisst euch. Also, ich hab jetzt 10 Officers gezählt bisher, seit ich hier bin. Oh, die gucken sich alle den Park an. Entspann dich. Jo, ich sag dir mal, jeden Ausgang, man stellt mir eben ab und dann erstmal Wichstzoll, jo. Ich hab' immer, also bisher sagen alle, ja hierherziehen. Ich tanze den Kiesel. Was sagst du? Jo, kann man machen, jo. Wir können den Park in verschiedene Gebiete, ja, in der Platz ziehen wir weiter, weil das unser Leben. Ja, eben. Aber ich finde es hier ziemlich gemütlich und außerdem, ladies and gentlemen, sind das original Bäume aus Grape Seed. Ich riecht das nicht. Glaub ich mir nicht, jo. Ich riecht das, man. Und Freigeiß, danke schön für den Primes ab dem 19. Du läckst an den Kieselst, aber willst dich an einem Baum riechen. Ja, weil das ein bisschen merkwürdig ist. Wir lieben Bäume, Kim. Okay, nur weil, nur weil du es gesagt hast. Und hier sind so viele Gebüsche, man kann sich hierüber verstecken. Ja, man, du halber Gurley, jo. Am besten noch irgendwo eine Mülltonne oder so, können wir uns da doof verstecken, jo. Jo, diese kleine Minilager brauchen wir hier über ein paar. Jo, Kleingeld. Kleingeld, du hast heute eine Bierflasche. Habt ihr Kleingeld? Auf weiter. Auf weiter, Arschloch. Ich weiß nicht, ob das so in mein Marketing passt. Ich glaube, ich sollte mich mal umziehen hier. Ach, du bist doch wohl. Jo, ich will hier nicht irgendwie in irgendwas reingezogen werden. Könnt ihr euch vorstellen, alle sind hier, jeder hat sein Zelt aufgeschlagen und dann kommt dir so ein Pärchen durch und dann kommt Kim, lo, weiter und schmisst eine Bierflasche. Ja, ich glaube, gewisses Klientel haltet ihr auf jeden Fall fern in Zukunft vom Stadtpark. Ja, und jeder hat so seinen Abschnitt, so einen kompletten Weg entlang die Zelte. Aber denkt rein, die Polizei kann uns ja wegschicken, ne, das öffentliche Dings hier. Ja, aber fass auf, ich hab da mal drüber nachmittelt, das wollte ich eben schon sagen, ne. Das ist jedermannsrecht, ne. Das gilt auf der Welt überall da, wo es nicht anders geschrieben ist. Und ich sehe kein Gesetz, was euch das verbietet, ne. Ich würde mir mal einen Anwalt besorgen, dann können wir hier machen, was wir wollen. Wir haben doch schon eine. Wir haben den besten, Bruder. Wir haben den besten. Mila, ne? Außerdem hat der Park keine Öffnungszeiten. Genau. Sehr gut, Herr Bannschmierer. Mila, ich muss dir noch was erklären. Gehen wir doch mal nach vorne an unserem Brunnenmann. Ich hab da nämlich was entdeckt. Komm mal kurz in mein Bruder. Wir kommen sofort nach. Ich habe dir erzählt, dass ich auf den Polizei-Mann geschossen habe, ne. Und das war... Oh, achso, ich dachte, es ist Zeit dafür. Achso. Und weißt du, wer da schuld ist, der Kim. Du musst mit ihm meckern. Aua. Der hat mich mörder gemacht. Ich hab nicht zugehört. Ich hab doch auf den Polizei-Mann geschossen. Und das ist der Kim schuld gewesen. Musst du mal schimpfen. Okay. Komm. Boah, man kann richtig sneaky, bieke, miki, schniki. Schniki, bieke, schniki, wiki. Ja, Mann. Boah. Boah. Ja, Mann. Kim macht einen Kaffee auf. Hilfe. Oh. 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 Wir brauchen noch ein paar Punks, Mann. Ich muss nicht, dass die Kopf so reagieren. Ich wollte aber auch umgehen, dass die Stadt brennt, hab ich das Gefühl. Oh. 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 Ja, Mann. Wie kommst du darauf? Wir lieben die Stadt. Ja, in jedem steckt ein versteckter Patriot, hab ich das Gefühl bei euch. Binoko. Ich bin eher gargamell, jo. Oh. Mann, scheiße. ich meine ich meine den spoiler da hinten dran wer hat dir das gebaut dr künstler erst mein kaffee ist ich gar nicht aber gelesen von ihm muss ich mal vorstellen gehen den saft entzogen dass jemand in unserem tor was mein messer nein da ist jemand von uns der kranten eingefangen schoben machst du hier die gläse we don't say no to do kleinen steine bitte ich bin doch nur ich bin doch nur für die meinung ich bin auch für legalisierung von groß unterstützt unsere parteipunkte alternativen für graves sieht man nach der legalisierung des mario anas und kann er bis man mit 500 dollar du arschloch ich habe aber nur 500 ich habe ja dann nehme ich die ja du hast ein pinkel politischer aktivismus muss auch mal wehtun aber ich bin doch gerade eingereist ich habe nur 500 dollar man macht ja gar nicht nackig das ist ja feiner das macht er voll ja 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 ich bin ja okay ja ja kommt ein bisschen unter ja 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 duk ja 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 duk ja Tschüss, Awa, tschüss. Zum Besser? Der Penner jetzt weg. Das ist witzig bei mir eigentlich. Ich check mal die Wassertemperatur, Mann. Ich war schon drin. Und? Jo, ist angenehm. Ist Süßwasser. Wann der nicht. Echtes... Hat der Joris das vorher gemacht? Ne, das kann doch. Na, stimmt. Das brennt, das war bestimmt jemand anders. Aber da vorne ist ein Grab von einem Tier. Da ist ein Grab da hinten. Wir haben gerade Buben hingelegt. Hey, Mann. Ja, so ist es mega hier, ne? Dann ist das Tier gestorben, ist ja noch Fleisch dran. 3 Monate. Ja, Kim, Anton, was meinten ihr? Also, ich finde es super. Aber ich glaube, da brauchen wir mehr Zelte, ne? Weil ich glaube, dann ist das ein oder andere mal weg, so, ne? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich möchte ein Einzelzimmer-Zelt. Aber ich habe ein Doppelzelt für uns. Ach so, stimmt. Vielleicht sollten wir es ausprobieren, einfach mal gucken. Ja, ja. Es gibt aber genug abgefuckte Ideen, die da draußen das Zelt klauen. Wenn sie mal wegnimmt, ja, dann haben wir jeden Grund, jeden anzuflaumen, der eventuell ein Zelt geklaut hat. Ja. Also alle. Nein, wenn wir nicht kaufen, wir uns neue, Mann. Ja, oder wir... Wer ist denn so ein Zelt? Keine Ahnung, weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Super klebt. 500 Dollar oder so? Super klebt. Na, dann sollen die anderen dann alle auch mit entscheiden. Ich will. Ich bin voll dafür, Mann. Ich fühle das. Und ich glaube, wenn es richtig dunkel ist, ist es hier ziemlich geil, jo. Ja. Ja, ich will. Ja, Mann, ich will auch. Oh, oh. Zum Fuß in den Mund oder was? Nee, meine Taschenlampe. Achso. Ich tue meine Zeit. Unsere Zeit. Aber wir müssen hier mal gucken, wo wir die verteilen, Mann. Guck mal, da drüben, vielleicht machen wir da hinten den Wohnbereich hin, Mann. Ja, vorne, beim Grab. Ja, oder... Wo ist denn der Wohnzimmer? Das Wohnzimmer ist hier, Mann. Okay. Mein... Boah. Oh mein Gott. Ich hab einen. Du hattest eine Vision, du hattest eine Vision, oder? Ich hab einen in dem Moment. Gott, Vorsicht. Anton, Zehner, wenn du die ins Wasser schubst. Nein, mach das nicht. Ich füge oben drauf. Nein, Anton. Nicht machen. Meinen die hier sind Fische drinne? Jo, willst du jetzt deinen Köder da reinhalten, oder was? Ich wollte mal meine Angeln auspacken. Und wir haben hier ein Feuer, Mann. Aber ich seh keinen Fische. Versuch einfach. Ich seh keinen Fische. Oh, Mann. Ey, komm, geh weg, ey. Weiß ich nicht, ob sie auch. Hat doch mal spannend. Boah, das wär's gewesen, ne? Jackpot. Boah, das wär so ein Jackpot. Echte Süßwasserfische. Klare Süßwasserfische. Boah, da hinten kommt doch einer, Mann. Da kommen welche. Boah. Boah. Ist doch vorgeben, oder nicht? Ach, stimmt, will ich mal. Boah. Ja, ja. wir schaffen wir ja und gehen zum stein mit da schlafen wir wieder ja clever aber oh mein gott alter hast du die wehgetan oh mein gott ist der nix oh mein gott man muss doch hier irgendwie auf dem baum oder so klettern können kurz reinkommen jetzt klar wie bitte ok ich zieh meine schuhe aus also doch aus höflichkeit ziehe ich meine schuhe aus ich wollte mich entschuldigen dass ich den einkaufs den einkaufskorb wem auch immer der gehörte einkaufswagen dass den weggeschoben habe ich möchte mich entschuldigen ich wollte mich einfach nur entschuldigen für mein gewissen ich werde mir zuhört ich will doch nichts ich wollte wie gesagt ich wollte mich nur entschuldigen das war nicht mein zeug es gehört nicht mehr ich lang es auch nicht mehr an unsere regeln obdachlos unsere gesetze sind manchmal brutal aber für uns ok ok wir müssen ein paar regeln ausstellen mann richtig die erste regel alle barfußdosen außer wir und wegzoll einführen jeder jeder ausgang steht jemand wenn du hier quenchen willst musst du quenchen gebühr zahlen aber sonst gehen wir die auf den sack tausend prozent ausschlag benutze das feuer energie pauschale fünf dollar ich hab sieben dollar rubbeln oh ich hab kein geld und ihr seid gar nicht immer erst eingereist oder was ja mann ja mann du klingst wie ein gangster hast du schon eine fag du hast ich ja ich hab keine ne um so 13 dollar weiß nicht ich habe 0 dollar ja wie gesagt was war denn los am flughafen was soll los gewesen sein war viel los war die hölle los ich möchte etwas ich sehe nix also meine Freunde wir sind jetzt schon so gute Freunde geworden wenn ihr wollt dürft ihr mich ab heute Mila nennen ok danke wir sind scheiße dran ach so der freundlich von ihnen kein Problem äh ok ich glaube das gilt für mich nicht oder gilt das für mich auch ja du musst mich schon noch Mila nennen ok Mila ok Mila ok Mila ok Mila ok Billi und was hast du jetzt den angedreht dass die wieder hier sind gar nix mann hast du den doof verkauft nö ich hab nö ich hab ich will im Baumhaus mann du doof ich hab mit dem Drogen nichts zu tun ich bin ein erster Geschäftsmann was ist das ja ah fuck ah Scherbe oh fuck was soll ich mit dem Bär damit mal erst mal gucken was da drin da ist du kannst da gerne mal reingucken aber ich hab doch keine Drogen mann ich bin ein erster Geschäftsmann was glaubt ihr denn warum ich das Headset trage also du kannst gerne gucken was du willst du kannst auch gerne mal drunter gucken mit dem Headset hast du mich überzeugt mhm aber ist das ein echtes Headset ach fuck man der hat 20,22 und Headset trägt der hat auch warum legt ihr hier auch Scherben hin fuck voll reingetreten was soll das denn heißen mann ja das ist nicht gut wenn du mit na keine Ahnung ey Kim ich kann nix dafür dass du von oben nach ganz unten gefallen bist ey du hättest auch gerne ein Headset ich kann dir gerne das geben wow ich bin Rio de Janeiro wow ich sag nicht komm dich dann komm noch einmal so nah ich schub dich ins Wasser wow 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 beruhig dich doch Kim alles gut soll ich dich Wasser schulen zwischen uns ne besser nicht ja ja besser nicht da geht meine Headset kaputt Kim das wär echt scheiße ja gut ich geb dir Geld dafür ja was du musst wie mich ins Wasser zu schubsen achso wenn's kaputt gehen ja es kostet mindestens 90 Dollar ich komm nicht da hoch doch ich schätze dir auch ja egal was kostet da noch ich bin Rio de Janeiro ich bin hier unten ganz leer ja gut ich wollte euch hier auch gar nicht stören ich wollte nur mal so einen kleinen wie sagst du Roy so ein bisschen socializen wollte ich ne ja genau besser denn denn für die Zukunft ja genau ne da ich bin zwei auf der Brücke gleich mein Fußnabel bricht ab mein Fußnabel bricht ab doch hörte es mein Zelt ist keine Hüpfung du Arschloch können wir unser Zelt nicht auf die Brücke machen doch aber dann kommt keiner mit der Piratee was ist mit dem wir nehmen glaub ich den Felsen ok ich bin mir nur nicht sicher wo Du wirst es schon finden. Du hast mir letztes Mal 10 Gramm abgekauft, Alter. Ja, aber das war nur Marketingmaßnahme, ne? Was noch? Ja, aber falls du mal jemanden brauchst, der da Interesse dran hat, kannst du mich natürlich fragen, ne? Das ist kein Problem. Also wenn da was los wäre. Manchmal denke ich, ich bin ein Kilo. Ich hab noch ein Kilo Bras, wenn du willst. Ein Kilo. Kein Einhol. Sag mal. Ich werd jetzt eher ein Kokain... 5.000 Dollar für dich. Für ein Kilo? Mhm. Ja, krieg ich vielleicht vermittelt, ne? Da melde ich mich. Was? Ein Kilo Kokain? Nein, Mann. Krass. Ne, der Preis ist für dich, Mann. Du brauchst da nicht vermitteln. Jaja, ich hol das schon selber ab. Du glaubst das ja selber nicht, ne? Was dann? Ich bin der Geschäftsmann, Roy. Oh mein Gott. Was los, Mina? Mina, was ist passiert? Vergessen. Ist ehrlich, ne? Was dann? Mann, auf der Welt. Ich find's dir echt mega cool, ne? Ich weiß, wie der... Also er hat mich an Grape City-Bäume und so, Mann. Müssen wir nicht uns melden bei den Polizei? Bei Manni bringen wir unsere Dings ins Ding noch? N-n-n. Der Manni kommt nochmal hoch ins Baker und redet mit Dr. Chicken und Dr. Chuck. Und dann machen wir eine Mannschaft für hier unten? Ja, irgendwie so wollen wir das kennen. Das soll ein Diaskern. Ob das dem P-L-Box gefällt? Das wird denen mit absolut Sicherheit nicht gefallen. Das wird denen nicht schwecken. Find ich super. Ja. Puh, Bubba, Bubba. Danke. Sollen wir uns mal das neue PD angucken und battlen? Ja, oder? Das ist doch hier dank dem Nährkoder. Ja, Mann, können wir machen. Jo, jo. Sollen wir hinlaufen? Ja, dann wünsche ich euch mal viel Spaß, ne? Ich bin mal weiter erst mal. Okay. Ja, klar, Mann. Wir haben jetzt ein bisschen Penner. Jo, bisschen. Was bin ich? Wir müssen Pennern jetzt. Achso, achso, okay. Du bist auch einer. Oh, Kleingeld. Liebe Penner. Mila, nimm mal zwei Schilder aus meinem Rucksack. Ich muss mir das so angucken, ne? Da würde ich euch ja echt gern ab und zu mal buchen, ne? Das ist schon ein cooler Auftritt. Danke. Oder, oder warte. Kleingeld. Oder nimm das große Schild. Das große? Warte, da muss ich eben... Das muss man auskappen. Nimm das mit der Ausklappbahn-Stange. Warte, bleib doch stehen, Mensch. Ja, die brammen mich doch hier. Sag mal, Roy, ähm, wie viele Leute mit so einem Wagen kannst du eigentlich aktivieren, die mit so einem Wagen durch die Straßen rollen hier? 15, 20. Echt jetzt, ja? An besten Tag, ja, Mann. Ja, ich ruf dich an. Mein Bank verdieselt. Achso, äh, es gibt doch vielleicht auch demnächst eine Party, wo ihr mal hinkommen solltet. Alter, quatsch nicht, ruf uns an, wenn du uns brauchst. Ja, quatsch nicht. Ja, alle quatschen immer, dann kommt da bei dir nix mehr rum. Ich wollte nur sicher gehen, ist hier auch egal. Also ich muss ehrlich sagen, der Pack gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ja, selbst im Paleto Bait kann die sein, kostet halt extra. Hier kommt richtig viel hin auf. An die Villa vom AOD-Presse oder so. Richtig gut. Das ist in die Richtung. Sie zahlen übrigens 5.000 Dollar Schutzgeld an den Lost, hab ich halt gehört. Ja, das sind nicht, also ich kann dir sagen, das sind nicht die einzigen, Roy, ne? Ja, der AOD-Mann fährt Autos, Jugolas und so'n Schlepp. Ich meine, das sind nicht die einzigen, an die wir zahlen. Das ist vorne, Mila. Da vorne. Ah, da hinten sieht man schon. Ja, Gambino auch. Jetzt hat er auch Schutzgeld, Elliot. Ja, ich glaub, da gibt's sogar... Mann, wie lang ist die letzte denn? Wow, ist das echt? Boah, das sieht aus wie von Gotham City. Ah, voll 90, das ist geil. Wie 1995 immerhin. Vorsicht mit Köpfe! So, bis dann, ich hab' einen Business Call. Viel Erfolg. Ja, aber das heißt ja demnächst, immer wenn wir abgestochen werden, können wir potenziell die Asservatenkammer ausräumen. Oh, was ist das denn? Lass dran. Oh. Das will stimmen von Paletti. Das sind die Akten. Boah, das sind die Akten. Die Akten sind die Akten, ne? Das sind die Akten, ne? Ach so. Vielleicht sind die USB-Sticks. Vielleicht ist es aber die Asservatenkammer. Ich hör' Barri, da? Ganz viele. Ich hör' auch Barri. Boah. Endlich ist die hässliche Baustelle, OEC. Zehn Jahre hat's gedauert. Mhm. Für dieses kleine Gebäude. Wo ist denn der Eingang? Boah. Boah. Das ist aber ganz schön dunkel. Ganz schön kurz. Wo ist denn der Eingang? Na, das suchen wir. Boah. Das sieht echt aus wie ein Gotham-Celtie so. Das ist ein ganz böses König. Ich warte seit drei Stunden auf deinen Anruf. So, und du erzählst mir vorhin wieder was. Ja, Rücken, Freund, bla, ich check das kurz ab. Muss ich drei Stunden anwarten, bis du mir dann... Fick dich, Penzel. Genau, Fick dich, Penzel. Kim, wir brauchen nur deine Nummer. Äh, es ist die 307164. Ja, du hast so ein gutes Gedächtnis. Wir haben sogar einen schwarzen Boden. 307654. Nee. 107164. 164. Boah. Boah, hier sind super viele Kopf, das merkt man. Aber das kann man noch nicht ändern. Ach, du Scheiße. Sagst du, ich glaube, das Schiff ist ganz oben bestimmt, ne? Ganz oben. Und die haben bestimmt so ein Licht auf dem Dach. Ja, ja, oder so Laserkanonen. Dann schießt du runter. Das Ding sieht so aus, wenn du da reinkommst, kommst du nie wieder raus, jo. Was für ein Wertex? Sieht echt gefährlich aus. Nein, das ist eine schwarze Textur einfach, Juri. Also die Mauern. Das Gebäude ist nice. Der Boden, finde ich... Ja, das ist so Kies, ne? Glaube ich. Aber wo ist der Eingang? Na, ich glaube, Michael, das für die Autos. Nee, egal. Vielleicht geht's rum. Rum, rum. Nö, nö. Nicht ein Auto. Also Gebäude finde ich super nice. Textur. Bodenflächen. Ja, und ich bin auch hier im Park. Ey. Boah. Doch da hin. Boah. 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 Sieh mal, in Statua. Boah. Boah. Aber warum? Hier ist auch ein, ähm... Roter Pfeiler? Ja, aber der ist nicht so schön. Jo, aber egal. Weil die mehr auffallen auf schwarz. Ja, so ein kleines Zwischenlager können wir hier aufmachen. Zur Arbeit. Ah, da wird auch Leute warten, jo. Wow. Da, Mann, ich hab den Eingang gefunden. Ist das ein Manni hier? Das ist ein Manni. Nein. Man sagt, einer der Typen ist ein Kirky, jo. Der krasseste Bulle aller Zeiten. Kirky? Ja, Mann. Der war mal so im Rockerclub auf der Spur und der hat sein Leben riskiert, Mann. Wow. Ach. Alles nur hören sagen, Roy. Alles nur hören sagen. Boah. Ui. Guck mal, erstellen sie wieder ein reichen Glied. So, und die Tür ist abgeschlossen. Hengestanden. Die Tür ist abgeschlossen, bestimmt. Weiß nicht. Hä? 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 Jo. Wow. Guck mal, das sieht aus wie bei Harry Potter da oben, so viele Bücher, Mann. Boah. Entschuldigen Sie, können Sie bitte wieder nach draußen gehen, besonders mit den Einkaufswagen. Herr Kusch, was machen Sie denn hier? Ähm, wir wollten nur gucken, Herr Manni. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, Sie können gucken, aber ich, ähm, Herr Kusch, äh, haben Sie medizinisches Personal hier? Entschuldigung. Ja, meine Frau und ich. Okay, gut, dann, äh, der Rest mal bitte nach draußen, Sie, Ihre Frau und Sie, Sie brauche ich hier für eine Besichtigung. Ey, das ist Mammut, ey. Und können Sie bitte das Schild abbrechen? Ja, wir müssen besichtigen. Okay, ich stelle das hier hin. Kannst du das nehmen und meinen Rucksack packen? Bitte, danke. Die ist jetzt Elite geworden, wir dürfen... So, das... Ja, auch das Schild, Sie brauchen kein... Sie brauchen jetzt hier kein Geld. Nein, ich packe sie nur im Rucksack. Sie sind jetzt aber nicht passend angezogen, Manni. Na, das ist ja kein Problem, Sie waren gestern auch so angezogen. Ja, stimmt. Gut. Meine Frau ist so in Ordnung. Können Sie vielleicht die... Tüte? Oh, natürlich. Vielleicht. Ich glaube, das macht nichts besser. Ja, oui. Doch, mein Frau ist so beschön. Ja. Ich habe ein Nicki Minaj geworfen. Gut, richtig... Ich habe mich umopperieren lassen. Ma'am, Ma'am. Ja, schön. Sie beide hören jetzt genau zu, weil ich Ihnen noch den Medizintrakt zeigen will. Sie tragen das dann nach oben zum Baker Medical, damit wir... Damit Sie beschreiben können, ob das für Sie ausreicht oder nicht. Ja, so. Gut, dann kommen Sie. Er ist noch nicht so besprengend. Oh, shit. Obacht. Obacht. Komm doch alle rein. Obacht. Ich wollte dich gerade anhören. So, ich bin da. Ich muss hier arbeiten, Pinsel. Scheiße. Werte Kolleginnen und Kollegen, Staatsanwälte habe ich schon gesehen. Frau Vane ist, glaube ich, hier vorne. Wir arbeiten hier. Wir haben zwei Mitarbeiterinnen vom Baker Medical da oben. Das ist der Herr Kusch, der da hinten steht mit dem Rucksack. Hallo. Und seine Lebensabschnittsgefährtin. Hallo. Wir sind hier, weil wir einen Medizintrakt haben und ich den auch vorstellen möchte. Erstmal herzlich willkommen im neuen, hoffentlich besseren Los Santos Police Department. Das Erste, was ich sagen will, ist, die Größe und die Dimension kann sehr überwältigend sein. Und ich werde jetzt versuchen, mit einer offiziellen Führung Ihnen hier einen besseren Überblick zu geben. Gut. Wenn sich Fragen ergeben, fragen Sie bitte. Das Erste. Im hinteren Bereich sehen Sie direkt einen kleinen Cafeterienbereich. Da gibt es Donuts sehr spezieller Natur. Wenn das nicht Ihren Geschmack trifft, dann haben Sie mehr oder weniger Pech gehabt. Wir können versuchen, neue Rezepte einzureichen, aber da können Sie sich gerne bedienen. Natürlich gegen Entgelt. Das ist nicht kostenlos. Das ist auch für unsere Gäste. Wenn Sie also mal jemanden haben, der Hunger hat, dann können Sie ihn da verweisen. Des Weiteren, die Doppeltür geht Richtung Toiletten. Das sind unsere einzigen Toiletten. Das ist aber deutlich mehr, als wir vorher hatten. Das heißt, wenn Sie Toiletten aufschütteln müssen, dann tun Sie das hier unten links und rechts in dem Bereich. Ich verstehe das nicht. Wenn Sie sich umdrehen, sehen Sie hier vorne schon den Halbkreis, der unsere neue Leitstellen-Operationszentrale ist. Dort wird sich die Leitstelle mit deutlich mehr Platz auffinden, deutlich mehr Arbeitsplätze. Das ist auch sehr, sehr groß und ist einfach sehr beeindruckend. Ich werde jetzt vorgehen und Sie können mir langsam folgen. Ich drücke mich mal hier langsam durch. Ich wollte gerade den Schiff fragen, ob ihr bei der Führung mitmachen wollt. Wir arbeiten jetzt hier. Ja, aber wo denn? Wo ist euer Stand? Das zeigt der Hermanni uns gleich. Oh, du musst ein bisschen lauter. Das zeigt der Hermanni uns gleich. Wir haben jetzt hier eine Zeigstelle vom Baker. Sehr schön. Wenn Sie in diese Richtung schauen, sehen Sie dort einen Mitarbeiter, der für die Spezial-Einsatzkräfte-Fahrzeuge zur Verfügung stellt. Ob das so bleibt oder ob wir den nochmal umstellen, ist für uns, glaube ich, noch nicht ganz geklärt. Alternativ gibt er, glaube ich, auch noch die Sachen raus. Nee, macht er nicht. Da gibt es sonst nichts raus. Ich glaube, das sind nur die Fahrzeuge. Was Sie auch sehen, sind abgetrennte Bereiche für Besucher unseres neuen, besseren Zellentrackens. Ich möchte Ihnen jetzt ersparen, dass wir alle einzeln durchgehen, weil das ein sehr enger Raum ist. Aber, wenn Sie die Tür da vorne öffnen, die hinter dieser Scheibe liegt, dann können Sie auch... Guck mal, wie kleine Ängen sind, alle hinterher. Aber guck, 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 wie wir arbeiten. Ich glaube, um die 20 Bereiche, ein großer Zellentrack, der Separation möglich macht. Warte mal, ich habe da oben mit einem Steg begehen. Vielleicht werde ich... Warte mal, Pinsel, ich habe da einen eigentlichen Zellentrack hier. Ja, das hinten ist wohl der Zellentrack. Dahinten. Und hier können Sie telefonieren. Wir sind keine Kriminellen, wir arbeiten hier. Diese Tür wird mit einem PIN-Ko versehen, damit wir das nicht mit einem Dietrich auch machen. Das wollte ich vorher auch werden, dann wollte ich auch sagen. Und dann wurdest du antifoint. Ach, Quartik, Quartik. Ich bin jetzt so mit Money, ne, so. Ich wollte ihm das sagen. Ja, aber erst mal, es ist deutlich größer, es ist deutlich mehr Platz. Ich bin so mit Money, so. Und das ist unser größtes Problem gewesen. Ich nenne ihn Onkel. Katastrophe. Der ist mein Vater. Katastrophe. Nein. Oh Gott, das ist mein Vater. Und jetzt haben, jetzt haben multiple Personen aus multiple Bereichen Platz. Nina, bitte nicht hin und nennen Daddy oder so. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Dann begeben wir uns jetzt hinter die Leitstelle. Wird einfach mitgezogen. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Aua. Keine Panik. Ich bleibe. Hier befindet sich eine Glastür. Diese Glastür, die kann man schnell übersehen. Wir haben auch schon mehrere Kolleginnen gehabt, die dagegen gelaufen sind. Diese Glastür ist dann immer abzuschließen, wenn sie ihn durchgegangen sind, weil das unser interner Bereich ist, der dann hier betreten wird. Mr. Lenz, vielleicht klebt man da so Silhouetten von Vögeln hin, dass man da nicht gegenläuft. Vögel oder Pfeile. Oder Pindel. Scheibe, ja. Oh mein Gott. Das hier unten, das ist der Einsatzbereich für unsere Streifeneinheiten. Hier beginnt es. Auf der linken Seite sehen Sie schon die ersten Arbeitsplätze, voll funktionsfähig. Sie können sich hier einen Arbeitsplatz suchen. Oh mein Gott. Das sieht ja aus wie Hogwarts mit den Büchern, ne? Hogwarts. Auch noch mehr, viel mehr Arbeitsplätze. Gut, ne? Wow. Wunderschönes Pity. Wir haben also deutlich mehr Möglichkeiten zu arbeiten. Auf der rechten Seite befinden sich Türen zu Verhörräumen. Das ist ein Verhörraum, der deutlich größer ist. Also es sind zwei Verhörräume und zwei Beobachtungsräume. Die sind deutlich größer als vorher und sind auch abschließbar, was sehr, sehr gut ist. Die Doha sitzt am hinteren Ende in einem Viererbüro. Wir gehen da mal hin. Was ist Doha? Na, das ist der Department of Things. Also in der Nähe. Irgendwas mit Drogen. In der Nähe der Verhörräume. Hier drinnen würde ich die Doha setzen. Sie sind in der Nähe der Bevorhörräume. Sie können immer mal raus, kommen rein. Wir arbeiten jetzt für das Pity. Echt? Das funktioniert so sehr gut und ist relativ entspannt. Ansonsten steht hier alles andere hier unten. Komplett allen Streifenbeamten zur Verfügung. Nochmal. Wir haben daneben noch ein kleines Archiv. Gedacht ist es zur Nutzung vom Management. Das ist ein Teilraum, den man mitbenutzen kann. Das sind einfach zur Organisation. Also Marino, Sie können den Raum mitbenutzen, weil ansonsten sehe ich da keinen Sinn drinnen. Für Archivierung, Verwaltung, Management and Operations. Gut. Auf der anderen Seite, wir müssen wieder zurück. Oh, schnell, Mila, weg, weg, weg. Auf der anderen Seite sehen Sie einen sehr wichtigen Raum. Bevor die uns umtrampeln. Das ist wirklich nah. Nein, ich meine EC-Hunger. Ich fühle mich so unpassend angezogen. Ich habe nicht mein T-Shirt drunter. Das bedeutet, heute haben wir noch das Problem, dass die Waffenausgabe direkt in der Asservatenkammer drin ist. Das bedeutet, wenn Sie hier rein müssen, sprechen Sie bitte mit Management and Operations beziehungsweise einem Officer, der Befugnisberichte hat. Morgen wird auf der linken Seite, nochmal gehen Sie nicht rein, auf der linken Seite hinter dem, hinter dem Öffnung des Gitters Bob stehen, so wie Sie ihn kennen, und Ihnen Waffen herausgeben, ohne dass Sie irgendwelche Einschränkungen haben. Ach so. Ich habe jetzt einen Nicki Minaj-Arsch. Sie brauchen Zugang mit der Leipfelle, mit dem Code. Was soll ich zu dem anbietenden Schwein? Genau hingucken. Und ansonsten ist das morgen einfacher. Das ist wohl jeder. Das ist echt erstaunlich. Du bist in dem Bereich, die unten fragen. Ich denke, das ist relativ, ja? Schief, wie komme ich hier rein? Ab wann, äh, sagen die, äh, was? Ab wann, äh, ab wann? Du musst aufschießen. Du musst sie aufschließen. Wo ist die Tür? Na hier, links. Oh. Hält das doch der WUW-Spieler. Das ist der andere WUW-Spieler. Ja, wartet. Wir sind jetzt Kollegen, Jungs, ne? Damit im Schein. Roll Hall. Grüße. Grüße, MPD. Bist du jetzt der Combat Medic? Mhm. Ich auch. Das Baycat kriegt seine eigene Abteilung hier. Das wird dem Sandro richtig schmecken. Ach, echt? Ach, wir machen eh nur Drama. Du bist auch Combat Medic. Teufels 3 und Combat Medic. Der zweite Titel. Also, Jungs, gib mir ne Waffe und schick mich irgendwo hin. Ich komm alleine wieder. Mit 5 Gefangenen. Und hoffentlich auf 5 Verletzten zum Versorgen. Aber reißt euch zusammen, okay? Alter, habt ihr gesehen? Ich weiß, ich sehe jetzt gut aus, aber trotzdem. Ich bin ein verhälteter Fass. Ja, es wird mir geholfen. Habt ihr das gerade mitgekriegt, was passiert ist? Nö. Ah ja, Disney ist ein Scheiß gegen mich. Hast du gesehen, wie ich als Simba gerade von der Herde zerrissen habe? Ich bin, ich wurde überlaufen. Nicht schlimm, wir behandeln nicht gleich. Ja, ich bin Tipp heute. Gehen weiter, die Treppe hinauf. Cool, oben, los. The Walking Dead. The Walking Dead. Ich warte erst mal. Taser-Gate, ich hab dich jetzt in Blicken haben. Am sichersten ist es als letztes, okay. Taser-Gate, ich hab dich in Blicken eine Taser-Nade, merk ich nicht. Pass auf, meine Köln. Wie einer guckt meiner Pfeu auf den Hintern. Ich kann nirgends an den Köln. Ich hab nicht geschaut. Ich hab meine Sonnenbrille runtergemacht. Hallo, da geht's in Wusch. Ach, warum haust du mir auf den Arschpinseln? Ich war das nicht. Der Eingang unseres Obergeschosses, eine kleine Wall of Honor, mit unterschiedlichen Bildern von Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, ich bin da auch zu finden. Deputy Sheriff ist zu finden. Einige Honorable Mentions der Vergangenheit. Ich hab auch schon Mr. Krüger gesehen. Ich hab Mr. Marino gesehen. Wo bin ich? Lüge hab ich schon gesehen. Und ich erkläre mich gerne bereit, bei besonderen Leistungen hier gewisse Bilder auszutauschen beziehungsweise zu integrieren. Ja, das geh ich gerne so weit ein. Roger Arim, von dem hab ich gelesen. Dann haben wir hier einen Lounge-Bereich, würde ich fast sagen. Hier können Sie sitzen und vielleicht mal ein bisschen entspannen. Wir werden jetzt einmal im Kreis gehen und dann zeige ich Ihnen in der Mitte alles. Folgen Sie mir bitte. Kannst du den Banden sehen? Mhm. Das ist mein Bruder. Ich will der beste Fahrer bin. Da ist ein Verständnis. Wo? Da. Na da. Das ist der Manni. Oh ja, der Manni. Aber Herr Lück ist in den Melancholik. Willkommen nicht nach. Ich bin der tiefste Herzen, ganz oben an der Spitze. Mielaufpassen. Ja. Das ist ein Trainingsraum für sportliche Aktivitäten. Oh, Sport. Ein Trainingsraum. Das sind drei Duschkabinen, wo sie sich dann auch duschen können nach dem Training. Das ist ein schlundliches Upgrade. Oh, haben wir hier Kaffee? Nee, der Kühlschrank ist abgeschlossen, glaube ich. Jetzt bitte ich die zwei Kolleginnen und Kollegen. Miela, was machen? Ich kann nicht wieder das sehen. Könnt es. Miela, ich brauche euch. Euer Einsatz. Eure Abteilung, los rüber da. Entschuldigung, wir haben uns die Küche angeguckt. Komm nach vorne. Wir vorne noch mal bitte. Tag auch. Komm mal durch. So, das hier ist jetzt der Bereich für unsere Forensik und für unser intern geplantes medizinisches Einsatzteam. Sie können jetzt gerne mal durchgehen. Hinten zu sind Betten und Sie können mir dann fragen, ob das für Sie reicht. Oh, boah. Da haben wir Betten, da haben wir ein medizinisches Einsatzgerät. Das sollte soweit. Das können Sie ja Dr. Seed dann sagen, ob das für Sie reicht. Das reicht definitiv. Ja, dann sagen Sie ihm Bescheid und er soll sich dann einfach bei mir melden. Darf ich meine Creme hier hinstellen? Ja, das müssen... Meine Creme. Ihre Creme? Ja. Ja, das ist besondere Creme. Ja, Sie können Ihre Creme holen, wenn Sie dann hier tatsächlich eingezogen sind. Hinten. Wundervoll. Also das ist... Mila. Ich habe ihn zum, oder? Ich rufe ihm Dr. Chicken an. Guck, wie viel ich ruhe. 20 Kilo mehr wegen dem Povo. Hallo? Dr. Chicken. Ja. Wir, Mila und ich, wollten gerade am neuen Pity battlen. Jetzt hat er Manni uns mitgenommen. Die haben hier... Pass auf. Aber du sollst dich eh beim Hermanni melden. Die haben hier einen Riesenraum. Ja. Die haben super viele Gerätschaften. Haben Stationen zum Desinfizieren, Handwaschen, Medikamente. Ein Teleskop, Schlagschluck, wo man durchgucken kann, damit man kleine Sachen sehen kann. Ja, perfekt. Zwei Betten, Lichter, alles mögliche. Am besten kommst du... Die machen gerade eine Rundführung ins Pity. Ich rufe dich gleich nochmal an. Kommst du dann her? Ja, kann ich machen. Ja. Wenn die dann fertig sind mit ihrer Rundführung, ganz entspannt. Okay. Dann rufe ich gleich nochmal an. Aber hier ist auf jeden Fall genug Platz um den Ding. Ja, perfekt. Perfekt. Nice. Okay, bis gleich. Bis gleich. Oh mein Gott. Mein Lille hat Bakterien. Das ist normal. Ah! Hast du gerade von Hermann N. Tide gesagt? Warum nicht? Weiß nicht. Hä? Das ist doch normales Jogu. Jogu. Guck mal hier, wie eine Wash-Station. Ja, Gänz-Gäser. EKG. Oder was auch immer das sein soll. Ich bin ganz ehrlich. Ich weiß mit der Hälfte hier nichts anzufangen. Aber wenn ich mein Thema habe, ist alles super teilt. Ja. Okay. Lass weiter in der Herberuf und gleich Dr. Chicken an der soll herkommen. Okay. Bin ich hübsch? Ja, pfohl. Können wir aber auch aufschießen? Nein. Ich denke, wir bekommen einen Schlüsselpfer. Okay. Das wäre super, weil es ist ja böse, weil wir hier nicht hinkommen wollen, weil unten abgeschossen ist. Na, die lassen uns immer rein. Sind die jetzt hin? Ja. Irgendwo hier lang bist du. Da hinten. Frage ich doch. Ja, du kommst. Ich rückwärts raus. Was? Wer medizinische Hilfe benötigt, einfach melden. Ihr habt nichts verpasst, da ist die Shisha-Bara. Vorsicht, bitte nicht umtampeln. Gut. Okay, dann Frau Veyn, kommen Sie. Wo sitzt jetzt hier das DOJ? Kommt wahrscheinlich. So, hier betreten wir jetzt den Bereich unseres neuen Besprechungsraums. Besprechungsraum. Auf der linken Seite sehen Sie, dass es hier deutlich mehr Platz gibt für unsere Besprechungen. Und auf der rechten Seite, und das ist jetzt für die Frau Veyn relevant, haben wir rechts und links zwei Büros, die der Staatsanwalt hat, beziehungsweise dem Department of Justice zugestiegen sind. Das heißt, Sie vergrößern sich auch. Ich denke, das ist auch angemessen. Wir haben regelmäßig mehrere Staatsanwälte bei uns. Das ist hier auch ein sensibrecht viel. Aber auch mit mehr Sicht gerechnet. Dann ist das hier für das Department of Justice. Wenn Sie Staatsanwälte suchen, würden Sie die wahrscheinlich hier oben finden. Wenn Sie Fragen haben, dann... Ist schon schick, ne? Hä, fängt das nicht schon wieder von vorne an hier? Ja, geht so. Ey, ich bin ja voll. Was ist denn mit dem Eastgate? Hat der... Eastgate, die sollen wir dich untersuchen? Hast du einen Schlaganfall? Was? Wir sind gerade eine Treppe hochgelaufen. Gut, jetzt bin ich natürlich genau auf der falschen Seite rausgekommen. Also müssen wir umdrehen. Natürlich fängt es nicht schon wieder von neu an. Gut. Ey, ich war doch hier schon gewesen. Ja. Nicht, 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 nicht. Die sind alle hinter dir. Hör auf. Klecker. Was? Ich wollte doch nur ein Stück tinken. Das war ein voll. Konzentrieren. Aber guter Taffel. Das ist nur für einen Moment. Gute. Ist wieder Bord drauf? Nein, Dr. Puck. Deswegen ist es umso wichtiger, dass unten die Glastüte rauskommt. Deod. Ich bin Deod. Ist denn Garfield so? Diese Katze? Das ist Deod Puck, du doof. Warte, fisch Deod Puck. Kennst du nicht Puck, diese Handye, ab dem man füttern muss, den kleinen Aachenbeutel? Ach doch. Oh doch, ich hatte der. Ja, ich bin Deod Puck. Deod Puck. Heißt du weiblich eigentlich DJ oder DJ? Die Jane. Die Jane. Echt? Das war nicht gegen die Tür. DJ Tana. So, mein neues Ziel ist, auf die Wand zu kommen als bester Fahrer. Wir warten noch auf die rechtletzten Kolleginnen und Kollegen. Aber Herr Wallkopf, ich muss sagen, dein Bad harmoniert sehr mit dem Bodenbelag hier. Ja, das ist ein lustiger Kerl. Ja, ja, ja. Ich bin auf den Zellentrack gespannt. Ich stehe mir nicht auf Eisenstäbe. Ja, andere Sache. Andere Sache. Also, jetzt haben Sie sicherlich schon gefragt. ASU fragt sich, wo die Plattform ist fürs Abheben und die Garage wird auch hinterfragt. Der Fahrstuhl hinter Ihnen ist genau für diese Prämisse. Wir haben eine Tiefgarage, die, also, ich zeige Sie nicht, wir fahren jetzt nicht alle da runter, das ist ein Fehler. Aber, wenn Sie die Muße haben, sich unsere Tiefgarage mal einzusehen, werden Sie feststellen, dass die außerordentlich viel Platz bietet. Die Einfahrt der Tiefgarage ist auch am Gebäude dran. Sie fahren sozusagen dran vorbei, wenn Sie zum Haupteingang wollen. Wir haben vor dem Gebäude unheimlich viele Parkplätze. Wir haben in der Tiefgarage alles an Parkplätzen. Ich weise Sie trotzdem an. Das ist das, was mir von Paletti und Partner gesagt wurde, dass Sie nicht unten Fahrzeuge einfach so stehen lassen sollen. Nicht, dass die irgendwie verschwinden oder sowas. Ja, das ist wichtig. Also parken Sie die dann auch ein, wenn Sie da länger stehen. Dann direkt die Frage wegen Privatfahrzeugen. Privatfahrzeuge vor dem PD einfach abstellen. Wir haben zwei große Parkplätze diesbezüglich. Ich denke, das passt. Wenn es nicht passen sollte, werden wir diesbezüglich nochmal eine Anweisung rausgeben. Man hat auch, ich glaube, wir könnten, das wurde mir auch vorgeschlagen, eine öffentliche Garage hier vorne platzieren. Das ist südlich, das vor dem PD ist südlich. Die Garageneinfahrt ist auch südöstlich, so ein bisschen. Und wir, die, es gibt eine Einfahrt auf der nördlichen Seite und eine Einfahrt auf der östlichen Seite. Eine Sache noch. Und das gilt jetzt für Sie. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich für den Weg hier vorher lieben. Wir haben noch keinen Namen für dieses Polizeidepartement. Wenn Sie eine interessante Idee haben, die mir gerade nicht ins Ohr geschrien wird, dann melden Sie sich bitte bei Officer Huckaberry und tragen Sie ihm das zu. SMS. Tatsächlich ist, ich habe, ich habe auch einen Vorschlag, den ich irgendwie so mit verarbeiten würde und dann werde ich mich entscheiden. Ich will, bitte nicht dazwischen sprechen gerade. Ich will erstmal nur Vorschläge haben. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass mir das gefällt, beziehungsweise, dass ich das nehme. Aber Sie hätten zumindest so Einfluss auf die Entscheidung. Ich habe eine gute Idee. Also so ein bisschen. Das sage ich dem Mann gleich. Wo soll man abgeben? Also. Können Sie mal ein Beispiel für einen Vorschlag? Ich meine, wir sind die Polizei. Mein Vorschlag beispielsweise, mein Vorschlag wäre Blackrock PD. Genau, das wollte ich auch sagen. Wegen der schwarzen. Aber wir können still einfach Krankenhaus nehmen. Ich schwöre bei Gott, ich wollte Blackrock sagen. Nein. Okay. Der Tose-Stern. Warum nennen wir es nicht einfach PD PD? Es gibt heute keine weitere Besprechung, also keinen Appell aufgrund der Situation hier. Ich möchte, dass Sie sich einarbeiten, dass Sie sich vielleicht mal an so einen Rechner setzen. Das ist noch sehr, sehr viel Neues. Wir werden jetzt Pressemitteilungen rausgeben. Hätte ich das mal reingeschrieben. Wir werden auf Social Media schreiben. Machen Sie sich gefasst, dass eventuell der ein oder andere Besucher vorbeikommt. Es ist nicht möglich, hinter die Glasabsperrung zu gehen. Sie können das Polizeidepartment nicht zeigen, ohne Erlaubnis. Für Staatsanwälte werde ich gerne noch mal eine Ausnahme machen, wenn da was gezeigt werden muss. Für Richter auch natürlich. Also DOJ-Personal ist da jetzt ausgenommen. Aber Zivilistinnen haben jetzt hier hinter nichts zu suchen. Also wenn dann nur im Rahmen eines Einsatzes. Ähm, Chief? Ja. Ich wurde heute schon mehrfach gefragt von Bürgern, ob die die Möglichkeit haben, dies zu sehen. Gibt es da eventuell eine Möglichkeit, dass die Presse das sieht und dementsprechend da Videomaterialien bekommt? Ja, Reasonless und Cinti werden, wie gesagt, informiert. Die können dann auch Bilder machen. Aber Zugang jetzt einfach so, dass es hier, wir haben hier Waffen, wir haben hier Fahrzeuge. Das ist nicht so einfach. Nee, genau, nur damit ich halt einfach nur... Genau, es kommen Bilder über die Presse. Was hältst du von Kabul Hotel ECD? Ich hab schon drei Vorschläger in Hackeberg geschickt, ich bin da aktiv. Was denn? Wie sieht's aus mit dem Gruppenbild vom 9PD? Kleinen Moment, kleinen Moment, einer nach dem anderen, bitte. Das schwarze Loch. Ja, Black Hole war mein Vorschlag. Wie sieht's aus mit dem Gruppenbild mit der ganzen Truppe vom 9PD fürs Internet? Gute Idee, machen wir sofort nach dieser kleinen Führung. Ja? Ja. Ja, ich werfe jetzt hier kein Champagner auf das neue PD, ist hier kein Brot. Oh, das pickt ungelig. Ja, ist in Ordnung. Wir brauchen jetzt nicht. Wir brauchen den amerikanischen Bourbon. Gut, sonstige Fragen? Wo kriegen wir nochmal unsere Ausrüstung? Die Ausrüstung kriegen Sie in der Asservatenkammer. Das ist hinter diesem großen Bereich. Aber da können Sie gerade nicht rein. Da brauchen Sie einen hochrangigen Officer, der das für Sie aufmacht. Okay, und die... Wenden Sie sich an Management und Operations. Marino und so weiter. Warum, ich weiß, dass das passt doch. Ich hab auch eine Frage. Ja? Und zwar, was ist denn, wenn wir Leute verhören müssen? Weil sie sagen ja, keine Zivilisten hier rein. Nein, keine Zivilisten. Ja, wenn sie verhören können, dann ist das ein sachdienlicher Zweck, die hier reinzuführen, natürlich. Es geht jetzt darum, ey, hallo, ich möchte gerne das Polizeidepartment begutachten. Nein. Wenn er kurz Luft holt. Darum geht es, um diese Kandidaten. Ja, alles klar. Ich hab eine Frage hier hinten. Ja? Ähm, für uns Mediziner. Ja. Ähm, wenn wir hier rein müssen, kriegen wir in Schüsse oder werden wir dann reingelassen? Sie werden reingelassen. Supi. Okay, das war eine gute Frage. Äh, noch eine Frage. Mhm. Ist das alte Gebäude dann komplett stillgelegt oder gibt es irgendeine neue Verwendung dafür? Äh, die neue Verwendung dafür ist, dass wir unsere lokalen Schießtrainings noch auf der Schießbahn machen unten. Ah. Weil das Gebäude bleibt auch erhalten. Wir haben auch eine neue Schießtrainingsanlage oben in unserem Test. Schwarz, das war legal am Anfang. In unserem Test. Informationsbeschaffung. Wundervoll. Detektiv und so. Die ist auch sehr schön geworden. Kann ich nur so sagen. Schön. Gut, dann würden wir uns jetzt nach draußen begeben für das, äh, Polizeidepartement-Personal, damit wir nochmal ein Bild machen können. Äh, das Bild wird gemacht von Reed. Wo ist denn meine Uniform? Reed, Raven. Oben im Schrank. Oben. Ja, Sie können das doch gleich für Social Media benutzen. Gerade erklärt. Erstes Stockwerk, da können Sie sich umziehen. Weißt du wo? Komm mit. Nee, ungefähr. Das war eine super Rundfahrt. Das war eine gute Fahrt. Das hat Spaß gemacht. Oh, schon gut. Komm, wir müssen raus, sonst schließen wir nicht ab. Manchmal musst du mir einfach vertauen. Ja, mach doch. Ich hab nur Angst. Hat die andere wieder Angst? Hä? Hattest du Angst? Ja. Warum? Verstehe ich's nicht. Das ist recht voll. Der Schief war bestimmt abgelenkt von der Hose. Der konnte fragen, was er wollte. Ach so, ja. Der hat bestimmt schon ein Gürtel geschwungen. Oh, was ist denn hier los? Werden wir uns da reinzneaken? Ich ruf ihn nochmal gleich an. Ja, alles klar. Bis gleich. Nein, bist du für schuldig? Ja, der Sheriff kann das nicht machen. Alles klar, Hawkins, Sie machen das Bild. Wir müssen aus dem Hintergrund verschwinden. Reed, lassen Sie das Hawkins. Der kann das machen. Ja, das ist das, glaube ich, am besten. Ich werde erstmal meinen Weihnachtslitz abnehmen. Ich möchte hinter Hackerberry. Ich will nicht ganz vorn sein. Rechnen Sie mich nicht so weit. Ausziehen. Ja, das wäre auch super. So, warten Sie mal. Wir wollen in die... Sieht aus, der Zeit nie in den Weightbox erledigt. Ja, wenn das passt. Weight first. Wobei, Sie müssen das nicht, Chief. Sie können auch da stehen. Nee, nee, ich bleib so. Die erste Reihe am besten einmal mal in die Knie gehen. Mhm. Damit wir so eine kleine Abstufung haben. Hä, klar. Nein, bleibt da sitzen. Mr. E-Skate, passt das auch bei Ihnen? Wollen Sie sich noch irgendwie besonders hinstellen? So. Die kleinen nach vorne. Genau. Sind alle so weit? Dann bitte einmal Cheese. Donut laden oder irgendwas sagen, damit Sie lächeln. Genau, Donut laden. Stopp-Raup. Cheese. Whisky. Perfekt. Super. Huckleberry, ich sende Ihnen das dann. Das ist ja großartig. Wo ist denn hier das Klo? Gut. Wenn du reinkommst, direkt links rum. Danko. Schaffst du? Ja. Okay. Dann, ähm, Sie wissen es Bescheid. Sie sind informiert, auf das es, äh, auf das es besser wird. Also mehr Platz bietet es auf jeden Fall. Wir werden sehen. Wir müssen uns erst mal einarbeiten. Was will er eigentlich schaffen, ja, schaffen wir dann zusammen. Johnson, Johnson, Johnson. Marino. Ich muss dem Moneypon. Komm, wir gucken, was da ist. Okay, weiterkommt. Ja, eingehen und sich einfach rein. Wir wollen ihn gucken. Okay. Aber, Mila ist Pipi machen. Ich lusche da nur kurz schnell rein. Oh. Das sind die Zellen, oder? Da ist nur ein Pängel. Ah. Voll gut. Ui. Boah. Hier bleib ich niemals lang, weil ich bin kein Krimineller. Wie die neue, oder wie die alte? Okay, okay, okay. Okay, okay. Und hier ist gleich, oder was? Oh, cool. Lass mich rauspenseln. Shit. Schön, schön. Ist offen? Komm, Sie durch, Sweet. Entschuldigung, kann ich durch? Abgeschlossen. Ich kann aufmachen. Oh nein, ich nicht. Oh, oh. Hilfe. Du, hast du den Code? Ja, natürlich. Kriegen wir den auch? Nein. Aber ich bin ein feiniger Officer. Ui. Wo ist die Kiefer? Ja. Glück. Ich hab dir vorhin auf die Fresse gegeben. Kannst du dem Hermanni fragen, wann Dr. Seed anrufen kann? Wer den anrufen kann? Nein, wann Dr. Seed den Hermanni anrufen kann. Der soll wahrscheinlich einfach anrufen, oder? Oh Mann, ich ruf den jetzt an. Entschuldigung her, wir müssen uns das oben angucken. Das ist aber schwer dunkel. Wir haben dir die Erglaubnis, da reinzugehen. Habt ihr ja gehört. Ja. Wollt ihr jetzt oben rein? Ich kann doch aufmachen. Ja, ja. Der Dings muss kommen. Ich war piki. Aber der könnte nochmal eine längere Beleitung einstellen. Oder warte, ich sag ihm, er soll den Manni einfach anrufen. Ui. Ui. Ja, könntest du? Ja, ruf mal einfach den Hermanni an. Ansonsten haben wir die Berechtigung, dass jeder Polizist uns aufschließt, damit wir oben hinkommen. Nur uns, oder? Ja, ja, natürlich nur wir. Nur das Banker. Das hat der Manni auch gesagt. Ja, sehr schön. Dann kommen wir doch nicht rein. Wir machen nur Drama. Die anderen, das sagt Herr Dr. Lück auch, die anderen kommen da nicht rein, die machen nur Drama. Ja gut, die anderen haben ja auch ihr Krankenhausdruck nicht. Es ist so, wie gestern besprochen wurde, das ist die Zweigstelle vom Banker und wir kümmern uns um die Polizisten, um die Verbrecher, um alles. Perfekt. Oder Ammonisch. Okay. Dann ruf ich ihn gleich mal an, wenn ich hier fertig bin, ja? Ja, alles klar. Da ist ein verdammter Skistand direkt neben unserem Piddy. Aber das hört zu krass an. Aber guck mal, die Kollegen haben gut gehört doch, Mr. Hobbs, alle losgerannt. Ja, guck mal, ich bin die Einsatzleitung hier, verdammter Scheiße. Gute Polizistarbeit. Ja, 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 das wird die, das wird das Emination sein. Herr Manni? Sie haben mitgekriegt, wie ich mich durchgesetzt hab. Mhm. Herr Manni? Und sie haben gedacht, dass die, dass die Mütze mich davon ab... Okay, gehen sie einfach weg. Ja, Manni! Nicht weglaufen! Herr Manni! Was denn? Der Hesid ruft jetzt gleich an, ja? Ja, ja. Und das Banker hat dann die Erlaubnis herzukommen, wenn alles geklärt ist. Ja, genau. Und die Polizisten schließen auf. Ja, genau. Das ist der Plan, ja. Alles klar. Hallo Herr Manni, sehr freundlich, mein Name ist Mila. Meine Freundin nennt mich Mila. Sie können mich aber Mila nennen. Sie sind nicht gerade bei der Flur? Ja. Vertrauen Sie mir, die ist supergut auf Ihrem Gebiet. Sie ist zu schlo. Ja. Okay. Ja. Interessant. Interessant. Interessant, okay. Keiner ruft dann gleich an. Ja. Das war gut, oder? Das war gut. Das ist für die Abteilungsleiter. Aber ich muss mal davon sagen, ich glaube, wenn jeder seinen Fahrt, oh, okay, wenn jemand seinen Fahrt, das macht keinen Sinn, wenn alle hier im Fahrtzeit parken, okay, das endet katastrophal. Wäre es nicht besser, wenn man hier jemanden beauftragt, der die Fahrtzeit einparkt, umfragt? Ja, ja, das wäre viel besser. Ja, ich glaube auch, sonst gehe ich jedenfalls kacken. Oh mein Gott, was? Wapwood, wo will denn der hin? Kann man machen, oder? Ja, so, die Katja, ein Jeep, also, so wie traurig. Scheiße, ich will auch nur über alles, umsonst. Warum ruft der denn da hinten am... Da, alle schau-lustige hier. Gaffa, direkt mal 500-Dollar-Ticket fürs Gaffen. Also, ich wäre ja für den Namen Power-PD, weil das an der Power-Street ist. Ich bin für Habo-Hotel. Ich schwöre bei Gott, ich wollte auch Blackrock sagen. Echt? Gute PDF. Warum Blackrock? Weil in der Welt der Kriegskunst, in dem MMORPG, gibt es einen riesengroßen schwarzen Berg, der heißt Blackrock. Und das sieht fast genauso aus. Entweder Blackrock oder Mordor. Ich hab auch eine Idee. Mach's dann, Mila. Das ist ja mit so einem großen roten Auge oben auf dem Gebäude. Genau, brauchen wir nur ein Auge oben. Was für Alarm. Geht's den gut, Cortez? Sie sehen heute gar nicht gut aus. Entspannen Sie sich mal. Achso, ja, okay, weiß ich. Ich mach. Sie sind sehr angespannt und sehr... Mila, der hat mir den Namen geklaut. Ich hab sehr gut geschlafen. Grüßt denn, Frau Cortez? Hallo, Frau Cortez? Ja, hallo, Leute. Wo ist sie? Aua! Mensch, ey, also, hier. Hast du irgendwas geschaffen? Hast du gesehen? Ich hab irgendwas... Mila, komm, geh mal mit von Hazel. Oh, Hazel? Ist Hazel hier? Ja. Wirst du schon drin? Alle mal entspannen, bitte. Nein, das ist mein Kollege. Wo ist denn Frau... Frau Cortez, lass dich doch jetzt mal bomben. Spann dich doch mal, Frau Kölde. Entspann dich doch jetzt mal. Hab ich doch. Entspann dich besser. Mach's nochmal, zieh deine Schuhe aus. Keine Ahnung. Entspann dich gegen die One, so. Das haben wir damals immer gemacht. Das haben wir damals immer gemacht. Nee, 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 nee. Damals, damals, damals haben die so was gesagt wie, ey, wir sind zwar in der Wüste, aber geh doch mal ein Bild aufhängen. Ich hab mal eine Frage. Diese Idioten. Bekomme ich damit auch so Entspannungen von der Schulter weg oder so, wenn ich mich da so richtig gehe jetzt mal? Na, Karl. Das ist, ähm, Style 9, 3, 4, so nennt man das. Sie können auch die Arme hochnehmen, dann kümmere ich mich um Sie. Ich bin noch ein bisschen hart über den Boden. Ich bin Mediziner von Belker. Ja, das hat der Dr. Schack mir schon erzählt. Sie sieht richtig gut aus, Big Puddy. Man nennt mich jetzt Milaminal. Wow, heftig, krass, scheiße. Sie sieht richtig gut aus. Ja, das Wege hat die Zweigstelle im Puddy hier. Okay. Ähm, ich musste mir mal das neue Puddy jetzt angucken. Habt ihr euch das alles schon angeguckt? Ja. Ja. Ja, ich hab gebettet vom Puddy. Dann würde ich sage, Geister, du mal hier rum. Das ist ja nicht verboten. Du, du, du. Du, du. So viele Stimmen in meinem Kopf. Okay, ich geh mal rein. So viele Stimmen in meinem Kopf. Ja, ähm, okay, dann zeig mal. Follow me around. Sie sind so die, du hast ja dann mit denen Freak unterwegs gewesen, ne? Kann sein, keine Ahnung, wenn die anderen waren. Und das, das, ist das ein Kumpel von dir? Nö. Das sind auch nur Bettler. Ja, okay, okay. Okay. Warum? Was ist das? Und, 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 ähm. Ich werde ohne meinen Anbeiz keine Frage befragen werden wollen. Nein, das ist doch keine Frage. Ja, ja, ja. Entschuldigung, mach Platz, Rotar. Hey, hey, ganz locker, okay? Ganz locker. Hör auf, meine Kerne. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Wir beruhigen uns. Ja. Ähm, Dr. Chicken hat den, Hermann, Hallo, Dr. Chicken hat den Hermann, die wird dann gleich anrufen. Wir haben aber jederzeit, also ihr im Prinzip, oder wir, jederzeit Zugriff oben auf, ähm, die Räumlichkeiten. Ah, sehr gut. Aber auch nur das Welke. Wunderbar, das klingt sehr, sehr gut. Aus dem hohen Norden, extra hier hoch. Ja, und wir haben jetzt hier eine Zweigstelle im Pili. Ah. Immer so ein kleines Team, was sich um sie kümmert. Um die Pizisten, um Gefangene. Na, aber, das hört sich gut an. Na, damit sie das alles viel schneller abwickeln können. Das hört sich sehr gut an. Ja, da hat der Mann, die direkt die Profis geholt. Mhm. Genau. Die machen keine heilen Sachen. Muss man ihm lassen. Die besten. Gute Entscheidung. Und mich freuen, sie dann öfter hier oben zu sehen. Und, meine ich, unten. Ja, genau. Aber, wie man es nimmt, wie man dreht und wendet, ne? Genau. Nie ohne Seife waschen. Ist so. So, Mila macht hier eine Rundführung. Ich weiß nicht, worum. Aber mit Frau Cortez. Die arbeitet doch hier, oder? Wollt ihr das schon sehen? Ja, gerne. Ja, gerne. Dann müssen wir fragen, ob ihr uns aufschließt. Na, wir haben doch gleich hier einen vor uns. Ja, aber ich glaube, er weiß noch. Ich glaube, er traut sich nicht. Marti, ich frage, ob es ist ein Glück. Oder Pinsel. Hallo, Frau Hinsen. Pinsel, kannst du uns aufschließen? Na, Glärchen, komm. Nimmst du Pinsel mit. Moment, schuld, guck Mila noch. Mila, komm. Warte kurz. Aber wir gehen noch mal oben in den medizinischen Bereich. Muss jemand denken? Ja, aber denk dran. Dann komm nach oben gleich, ne? Hallo. Okay, bereit. Hat die eine Führung, oder? Also, wollt ihr alles sehen? Ja, klar. Ja, gerne. Okay, also, mein Mann. Ja, dann sag nur Bescheid, wenn ihr gleich hochgeht. Ja. Boah, ich bin mit einem Flummi. Reed. Du Arschkeige. Du nennst mich Pferdemädchen. Nein, bist du nicht. Waven? Was denn für das? Ja. Weißt du schon die neuesten Neuigkeit? Hm, was hier hier reinkommt? Ja. Das schief gerade erzählt. Voll cool. Oh, guck mal, da kommen wir hier von mir. Wenn ihr eingeschossen seid, kümmern wir uns. Guten Abend. Ich kriege dem einen, der ist nicht gefallen. Ja, ist doch scheißegal, was denen gefällt. Verkauft die Frau mir auch was? Ja, eigentlich verkauft die allen was. Musst du mal hingehen. Nein. Und jetzt gerade ein ganz kleines bisschen problematisch nur, aber hier sind doch super viele Leute. Und hier fahren super viele Leute gerade vorbei, um sich das anzugucken. Oh, Tatsache. Boah, ist das günstig. What the fuck? Donut, Spargel, Cheesecake, Junge. Donut, Toast, Hawaii mit Toffee-Fee. Was sind denn das für Perverse? Danke. Okay, wir können jetzt hoch. Aber eigentlich, was die hier verkaufen. Was verkaufen die denn? Donut, Hawaii-Toast, mit Cheesecake. Wer hat sich das denn ausgedacht? Okay. Genau, genau. Meine Kniescheibe war verdreht. Wir machen, Mila, ich gucke einfach selber ein bisschen rum. Ja, die war verdreht. Sollen wir das so machen? Alles klar. Okay. Also, bevor ich jetzt in den Spielbox fahre, und ihr seid hier, der Schotzen, oder? Das ist der Plan von Hermani gewesen. Und da links ist die Toilette. Sehr wichtig. Toiletten sind sehr wichtig. Ja. Okay, dann kommen Sie einmal mit mir. Moment, Mila, was hast du vor? Ich habe eine Knie-OP gehabt, vor einer Woche. Okay. Ich habe immer noch den Nagel im Knie. Ach, du Scheiße. Und ich habe keine Lust, ins Spielbox zu gehen, tatsächlich. Ja, Mila, aber dann lass uns die Dings mitnehmen. Dr. Heseln sucht. Jojo. Genau. Okay. Dann können Sie Ihren Raum direkt testen, oder? Ja, wir haben direkt eine verletzte Person. Oh, und der B? Äh, verletzt bin ich ja nicht. Nicht verletzt. Und Mila wollte sich um kümmern. Dann müssen wir da rausbringen. Okay. Sie hat nur noch eine Nachbearbeitung. Jawohl, dann auf geht's. Auf geht's. Ich bin außer random Band. Das freut mich. Sie haben den ersten Auftrag gerechnet. Würdest du mich immer auch... Keines? Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich hinbekommen muss. Ja, dann soll der jetzt mitkommen. Warte, Entschuldigung. Komm, exklusiv, wenn du eine Behandlung baust. Ja, ich brauch Trink, Trink, Vitamine. Wir machen jetzt oben auf kurz. Was, wo, wie, was? Na, oben. Im Behandlungszimmer. Natürlich, muss sein, ne? Die erste Polizistin hat sich auch schon gemacht. Ich dachte, Carse, du kannst dann da so auf Datebasis hin. Achso, ja, das mach ich gleich. Ich hab schon noch alle angepasst. Achso, ich hab das okay. Bist du irre, meinst du, ich behandle dich jetzt drei Stunden? Was hat sie damit zu tun? Du kriegst einen Riechsack holen, dann hat sich die Sachen. Nix, dann hast du einen guten, guten Grund an der Cover zu gehen, oder nicht? Hier ist, ähm, die Tour. Ja, mach auf. Oder ich hab so, mein Gehirn rattert gerade, Alter. Ich muss aufpassen, hat keiner Scheiße baut. Weil wir den Baker nicht kaputt machen dürfen. Da oben ist dann immer offen. Man muss quasi nur einmal unten durch die Tür. Genau. Durch die Glascheibe. Hier lang. Dann wo lang? Hier rum? Hier rechts befindet sich eine Küche. Da kann man Kakao machen. Auch immer gern zuschlagen beim Kühlschrank. Ein Direkttipp von uns ist der medizinische Bereich. Ich weiß nur nicht, wo Mila ist und so. Dann setz dich einmal hin. Wow, richtig gut, oder? Mein Gott. Was machst du denn? Warum liegst du nur auf dem Boden? Oh. Ja, natürlich braucht man eine Detektion-Vitamine, ne? Dann machen wir das so. Es lebt quasi nur von Koffein und Kokain. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ein, zwei, drei. Ah, ja. Geht wieder? Jetzt ist es wieder groß. Ich habe die Hände eines Gottes. Und gleich wollten wir uns noch mit Pinsel treffen, oder was? Weiß nicht. Ja, meinte der irgendwie. Aber machen wir nachher, ne? Findet ihr euch erstmal hier schön zurecht. Grüße. Also, für euch zur Aufklärung. Ich habe einen Autounfall gehabt. Also, ich bin angefahren worden von einem Zivilisten. Und da ist es, dass meine Kniescheibe verdreht war. Die wurde wieder richtig hingedreht, alles drum und dran. Aber zur Stabilisierung mit dem Nagel. Aber jetzt ins Pillbox zu gehen, macht keinen Sinn, wenn ihr eh schon vor Ort seid. Genau, das ist ja die Idee dahinter. Der Nagel ist halt noch drin. Achtung, Piekse. Ja. So. Okay, dann warten wir kurz. Ich bin auf Fußball. Mir ist kurz Telefon, okay? Ich bin auf Fußball. Danke. Du schaffst das schon. Alternative Heilmittel. Wir machen schnelle Abblicken. Ich suche euch gerade. Achso, ich habe immer nur deine Nummer gelöscht. Wir sind natürlich in unserem medizinischen Bereich. Bin so. Da, wo wir hingehören. Ja. Bin auf dem Weg. Klaus gleich. Ja, könntest du? Ich will eine Gehaltserhöhung. Ich bin hier alles am klären. Wir haben den Laden schon aufgemacht. Hier sind schon Leute, die es verarzt lassen von uns. Ja, perfekt. Ja, ich komme auch gleich. Hast du schon mit Hermione gesprochen? Ja, habe ich schon. Er hat gesagt, ich soll gleich durchkommen. Genau. Das mache ich auch sofort. Okay. Bin gerade drin behandelt. Oh mein Gott. Wir sind absolute Profis, aber ich hoffe, dass die mit unseren alternativen Heilungskünsten klarkommen. Weil Mila hämmer hat da gerade einen Nagel aus einer Kniescheibe oder so. Ach ja, stimmt. Das war die Dame, die unzufrieden war, weil die unten haben ihr einen Nagel in den Fuß gesetzt, weil wegen einer kleinen Schürfunde... Und Mila hämmer hat ihn gerade raus. Ja, das ist perfekt. Na, dann schwing deine Arsch. Und ich will eine Beförderung. Na klar. Tschüss. Ciao. So, Dr. Hähnchen, komm da. Was los? Wir müssen taponieren. Ein bisschen mehr Aufträge. Ja, weil ihr im Norden habt ja echt wenig zu tun, oder? Ja. Also geht eigentlich. Wir werden quasi angerufen von Zivilisten, die sich nur von uns behandeln lassen wollen. Bei denen Pellbox halt, ne? Ja, das war für uns immer halt ein bisschen doof, weil wir halt da ein bisschen Norden hochfahren mussten. Ja. Und wenn ihr mit dem Heli die Leute da... Warum hat sie eine Fackel in der Hand? Das ist so Veröldung der Wunde. Ich verölde das. Ja. Okay. Tschüss. Ich gucke einfach weg, ja? Ach Gott. Na, Caro. Ich gucke auch weg. Ähm, nee, für uns war es halt doof, weil wenn ihr mit den Leuten mit dem Heli vor allem da hinfliegt, wir sind ja gar nicht in der Zeit da, bis die bei euch eingeliefert werden. Ja, das stimmt schon. Aber das ist ja jetzt Schnee von gestern. Das finde ich... Ich finde das gut. Der Money kam gestern hoch. Und dann haben wir den Money von der... Aber das haben wir gestern erst entschieden? Ja. Dann haben wir den Money von der Problematik gezählt, dass das Backe nicht so gut mit dem Pellbox gar kommt. Weil das sind eher so Leute... Ich weiß nicht, wie man das definieren kann. Es sind verschiedene Arten von Medizin. Genau. Würde ich mal freundlich umstellen. Dann hat der Money mitbekommen lassen, weil die absoluten Profis sind. Ich meine, wir sind gerade unpassend gekleidet, aber eigentlich war auch der Plan hier zu betteln, anstatt zu arbeiten. Aber vielleicht, wenn ihr ein bisschen seriöser rumläuft, dann könnte das echt cool für das PD werden. Wir bekommen ja auch neue Uniform. Die übrigen schwarz-weißen. Das passt perfekt aufs PD. Das wäre alles geplant. Das finde ich gut. Das ist unfassbar. Mila, deine Patientin. Ich hole Kreme. Ach so. Ich glaube, sie holt noch was. Stimmt, das ist meine Frau, die hat eine Creme entwickelt. Die Schmerzländer. Schmerzländer. Sicher, dass das die richtige Creme ist? Vertrauen Sie uns. Wir sind Doktoren. Okay, ich versuche einfach zu vertrauen. Keine Sorge. Ich mache es sogar nur ein bisschen, sodass sie heute auf jeden Fall noch arbeiten können. Pinsel, wirkt die Creme von Mila? Wo? Na, Milas Creme, die Mila gefunden hat. Ist die gut oder schlecht? Doch, die wirkt mega gut. Wirklich gut? Hä? Ich habe die immer benutzt. Ich habe nur keine umgebracht. Ich habe eine gute KD. Was ist eine KD? Na, krieg das rein, so. Ja. Ich habe nicht die Kondule gespielt und so. Also, kein Sorge, meine Creme verhindert, dass die Narben zu doll werden. Außerdem sorgt sie dafür, dass die Hautpartikel und Bootkörperchen sehr, 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 sehr angeregt werden. Und somit arbeiten sie schneller gegen die Wunde. Okay, du stell dich doch mal lieber an die Seite. Oh, oh, ich habe nur meine Porn geguckt, du Schwein. Und in dieser Creme ist auch absolut keine Lestelle drin. Ja. Absolut nicht. Absolut keine Spur. Ist der Nagel jetzt draußen, alles gut? Der Nagel ist draußen, die Hunde verödet und eingekämmt. Und wird keine Folgen haben mit meinem Knie, oder? Nee, das wird alles supi. Kannst du jetzt schon wieder spielen. Seien Sie, seien Sie. Ich konnte ja die ganze Zeit schon laufen und die im Pillbox haben gesagt, ich kann dann zwei, drei Wochen nicht richtig laufen. Oh mein Gott. Dann wissen Sie auch, warum wir jetzt hier sind. Ich gebe Ihnen jetzt eine Salbe mit, aber da müssen Sie sehr vorsichtig mit umgehen. Nur ein bisschen. Und wenn Sie ein Gefühl wie High haben, ist das ganz normal. Das ist die erhöhte Pferdfrequenz. Ja. Die Leistungssteigerung. Ganz kurz. Wie kamen Sie auf die Idee, jemals in Pillbox zu gehen, wenn es in den Banken ging? Das Pillbox wurde gerufen und die haben mir direkt erst mal zwei bis drei Tage Innendienst gegönnt. Aber die wussten nicht, dass ich hier arbeite. Dementsprechend habe ich mich nicht dran gehalten, weil es wurde nicht richtig verordnet. Müssen Sie überhaupt nicht. Ganz ehrlich. Nach eigenem Emessen. Sieh einfach die Hose. Das gebe ich Ihnen Vorsicht. Du rufst einfach den Baker an und fragst, könnt ihr noch mal rübergucken? Irgendwann. Also auf zu pushen. Wollen Sie ein bisschen zu mir kommen? Na dann laufen Sie doch mal. Gucken Sie, wie sich das anfühlt. Wow. Geil. Wow. Wie elegant. Also ich sage, wie es ist. Die Frau Polizistin kann jetzt Palme durchrechen. Es ist angenehmer ohne den Nagel. Dankeschön dafür, für die Behandlung. Das ist ja richtig Luxus. Wir haben jetzt unsere eigenen Medics. Einer muss runter. Immer für Sie bereit. Das ist ja eigentlich schon echt positiv. Das ist übrigens die Dingskern-Nautzons zum Baker. Einer muss runter. Ich habe das Gefühl, als wäre ich privat versichert, tatsächlich. Ja. Ja. Ich wollte nicht ins Pillbox gehen, deswegen. Oh, kann ich. Also absolut nachvollziehen. Wir für Sie die besseren Herzen. Ich habe mein Schienbein offen gehabt und hatte eine Knie-OP danach, deswegen. Ja. Ja, wegen der Fleischwunde, oder? Ja, ich hatte einen Verkehrsunfall und bin halt frontal in so ein Auto reingelaufen und das Auto in mich reingefahren. Eigentlich hat nur mein Schienbein geblutet. Ach, zwei Minuten Behandlung, fertig. Und dann haben die gesagt, das blutet so schlimm wegen meiner Kniescheibe, dass sie verdreht ist. Aber ich glaube, die war nie verdreht. Ich glaube, die wollten einfach nur die beiden. Ach, du musst ja trotzdem schreiben, wenn man bei allen was Dingsrelevantes ist, wenn irgendwie was verfolgt wird oder so. Aber das machen die eh oben. Also ich habe schon mal welche gesehen, aber die sahen anders aus als meine. Und deswegen. Hat man nicht vergessen, dass das nur Dr. Chuck und ich quasi mit dem Kartell so sind. Boah. Hi. Hallo. Hallo. Das hast du nicht gemacht. Was hast du gemacht, Pinsel? Boah. Fehlschündung. Was hast du gemacht? Der hat mich, der hat mich getiss. Ja, aber du kannst dem noch nicht teilsagen. Komme mal die Nadeln. Bisschen Creme. Warte. Zieh die Nadeln raus. Nur die bleiben stecken. Das sieht aus. Ja, ja, kannst du machen. Kannst du machen. Okay. Alles klar. Ich habe nur mit dem Kugel geschrieben. Warum gespielt. Warum wollt ihr quatschen? Pinsel meint. Du willst quatschen, oder? Was hast du mit dem Telefon erzählt? Du hast mir erzählt, dass du jetzt hier anfängst, oder? Ja. Ist doch schon aufgefallen, dass es kein T-Shirt anab ist. Und keiner hier was sagt. Ich fühle mich wie zu Hause. Ja, warum denn auch? Na, ich dachte, Mann, die macht Ärger. Warum? Ach so, wegen Tattoos? Du bist ja kein Polizist. Nein, Quatsch. Nicht wegen Tattoos, sondern weil ich rumlaufe wie ein Panner. Naja, guck dir Pinsel an. Ja. Schlimmer finde ich den Eisgeld. Pinsel. Hey. Ja. Ruhig. 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 Versuch's doch, ne? Ich scheiß dich an. Ruhig. 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 Das ist euer Kollege. Er hat sich vorhin unten am Computer im World of Warcraft eingeloggt. Echt? Welchem Level ist er denn? Max-Level-Droide. Max-Level-Droide. Mhm, mhm, mhm. Was willst du ein Paufs Maul, du Dürr? Das kostet doch voll viel Geld, oder? Komm, schau dich weg. Bist du eher Tank-Bär oder Baum? Nee, das ist eine Eule. Nee, Eule, Eule. Echt, Eule. Huck, du. Ich verklage niemanden. Ich bin froh, dass die Schraube endlich raus ist. Aber beschwören kann man sich. Ja, ich konnte nach zwei Tagen wieder normal laufen. Hatte dreieinhalb Stunden geführt insgesamt. Knie-OP mit Aufenthalt und allem drum und dran. Das war... Sie können froh sein, dass sie nicht aus Robocop rausgekommen sind. Ja, ich habe in meinem anderen Knie tatsächlich eine Metallplatte. Bei mir wurde das schon mal in die Kniescheibe geschossen. Ja, Mann. Ich drehe durch. Wir sollten besichtigen, jetzt haben wir das Ding hier aufgemacht. Jetzt muss ich das alles klären. Ist irgendwas ganz Wichtiges? Wegen dem Plänen? Nee, super wichtig ist es nicht. Du weißt da ein bisschen mehr. Ich wollte eigentlich nur mal wissen, was für böse Wicht das noch so in der Stadt gibt. So in das Hauszeit, grün, lila. Du weißt schon, ich kenne dich da richtig gut aus. Ja, genau, das ist es ja, Mann. Weil ich sitze jetzt hier die ganze Zeit und denke nach und denke mir nach, Mann. Bist du allein, oder? Nee, Anton ist auch noch da. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe heute eine Midlife-Crisis, jo. Jo, lass den Kopf nicht hängen, Mann. Hä? Ich habe einfach halt kein... Denk an das Ziel, denk an das Ziel. Ja, klar, das Ziel ist da, Mann. Aber heute so, ich habe einfach kein einziges fucking Ding, Mann. Ich bin so leer, Mann. Was, eine Idee für heute? Ja. Hast du schon vergessen, dass wir heute Samstag kamen und die wieder auftauchen wollte? Heute ist Freitag, Mann. Hast du schon... Und wann kommt der Samstag wieder, ne? Außerdem wolltest du noch mit Chicken anrufen, weil wir noch mit dem treffen wollten. Ja, den habe ich auch schon versucht anzurufen. Mit jedem meiner Pläne, die ich hätte... Ja, aber das ist immer die Scheiße, wenn du auf andere Leute angewiesen musst. Ja, bin ich eigentlich nicht. Aber ich habe ja zehn verschiedene Pläne, aber keiner von diesen Menschen ist da, Mann. Wenn die Lady hat mich gut behandelt. Ja, sie ist das. Ist das? Alles klar. Ja, nee, ich bin noch ein bisschen da. Man macht dein Ding, jo. Wenn du fertig bist, ruf an. Und wenn ich noch da bin, bin ich da. Wenn nicht, dann nicht, jo. Bitte, belass mich nicht. Du bist mein Kind. Oh, Süße. Ja, aber, Arschloch. Hast du von Herrn Manni die Nummer? Nee. Wir müssen denen sagen, dass der PC hier oben nicht funktioniert. Okay. Okay. Das kann... Moment. Guck mal, Milda. Also, die Nummer von Manni hat Dr. Chicken. Der kann den anrufen und dem Bescheid sagen. Das ist gut. Wenn der Computer nicht funktioniert. Wir sind gerade auch super, super, super schlecht angezogen. Weil der Manni hat gemeint, ist egal. Ja. Wenn wir ein bisschen Uniform haben, ist ja okay. Ja, genau. Und wisst ihr was? Die Uniformen werden ja schwarz-weiß. Das passt perfekt. Das passt richtig gut hier rein. Als wäre es alles geplant gewesen. Aber wir waschen unsere Hände nun schuld. Haben wir einen Krankenwagen unten? Ja. Oder? Ja, doch. Ist dein PC denn noch? Ja. Super, dann gehe ich da eben hin. Was möchtest du machen? Na, eben für die Olivia anzeigen, damit die nicht genervt wird vom anderen. Ja, okay, ich komme mit. Okay. Und ihr ruft mal Dr. Chicken an, der sitzt in den Arsch herbewegen, ne? Äh, ich fucke ihn. Wir wollen euch auch gar nicht da reingrätschen, weil ihr seid ja die prangende Stütze vom Baker. Nö, also du hast ja auch einen großen Verdienst. Ja, absolut. Gut. Aber trotzdem. Also ich für mich selber, ich weiß nicht, wie Mila es sieht, nehme ich da so ein bisschen zurück und lasse euch machen, weil ihr habt das viel, viel mehr verdient. Ach Quatsch. Ich mal pupsig, voll laut. Doch, ich sage mir selbst. Rupst, oder? Pups, voll laut. Komm, Mila, wir gehen zum PC. Macht nichts. Und Dr. Chicken soll den Hermann anrufen. Ja, ich, äh, funkt ja mal an. Sorry, Chat, wenn ich gerade nix mitbekomme, Alter, und auch nicht den Chat lese. Mein Gehirn glüht. Und der S8-Driver, Dankeschön für den WeSup, im 66. Monat und 66 Monate in Folge, Mann. Ja, besonders. Und Sumi, Dankeschön für den WeSup, im dritten. Ja. Nein, Chat darf nicht schlafen. Ja, Mila klingt Kaffee, genau. Boah, das schmeckt echt gut. Eine Fischetasse genommen oder eine Brüste? Alle. Das war eine Fische, aber noch ganz vollrandvoll. Den schürfe ich manchmal wack. Ja. Herr Windwalker. Sie sind der Beste. Hätte ich ja rumlaufen können. Ja. So, und wenn man hier rein möchte, dann einfach einem Officer Bescheid sagen. Ja. Eigentlich wissen die alle Bescheid. Danke. Danke. Bitte. Ach, sehr schön. Aber dann könnt ihr dem Hermanni sagen, dass oben der PC noch nicht funktioniert? Mila. Der PC im MD-Raum? Ja. Mila. Das mache ich mir mal ganz kurz. Ja. Mila. Ja. Dr. Chicken ruft Hermanni an. Ja, aber ich kann doch auch denen Bescheid sagen, die direkt dann sind. Ja. Habe ich so mit. Wer sind Sie genau, der Name? Mein Name ist Mila Kusch. Mein Gehirn glüht. Hallo, Dingeberg. Hallo, wetter Mensch. Wie nett. Ach so. Aber. Siehst du heute irgendwie so gebleicht aus? Wie? Noch nichts. Mein Gehirn glüht. Ja, meins auch. Wir wollten hier nur betteln gehen und dann kommt der Manni und sagt, oh, mitmachen bei der Rumführung. Zack, 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 zack. Hast du das schon mitgemacht? Ja. Ja. Komplett unpassen. Anzogen. Ja, gut. Also ich glaube schon, dass wir hier unten nicht wie im Norden rummachen können. Echt? Nee, das ist ganz so vergessen. Das ist ja hier ist professional. Aber ist dann schlimm. Das hast du schon wieder gemacht. Dann würden wir vielleicht uns eigene Kleidung kriegen dann. Ich habe den Ausgang vertreten. Komm, du musst am PC. Ja, wo? Ich weiß nicht, wo wir die geparkt haben. Wo haben wir geparkt? Ela kommt eventuell reingefahren, dann kannst du gleich vor der Tür die Akte schreiben. Okay. Weil unser steht nämlich jetzt rechts rum am anderen Ende des Gebäudes. Da. Haben wir da einen Computer verbaut? Ja. Komm, Ela. Ist so, Joshua. Ist so. Hallo. Hallo, Tim. Wer sind sie? Dr. Saunders. Achso. Mela. Mela. Falsches Auto. Mela. Falsches Auto. Das ist nicht Dr. Chicken. Aber hier ist ein PC drin. Da. Da sind wir von welchem Krankenhaus sind sie? Vom Pillbox. Mela. Falsches Auto. Okay. Tschuldigung. Den PC kannst du gerne benutzen, solange ich nachher noch ein Auto habe, alles gut. Achso, okay. Wirklich? Okay. Ja, klar. Und ihr seid? Wir sind vom Baker. Achso. Aber der Computer funktioniert noch nicht drin. Naja. Naja, könnt ihr ruhig benutzen. Kein Problem. Okay, danke. Hm. Was will der hier, der Penner? Wollt ihr unseren Job klauen? Unseren Job klauen? Weiß nicht. Scheiß den da rein, in die Karre. Scheiß den da rein. Wirf doch doch Chicken an. In der Patientennotiz steht einfach nur PD89. Ja, bitte, Körle. Pass auf, das Pillbox ist schon her. Ja, ja, sollen sie, ist doch egal. Ach nee, Acken. Die Schweine wollen unseren Job klauen. Das schaffen die aber nicht. Mein Manni, das Mammut ist unser Point. Perfekt. Ich schau mal rein, ja? Bye, bye. Na, du musst dir in die Patienten angucken von dem Unfall, der Patient ist. Ja, ja, ich hab, ich hab. Und dann schreibst du dick und fett rein, warst du Nachbehandlung im Zweigstelle Baker in Klammern PD. Verchaus. Kurz und knackig, damit die Polizei mit solchen Informationen, falls sie die benötigen, arbeiten können. Ohne halbe Gedichte zu schreiben. You know what I mean. Oh mein Gott. Mann, warum geht das hier an, wenn ich hier schalbe? Na, weil du bist mit deinem Knie da rankommen. Ah, mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf. So viel zu klären. Du benutzt aber viele E's. Ich hab geschieben, bei Maßnahmen, oder? Bei Maßnahmen hab ich geschieben, Nachbehandlung vom, ähm, Baycare in PD. Ansonsten frag, ähm, Dr. Chicken. Nachbehandlung. Ah, nee, doch nicht. Da unten muss ich das hinschreiben, okay. Ähm. Nachbehandlung. Nachbehandlung. Im PD-Baycare oder Baycare-PD? PD-Baycare. Zweigstelle, Baker, im Klammern PD. Ach so. Bei... Zweigst... War zur Nachbehandlung, äh... In der Zweigstelle des Baycare, Klammern PD. In der Zweigstelle Baycare, im Klammern. Vom, vom Baycare, im Klammern PD. Ähm. Guck mal, das Auto ist ein Hoverworld. War zur Nachbehandlung von der Zweigstelle Baycare-PD. Nein, nicht von. Wie? Hast du doch gerade gesagt, von... War zur Nachbehandlung bei der Zweigstelle des Baycare-Medical-Centers in Klammern PD. Fertig. Wir stehen hier schon 20 Minuten, Milo. I believe in you. Äh, das hat der... Das hat Landschwein gesagt, ja. Dass wir vom Baycare kommen und bla bla bla. Ich denke mal, deshalb ist der Typ von Billbox so hier. Die wollen jetzt bestimmt versuchen, sodass die auch hier rein können. Das ist gut. Aber mal gucken. Kann ja sein, dass die da auch dürfen. Ich weiß es nicht. Wir werden mal sehen. Aber die haben ja hier unten ein Krankenhaus. Was soll er denn da nicht haben? Das haben wir dann so warm. Kannst du dem ins Auto pfurzen? Ja. Ich sehe dich zwar nicht, aber es ist okay. Okay. Ja, Bruder, du kannst alles geliten. Außer Objekte, die musst du unter die Map verschieben. Aber die haben die wahrscheinlich so weit unter die Map geschoben, dass die gar nicht mehr gesinkt werden. Du kannst ja alles wegpfeffern. Du kannst sogar die ganze Map entladen. So haben die Dings, ne? Überleg doch mal. Die haben... Oh mein Gott. Die haben doch auch die Map von GTA 4. Einfach... GTA 4 Map war einfach eine riesengroße MLO. Denke ich. Gehen wir jetzt wieder hoch? Ja. Ich weiß nicht. Dr. Chicken ist auf dem... Oh mein Gott. Wartest du auf mich? Wo gehst du hin? Pipi. Ja, okay. Hey. Ja. Spende. Kleine Spende, bitte. Ja, ich hab 50 Dollar, hab ich dabei. Die nehme ich gerne. Die Frau verkauft da hinten Donuts. Oh, danke schön. Danke. Ja, mit was verkauft? Ich hab doch gar keine gegessen. Na, mit Hawaii. Ananas, Hawaii Toast. Mit... Oh, die Kollegen von Pillbox sind auch schon da. Oh Gott. Die sind sehr angefressen. Wieso das denn? Na, weil die hier nicht rein dürfen. Ja. Nulles Beikel. Das ist 1-0 für euch, ne? Ja. 1-0 für euch. Ja, hier, äh... Ihre Frau, richtig? Die Frau Mila? Doktor Mila Kirsch. Ja, die hat auch grad eben vorgeschlagen mit diesen Therapiesitzungen für Gefangene. Das find ich eigentlich auch ganz gut. Kann man machen. Ja, also das schlag ich mal beim, ähm... Chief vor. Mhm. Kommt bestimmt gut an. Es brauchen bestimmt ein paar Gangster psychologische Betreuung, wenn die mal anfangen zu weinen. Oh ja. Wollte man ja dann auf Anwalt machen. Ja, richtig. Identifikationsstörung oder so. Ja, ja. Yo, Bro, du kommst das Haus der Lasse, du bist kein Arme, haltet Klappe. Ja, richtig, richtig. Genau so sollte es eigentlich sein. Und zieh dein Schnüffeltuch auch, du Idiot, du bist erwachsen. Voll von 2017, Mann. Finden Sie, dass ich unpassend angezogen bin? Als Doktor? Ja. Nee, also... Weil ich bin eigentlich ja nur hergekommen, um zu betteln, aber... Hm. Hm. Und dann hat der Manni sofort gesagt, mitkommen, mitkommen. Ja, ja, also ein bisschen Brusttal könnte weg, und dann wäre es eigentlich okay. Okay, ich werde mir das merken. Ja. Sonst eigentlich super. Waren Sie schon drüben im Gefängnis? Äh, ja. Super schön. Ja, ist echt schön. Also, da werden sich die Gefangenen wohlfühlen. Ja, stimmt. Hoffentlich. Und was ist Ihr Job jetzt gerade? Sind Sie eine Leitstelle? Ja, leider. Ich bin das erste Mal Leitstelle und ich will hier weg. Ja, das ist nicht lustig, ne? Ist das bei euch eine Strafe dann? Nee, eigentlich nicht. Wenn ihr mit Unfug macht? Ja, nee, nee. Da wird man halt einfach irgendwann mal eingeteilt in die Leitstelle. Und wie lange müssen Sie das jetzt machen? Ja, bis ich jemanden suche, der das übernimmt. Und das mache ich, glaube ich, demnächst. Aber wäre es nicht besser, wenn man so sagt, okay, Yelda nimmt halbe Stunde, 40 Minuten? Und dann weckt er mal durch? Das wäre eigentlich am besten. Aber ich glaube, da wird es sehr, sehr viel Drama geben. Okay. Dann fängt es ja auch an mit Pidi Tag und Nacht. Ich kann das auch alleine machen, wenn du Feierabend machst. Nein, nein. Ich will eigentlich gerne raus. Ich bin eigentlich ein... Ich habe dem Lüge gesagt, der soll mich nicht so angucken. Ich bin ein Adler, mich kann man nicht einfach einsperren. Der hat gesagt, das ist schwierig. Also, wir wollen nochmal nach oben gehen, weil du unser Chef da hast. Ja, dann mache ich euch auf. Danke. Danke. Naja, aber vielleicht soll es denn einfach auch nicht sein. Nee, ja. Genau, es soll einfach nicht sein. Uiuiui. Oh, ach ja. Dankeschön. Ja, bitte, bitte. Da ist aber irgendwo ein Magnet in der Wand, du. Ja. Alle gucken mir auf den Po. Ja. Ups. Guten Abend. Na? Hi. Wir arbeiten jetzt hier. Ach was, als was? Ja, wir sind jetzt quasi eure Mediziner. Das Begleitet seine Zeitstelle hier. Ehrlich? Ja, aber da kannst du jetzt langsam unter einen riesen Rucksack irgendwo hinstellen, oder? Ja, wir wollten eigentlich betteln. Aber dann hat der Herr Manni, der Chef, gesagt, Mila und Herr Kusch und Frau Kusch, sie kommen jetzt sofort mit. Wir zeigen ihnen jetzt alle das PD. Okay. Wir haben oben unser eigenes Behandlungszimmer. Wollen Sie das sehen? Ja, zeige ich mal. Ja, kommen Sie mit. Zeige ich mal. Und danach gibt es eine Spende? Ach ja, ich habe euch gestern schon genug gegeben, oder? Also mir nicht. Ja, du warst schon dabei, ne? Immer rechts rum. Hallo Windworker. Immer rechts rum. Windworker? Oh, habt ihr vielleicht vorhin bei der Rundgang aufgepasst? Wo sind die Umkleiden? Oh, das weiß nicht. Warte mal kurz, ich zeige mal, Kollege, schnell die Umkleiden, komisch. Ja, ja, wir sind hier. Wir sind hier. Einen Grundriss brauche ich hierfür. Ey, hör mir auf. Guten Tag, werte Kollegen. Guten Tag, die Dame. Wir in der Schule. Wir sind super unpassend angezogen. Wir sehen aus wie bünde Papagei. Ja, ist okay, wir fallen auf. Man kann uns nicht übersehen. Stimmt, das unterscheidet uns sehr von den Polizeibeamten. Aber man könnte uns auch für Zivilisten handeln. Ja. Ach, nur ein bisschen. Oh, Doktor, das zieht ich schon. Aber ich bin DJ Pooh. Boah, der macht voll wahnsinnig. Genau. Schön hier, ne? Schön hier, ne? Ist doch okay, ja klar. Das ist super steril, super schöne Geräte. Aber keine Kosten schuld. Nee, definitiv nicht. Oh. Das kann passieren, der hat so eine Art Knie-Fetisch. Husch, Herrkusch und Fraukusch. Mhm. Miss Kusch, Herrkusch. Wie immer. Kopfschmerzen vom Knie. Na, wir arbeiten doch hier auch jetzt. Arbeiten hier. Warum betteln Sie danach Geld? Na, oh, die Geschichte. Ich muss sie jeden Tag erzählen. Also, wir kommen vom Belker. Im Norden ist nicht so viel los. Deshalb hatten wir weniger Aufträge und deshalb musste ich um Geld betteln. Damit ich meine hübsche Frau zum Essen ausführen kann und überleben kann. Oh, ich bin meine Frau. Genau, du bist meine Frau. Aber gestern kam Herr Manni zu uns. Ihr Chef meinte, wissen Sie was? Wir geben ihm bei uns eine Station. Und dann können Sie sich um die Präzisten kümmern und auch um die Gefangenen, damit das hier reibungslos läuft und schneller abgewickelt wird. Oh, das finde ich sich gut. Aber dann, ich habe sich wenigstens Geld gut angelegt. Ja. In meine Frau. Ja, die hat nämlich eine Schönheitsoperation. Gucken Sie mal. Hat sie jetzt diese Burt hier. Genau. Liberty City. Für 500 Dollar. Nee, das hat ein bisschen mehr gekostet. Mila. Mila. Warum schläfst du da? Nickerchen tut jedem gut. Was? Nickerchen tut jedem gut. Gerade auf der Arbeit, das ist wichtig. Genau, weil das ist für die Patienten. Ja, aber ist hier ein Patient? Doch, die Frau, ähm... Ja, da vorne, aber sie wird doch behandelt. Ries Nikova. Aber Dr. Seed hat sie ja behandelt. Also behandelt sie gerade. Ja, genau. Er ist nur ganz ins Labor. Ja, wegen seinem Knie-Fetisch. Nein, er hat keinen Knie-Fetisch. Er hat wohl einen Knie-Fetisch. Also warum nicht? Ach komm, erzähl ich. Wer hat sich Knie-Fetisch? Dr. Seed, unser Chef. Siehst du? Jetzt hast du selbst gesagt, du willst sie nur denken. Nun. Wer ist sich das? Bitte? Wer ist sich das? Bitte was? Wer ist sich dieser Dr. Seed? Nein, der hier gerade war, der gerade ins Labor gegangen ist. Das Dr. Seed. Oder Dr. Chicken. Ah. Ah, da ist er ja wieder. Ja, komm, hol da. Jawohl. Jawohl. So. Hören Sie doch auf, darauf zu klopfen. Das wackelt sich ja bis morgen. Ja. Wer steht da drauf? Psst. Wir müssen puffen. Erinnert sich am Wackel-Puting. Ich sehe nichts. Haben Sie Wackel-Puting oder Wackel-Puting gesagt? Wackel-Puting. Wir sind doch eine Gehirn, da muss ich sie doch mitsprechen. Das stimmt. Wir werden einmal eine spezielle Wärmebehandlung machen. Das heißt, wir werden das Knie ein bisschen hier mit unserem... Erotynamik 3000. Ja, richtig. Von Bayer Bayer. Von der ist neu. Deswegen konnte ich gar nicht den Namen machen. Ja, richtig. Mina, sollen wir um die Häuser ziehen oder wird es hier werden? Yes, weil er smarter ist, kleiner. Ich will ein bisschen training in dem Buch. Okay. Was sind denn genug hier? Wir können ja auch noch zu Woi gehen. Zu wem? Woi. Ja, da wird scheiße. Unsere Penner-Park angucken. Okay, wir überlassen euch erstmal hier, ne? Okay. Weil wir sind gerade ein bisschen zu viele und wir sind schon fast den ganzen Tag hier. Und wir müssen unseren neuen Penner-Park angucken. Genau, und guckt euch den neuen Penner-Park, also den neuen Park an. Nehmen Sie aber... Unsere Zuhörer... Also... Bitte? ...wofür, wo... Also... Oh... Willst du was haben Sie gesagt? Willst du was haben Sie gesagt? Achso, natürlich, natürlich. Ich will da. Willst du was haben Sie gesagt? Oh... 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 Also schau auf, was Sie say? Boom, 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 boom. Mit meinem dicken Popo komme ich kaum noch wo durch. Oh, ich habe mich jetzt gerade ganz gänsevoller... Ist nicht schlimm. Ja, ja, aber... Äh, gar kein Problem. Jawohl, den Tag passt. Ja, dann bin ich gespannt. Ach, die Tür ist aus. Okay. Ambespillte mal. Tschüss, Mr. Windwalker. Dankeschön, tschüss. Hi, die Tami. Was geht zu Curtis Miller? Warte, einfach schubt ich gleich zurück. Hallo. Was geht denn du hier? Oh, ja, mein Führer hat schon abholen. Hi. Jetzt haben wir Bushida. Bitte? Ein Aschloch. Genau. Ach, ich dachte, sie gehören zu diesem Obdachlosen, da? Äh, tun wir? 20 Stunden. Sicher? Nein, hör auf mit ihm zu quatschen. Was ist dein Problem, du Opfer? Ja, wenn du da sprichst, I-T-A-M-I. Ich wollte, ich wollte ein bisschen Geld da lassen, wach? Oh, danke. Das ist so beliebt von dir. Traffic-Laufverstoß, stark über diese Geschwindigkeit, das... Miet. Nein, ich habe es nicht. Was denn? Alles klar. Komm, Miet. Okay. Oh, mein Gott. Ja, was? Du musst aufpassen. Du musst wirklich aufpassen. Ich weiß, wo du arbeitest, Gertis. Das... Oh, mein Gott. Komm, Miet, komm, Miet. Oh, mein Gott. Ähm. Ich weiß, du bist ein Frechdachs, aber wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht irgendwie Leute vom... vom Pillbox so beleidigen, ne? Ja, ich habe keinen beleidigt von Pillbox. Miet, du hast zudem gesagt, du Opfer. Wollt ihr vom Pillbox? Naja, aber das weiß ja keiner, ob die da arbeiten. Nicht, dass die das irgendwie gegen uns verwenden wollen. Deshalb ein bisschen vorsichtig sein. Geht zum Lügsang, du Opfer. Komm. Okay. Dem kennen wir. Verstehst du, was ich meine? Hallo. Wartet der Tiffany. Na und, jetzt ist der beste Zeitpunkt. Vielleicht ist es nicht... Es ist besser, wenn du erstmal nur laufend bist. Alles klar, Kasse. Grüße. Gülis hat gesagt, ich soll das sagen. Dass ich ein Opfer bin. Na, bevor wir... Bevor Mila zu fremden Menschen sagt, du Opfer, soll die lieber das zu Leuten sagen, die wir kennen. Ich habe es aus Versehen zu fremden Leuten gesagt. Und da weiß man nie, ob die nämlich nicht aus dem Pillbox kommen oder so und das gegen uns so will. Ist das ein Lüg? Das würden die auf jeden Fall machen, ja. Das Auto? Ja. Das passt perfekt zu Ihnen. Ja, danke. Sehe ich genauso. Deswegen habe ich es gekauft. Schön. Wo sind Pinsel hin? Pinsel. Wart ihr jetzt quasi den ganzen Tag immer hier? Nee, wir hauen nichts ab, weil oben ist schon voll. Wollen Sie, dass wir den ganzen Tag hier sind? Also ich hätte nichts dagegen. Ich bin halt selber nicht den ganzen Tag hier. Das wäre mir ein bisschen langweilig. Ich frage mich, ob wir auch als Mediziner mitgehen dürfen. Mit dem Super-Einsatz-Team. Vielleicht gegen den, vielleicht auch gegen den Dark-Mentor war das ein Problem. Dark-Mentos. Ich sehe das auf jeden Fall als absolut sinnvoll ein. Ja, besser nicht den Herr Manni damit jetzt belästigen, weil er erstmal gucken muss, wie es läuft. Nee, und selbst wenn, da muss ich doch nicht Manni für alles fragen. Ich sage mal, ich kann ja, wenn ich der Meinung bin, ein Einsatz könnte kritisch werden. Also, dass es da Verletzte geben könnte, aber wir nicht in Gefahr sind. Zum Beispiel, ich weiß, von der Gangschießerei, könnt ihr euch ja schon mal auf Verdacht mitnehmen, dass wir die Mediziner am schnellstmöglich vor Ort haben. Boah, voll! Das hört sich doch gut an, oder? Das kriegen wir ja bestimmt hin. Dann besorgen wir uns auch ein paar Schusswesten. Oder könnt ihr euch selber ein paar Schusswesten besorgen? Hau dir ab. Ich weiß nicht, woher denn? Wo geht ihr hin? Ab nach oben. Arbeiten. Wer ist hier? Wer ist hier mal arbeiten? Eli ist doch hier. Alleine? Mit, äh, Sally. Achso, okay. Okay. Und findet ihr das? Super. Warst du schon mal auf dem Dach? Ja, schaut ihr das Dach mal an. Ja, geh mal aufs Dach. Oh, ich hab Angst. Ja, sonst ist es ab. Damensbilder. Wahrscheinlich wäre alles, was grüßt, ist illegal. Ist genau an der Grenze. Man muss ja immer, muss ja immer mit den Gesetzen so ein bisschen surfen, ne? Ich sieh sich. Mit der Nase genau so. Mit der Nase genau so. Sehr schön. Felix, guck mal, seine Nase. Hast du seine Nase schon mal gesehen? Ja. Von der Seite auch? Ja. Mhm. Hat die Dr. Chuck gemacht? Nee, Dr. Chuck bietet mir an, die Kleiner zu machen. Größer ist illegal. Größer darf ich nicht. Nein. Dann würde ich immer nach vorne kippen. Muss das Gleichgewicht wollen, ne? Das ist immer sehr wichtig. Ich schalte in einem Vorschlag. Wie ist es los? Ich öpfel den Papaz. Sie sind, das PD ist doch staatlich finanziert. Eine Riesen-Mila-Statue. Nee, weil das ist ja staatlich finanziert ja. Warum nicht jemand hier hinholen, der die Autos für einen umparkt, einparkt und so. Bei der Größe wäre es schon angepasst, dass man hier vorne quasi nur seinen Schlüssel abgibt, ne? Genau. Das wäre gar keine schlechte Idee. Oh ja. Würde ich auf jeden Fall machen, aber eine Mila-Statue hat sich jetzt auch nicht so falsch angehört. Warum? Ja, ist doch da oben. Ach, das ist sie schon. Ach, das ist vor der OP. Kein OP. Das ist ja blöd. Da haben die vergessen. Oh Gott, das ärgert. Ich muss mal noch nachbessern. Ja, ich würde auch so... So vielleicht? So posieren, ja. Mila-Minage. Wir wissen sogar den Code vom Gefängnis. Ach so, wie ist der denn? 095, viermal die sechs. Hey, cooler Dance-Move. Danke. Viermal die sechs. Viermal die sechs. Wo ist denn Pinsel denn? Viermal die sechs. Keine Ahnung, der wartet auf mich für Streife. Wollte ihn jetzt anrufen und sagen, wir können losfahren. Die Dings geht nicht mal dran. Wer ist denn Dings? Da kommt Pinsel. Oh, undercover. Ich verstehe schon. Teufelsdreieher-Ding. Oh, können wir nicht unauffällig, auffällig, unauffällig in Streifeln daherfahren? Das kann man natürlich machen. Hallo, Mr. Pinsel. Ja, aber warum sollten wir in der Streifel den ganzen Tag hinterherfahren? Na, weil wir nichts zu tun haben. Doch, wir haben ja jetzt was zu tun. Was denn? Na, wir wollten doch einen Park. Echt, Sir? Ja, wir sind neu zu Hause. Man hat ja schon den Park hier unten. Das ist auch ein kleiner Park. Oh. Der ist sehr schön. Komm, wir gehen den Besichtigen. Da kommt man von der Seite nicht rein. Da muss man auch so rumlaufen. Halt, Schatz. Ja, ist ein bisschen blöd. Voll der Quatsch. Hey, ihr könnt doch klettern. Lauf jetzt nicht aus dem Grund. Kann sein, dass man da rechts am Rand, aber da ist halt kein Tor oder so. Ja, da kommt, oder? Ich hab dir nichts zu tun. Wenn ich zu viel laufe, dann nehm ich ja meinen Povo ab. Aber ich dachte, das ist künstlich. Ja, aber ja nicht alle. Das ist nicht künstlich. Das ist mein Stirnfett drin. Stimmt. Aus meiner Stirn wird Scheid abgezogen. Das wird bei Mila ein Po. Povo-Banken. Oh, was ist denn das für eine Karre? Wo, 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 wo? Was ist das? Ugli! Und warum parkt er neben meinem Auto? Der wird nicht sauer. Und warum ist das Auto so hässlich, oder? Hat super geklappt, dass sie hier nicht parken sollen, ne? Wie hieß es, man soll hier nicht parken? Ja? Hab's nicht mitbekommen. Robin. Hallo Sullivan. Der hat direkt neben meinem Auto geparkt. Ich versteh schon. Was hast du denn zufrieden? Komm, Mila, wir gehen mal gucken. Gehört lecker aus. Gehen wir jetzt auch gucken, oder nicht? Boah, guck mal, die Karren. Uh. Es ist wie die Nacht. Das stimmt. Aber guck mal hin. Hier auf der. Hier auf der. Hier auf der schön. Boah, er geht nicht mehr ins Handy. Aus wie jede. Oui. Der hat mich gerade. Wir haben gerade telefoniert und er meint, der Mitlaufkreis ist. Er hat so viele Pläne und nichts funktioniert. Wir müssen denen helfen, ich bin Tipp heute. Ja, vielleicht hat er nur Akku leer und kommt gleich Ladebiken. Hier ist wirklich ein Park, guck mal. Hallo Fände. Boah, hier könnten wir auch wohnen. Jo. Eigentlich können wir unsere Zeit aufstellen. Boah. Dann haben wir nie einen Wald in der Arbeitspläne. Ich hab vorhin noch so gem... Boah. Das ist ja ein verwunschener Wald hier. Mit voll, voll. Aufpassen. Aber vorher gült nur, vorher gült nur. Gült nur. Ich muss einmal fünf Minuten chillen, das waren zu viele Stimmen gerade. Okay. Boah, du bist so ein Schwein, ne? Du bist so ein Schwein, Alter. Was meinst du, wenn Dr. Chuck kommt? Was dann? Warte, na, wenn er das hier sieht. Was? Warte kurz. Falls wir müde wären. Gut mitgedacht, Mr. Kusch. Sag ich ja. Damit es so ein bisschen muckelig hier wird. Muckelig. Ja. Muckelig. Boah. Wir sind fast wie... Tue nur alt. Wir haben nur den Folter, dass wir schon Feuer haben. Uiuiui. Ei, ei, ei. Ich ruf ihn noch mal in. Und er geht nicht rein, ne? Dankeschweiße. Es kann aber sein, dass wenn wir hier unten hinkommen, dass wir auf jeden Fall, ähm, das Feueruniform anziehen und so, ne? Aber passe ich da noch rein? Klaro, wir kochen ein Puppe da rein. Vielleicht geht denn alles in die Oberwälder. Das wünschst du dir wohl. Nee. Boah, ist das cool hier. Das ist der Blackrock. Oder Muldur. 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 Der Manni hat seinen... Weiter weiß ich halt nicht. Der Manni hat seinen hilfreichen Arm zum Baker gesteckt. Man, wir werden richtig Probleme bekommen. Hallo, Nico. Nö, nicht, wenn wir ein bisschen aufpassen. Du darfst halt nicht hingehen und einfach Opfer sein. Obwohl, wir haben den besten Anwalt der Stadt. Uns kann ja überhaupt nichts passieren. Außerdem sehe ich so außer Zwerch im Dienst. Nee. Na, also. Was ich privat mache, ist ganz meine Sache. Aber glaub mir. Aber glaub mir, die werden das rausfinden. Ach, werden nicht. Ja, die werden auch rausfinden, dass du irgendeinen Polizisten angeschossen hast. Sollen die rausfinden, dass mit dem Kartell... Dann ist die tot. Oder die. Wer legt sich ein Freiwillig mit dem Kartell an? Sind die bescheuert? Ja. Ich ruf nur mal. Ganz ehrlich, das sind Leute, die schlafen sogar im Krankenhaus. Nee, geht nicht mal. Lass mal zum Park gehen. Okay. Vielleicht chillen die da. Okay. Dann such doch mal Kim an. Ja, ich hab deine Nummer nicht. Du? Oh. Ruf mal Miss Melka an. Okay. Miss Melka, das ist meine Freundin. Für die zwei... Meine ABFFL. Und Flöckchen, danke für die Luisa beim 42. Monat. Oh, geht nicht dann. Und Luis? Hm. Luis. Warte. Luis. Ja. Auch nicht. Ich werde bestimmt Abteilungsleiter vom Bäcker. Ich auch. Weiß nicht. Nee, ich glaube nicht, aber dann will ich auch nicht. Was macht dein Abteilungsleiter? Abteilungen. Oh. Oh. Boah. Boah. Höh. Uiuiuiui. Oh, da ist Pinsel. Pinsel, entspann dich mal. Pinsel. Der hört nicht. Wir müssen Papps machen. Du nicht. Ich glaube, den Inland-Skaitan. Ich glaube auch. Pinsel, du musst dich entspannen. Pinsel, entspann dich. Ich. Danke. Gerne. Ja, aber es ist auch nicht, wo er hin soll. Und der sagt, er hat keine Zeit für uns. Verloren. Oi, oi, oi. Sollen wir joggen? Okay. Jetzt ist Roy bestimmt schon weg, Alter, weil der voll die Mitlaufkrise schiebt. Boah. Boah. Hab, hu, hab, hu, hab, hu, hab, hu, hab, hu, hab, boah, einen kanken Wagen. Ja, haben wir auf dem Server hier, letzte Season. Wir hatten Liberty City. Ei, ei, ei. Ja, war gut. Aber Los Santos besser. Hallo, no name. Ei, 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 ei. Du, nein, 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 nein. Nein, nein. Du bist eindeutig zu alt, Alter. Ja, bist du ein Whisky? Ach nee, du bist ja am Dienst. Ah ja. Ja, Crispy. Was geht? Was ist denn Roy? Weiß ich nicht, ich wollte dich verraten. Es geht. Was Roy? Wie hast du denn geholfen? Zum Glück haben wir euch gefunden. Äh. Ja, Mann. Ich ruf die ganze Zeit Roy an. Oh, Annie, so wie auch. Dankeschön. Ja. Hey, Skelly, was willst du hier? Westgate. Was? Machst du hier. Machst du hier. Aus dem Norden. Was ist denn hier los? Was? Ja, frag ich mich auch. Irgendwas Penderdorf. Ja, die haben sich schon breit gemacht. Genau, auch mal. Da dürfen die nicht. Versprechen die auch. Und genießen, ne? Wo ist denn die Valerie? Mann, die sind verloren gegangen. Ist die Valerie schon wieder da? Ich kann das der Roy mitbekommen. Sorry. Chris, wir wussten Kim. Die waren fünfmal unterwegs. Kein Plan. Die sind mit dem Bus gerade unterwegs, habe ich gesehen. Na, ruf die mal an. Ist die Valerie schon wieder da? Nee, ne? Nee, nee. Nee, Valerie hat Kopfschmerzen. Ja, ja, aber... Schon wieder, die war... Ach so, war kurz da. Ja. Müssen wir noch unsere Betreuerin mitnehmen und dann Abfahrt. Ich habe zwar jetzt einen Bad an, weil ich heute krank mache und keinen Geld in den Zettel habe. Ich wünsche euch was. Aber du hast mir gestern geholfen. Ja, ich war mal. Mein was? Ach, da sind so ein paar Raucher gegen die Wand gelaufen. Ja, ich auch. Da kam irgendwie so ein paar Autos und du hast gemeint, ich soll die wegschicken. Ah! Alles verpissiert hier. Und dann habe ich dir gesagt, das sollen sie verpissen. Okay, ja, sonst melde ich einfach. Was ist denn hier? Habt ihr da jetzt was unterschrieben bei den Zweien? Nee, nee, nee. Ja, ja, auch einen. Was ist hier? Ja, hier beide. Ich habe mich mit dem Bus unterwegs oder so und suche einen Verbrecher. Ja? Meldet mit uns so. Einfach so. Nee, Kim, wait. Und warum nehmen die uns nicht mit? Keine Ahnung, habe ich auch gefragt. Und was hat er gesagt? Ja, vielleicht könnt ihr ja dazu stoßen. Hä? Ja, die sind jetzt auch nicht gerade im Tacho-Laden. Ist echt schwierig. Wo sind die? Beim Tacho-Laden. Aber fragt sich wieder andere. Was ist schwierig? Gib mir mal die Nummer 5. Ach, die ganze Luft, alles stickig. Dreck. Vielleicht können die mal hier vorbeifahren. Ja. 307? 307? 164. Komisch, ich dachte, die machen alles immer zusammen. Ja. Ja, Kim. Ich bin Curtis. Ja. Was ist denn hier los? Hier machen sich Leute im Park bereit bei uns. Ähm, ich bin gerade mit Wade unterwegs. Wir haben... Er muss ein paar Verbrecher fangen, weil er meint, er bekommt ein Büro im neuen PD. Und wo ist... Was bekommt er im Büro? Ja, geht weiter. Ein Büro, ja, im PD. Wo ist Roy? Ich hab euch verscheucht. Keine Ahnung. Wollt ihr uns nicht aufgrabeln noch? Ähm, wollt ihr mit, oder wollt ihr euch mit zu euch mit? Na, wie... Keinem, egal. Das Ding muss starten. Ich bin ja mit Crispy und Mila. Ähm, ich bin hier mit den Ranjo Kings und mit Wade unterwegs und Kroll, so Fass K. Ranjo Kings? Ja. Ihr habt doch in einem Bus, könnt ihr uns nicht einsammeln kommen? Ja, wir sind unterwegs. Wir sind im Park, ne? Alles da, ich sag Ihnen da great Bescheid. Okay. Na und? Ja, die kommen uns einsammeln. Das hier ist... Das hier hat wohl schon geclaimed. Der wollte alle fragen, ob wir hier hinziehen wollen. Oder gleich deine Watchstraße. Ich hab das hier langgefahren mit BMX, wenn das hier Leute... Ich dachte schon, das wären die Penner, aber es sind ja doch immer diese Leute da. Ich bin heute noch gar nicht wach. Mit ihm, der ist aufgestattet. Wohl, ich meinte von dem Telefon, der hat eine Midlife-Crisis, so viele Pläne, aber... Ja. Und jetzt ist auch der... Ja, Jimmy, Jimmy. Jo, Curtis, mein Bruder, hast du Zeit? Wofür? Was haben wir dir? Bei uns war gerade Silvester. Mit wem? Mit den Leuten aus den Ranchos, die Orange tragen. Ranchos, Orange? Ja, ja. Aber Peep ist der Rancho... Nein, nein, nicht die, nicht die Rancho Kings. Das waren die Gegenüber von dem, wo die doch hier Takuladen haben. Da standen auch Orange und der Lotus von denen. Und wir haben dir gesagt, ey, ihr zieht jetzt einfach her und so, ohne irgendwas zu sagen. Jungs, cool, verpiss dich mal wieder so, ne? Okay. Wie viele Verletzte haben wir dir? Oh, ja, sechs, sieben Stück. Ja, Wendt, Bonsoir. Ich klare das, ich klare das schnell ab. Ja, okay, ich bin gleich. Bis gleich. Oh, mein, oh, mein, oh, mein. Na, Wendt, ich hab extra Essen vorhin mitgebracht. Dankeschön. Wem soll ich das geben? Kann ich mir ruhig geben. Okay. Oh, mein. Oh, mein. Mein, komm mal bitte. Ah, es ist Gott sei Dank. Schnell. Ja, alles gut. Ist dir langweilig? Ich worte auf die anderen. Ähm, jetzt hat Jimmy von den Ballers angerufen. Die brauchen Hilfe, die hat eine Schießerei. Aber ich weiß nicht, ob es so klug ist. Weißt du, wegen dem PD-Zeug. Ja. Weißt du, was ich meine? Das müssen wir jetzt neu absprechen. Das müssen wir klären, genau. Das müssen wir absprechen. Dann können wir dir nicht helfen, ne? Ja. Würde ich heute noch nicht machen. Ich würde es erst absprechen. Dann rub ich die Bank ein und schicke die runter, ne? Ja. Okay. Gut, dass ich hab. Jo? Seid ihr bei euch? Ja, wir sind bei uns. Pass auf, ich schicke euch das Bank her. Ja. Habt ihr viele Schusswunden und so? Kommt gut, ja. Ich schicke euch das Bank her. Ja. Okay. Die kommen dann gleich. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Machen wir so. Ja, das ist eine knifflige Situation, gerade mit dem Schusswunden. 966 willst du anrufen? Oder soll ich? Ja, du ruhig. Die müssen überlegen, ob die damit dann zum Petit fahren, oder? Frau, die Leitstelle des BK, hallo, Sie operat. Das kann ich tun? Ja, hier ist Curtis. Hallo. Hallo. Ich wurde gerade angerufen, ähm, in der Stadt, sind ein paar Gangster verletzt. Sie halten wohl einen Konflikt mit anderen. Weiß nicht genau, was sie haben. Und da wollte ich euch Bescheid sagen. Sie können uns Bescheid sagen, ist nur die Frage, wo? Das ist in der Stadt. Na, bei dem Bordas hinter der Waschstraße. Die Straße. Bei dem Bordas hinter der Waschstraße. Hast du dann Postleitzahl? Mann, ich gucke gerade kurz rein, dass der... Was ist denn das denn? Ähm, das muss... Bin ich gerade dumm, warum ich... Das ist, ähm, bei 4007. 4007, alles klar. Die Straße, da, wo das Raketen-Dings ist. Alles klar, gut. Da kehrte sein Kiosk-Ding da. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Sollen die sich kümmern. Japp, japp, japp. Und Dr. Chuck geht nicht dran. Dr. Chicken weiß davon nix und... Der andere ist, glaube ich, in dem Urlaub. Oh, Crispy ist in Baden. Okay. Ja. Komm, wir beobachten den. Schön den Sack ins kalte Wasser tumpen. Ja, Tee-Polchen. Ja. Der Bus ist da, kommt. Kein Los, Crispy. Äh, wir haben noch ein bisschen Zeit, einer ist noch kurz ein bisschen in die Füße aus... Äh, treten und so. Das ist ein Verbrecher, wir suchen aktuell Verbrecher. Nö. Mann. Ist das da welche? Weiß nicht, weil die sind. Äh, Partei, Haus, einer Freundschaft, Verbrecher, ein Dieb, ein Räuber. Äh, wir behandeln jeden, also nur zwei Leute, Min und ich, weil wir vom Kartell geholt wurden. Das ist unsere Aufgabe quasi, das ist so, mal der Crime-Shit. Die anderen halten sich alle an Regeln und Akten und so'n Shit. Boah, das ist ein Lachen. Aber das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil wir müssen nach klären wegen der Pidisa. Oh. Weil wir wollen das nicht kaputt... Das hab ich ja jetzt. Das hab ich ja jetzt. Nein, du bist doch Pepe. Das sind definitiv kriminell. Das sind definitiv kriminelle. Das sind definitiv kriminelle. Ja, das hast du aber auch verdient. Komm her, Pepe. Bist du gut? Danke. Ich wollte dir das beweisen, dass ich kriminell bin. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, aber wenn ich kriminell sind, dann müssen die in den Bus, oder? Nee, nee. Du gehst gleich in den Bus. Die ist bestimmt, dass es ein Unfall ist. Arme. Du auch, Pepe. Die haben wir täsern? Ah, nein. Oh Gott. Mila, was ist das denn? Ja. Guck, da fieber Mila. Big Ass. Wow. Wow. Ich hab mich opieren lassen. Was? Äh, dürft ihr doch auch die behandeln oder nur Kopf in deren Anhangsverbrücher? Nee, wir haben ne Zweigstelle in Piddy. Wir könnten quasi von da aus auf Streifen fahren. Scheiße, aber das hat ja nicht wehgetan, dass es täsern. Wir haben noch ein paar kriminelle gefunden. Ja, schau mich bist du an. Ja, schau mich bist du an. Ah, Crispy. Nein, Lucky. Nein, das kotzt nicht wirklich an, sag ich euch. Ja, das ist perfekt die Kriminellen. Los geht's. Lucky. Guck mal, der ist für so ein Kriminell. Der brennt schon die Mütze. Alle Kriminellen bitte mitkommen. Alle Zungen. Kriminellen weiter. Komm bitte. Ja, ich bin tätowiert. Ja, ich liebe sie, der Kriminell, natürlich. Ach, der schritt sich eigentlich in der Lauch noch dabei. Aber Leranta, ich weiß das grad auch nicht so genau, aber das soll... Ich will den Chuck und Chicken das IP auch nicht wegnehmen. Das sollen die alles mit denen tragen. Oha, hier fallen schon viele. Da liegst du, Langenhose. Da liegst du, Langenhose. Wir laufen über mich drüber, Mann. Fick dich, Wade! Ich sitz hinten! Hals! Ich krieg heut mein eigenes Büro bei Manfred! Oh! Gratuliere! Wade, du musst du erst einsteigen. Oh! Wir machen Medic noch für die Grove klar, aber wir klären das trotzdem nicht erstmal ab. Alle einsteigen! Alle einsteigen! Alle Kriminelle rein! Kriminelle rein! Was ist mit denen da hinten? Seht ihr mich? Nee, guck mal. Du musst noch mal aussteigen. Aua! Und sonst sitzt Wade nicht... Mila! Okay, das sind zwei Geflüchtete! Kein Thema! Mila! Ja? Mach du da! Ich sitz ganz hinten! Ich bin die Künstler! Ja, steig doch da aus! Steig doch da aus! Steig noch mal aus! Nö! Ach! Wo ist dein Maus steigen? About my parts! Oh, Wade jetzt, du! Oh nein! Nein, fuck! Alles in Ordnung! Ich komme! Opsi! Komm schmerzen! Braucht man nicht dumm! Oh mein Gott! Oh, da bin ich dumm, Alter! Ich hab das nicht gelesen! Scheiße! Wenn ihr übrigens solche Texturfehler bekommt, auf irgendwelchen Servern, ganz egal wo, einfach die Texturqualität runterstellen. Und dann ist das gefixt! Einmal mit Profis! Sorry, Chat! Entschuldigung! 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 Startet wieder! Bruder, wir haben schon 10 Uhr! Ich will mich da echt nicht so viel einmischen! Weil die haben sich da viel viel mehr verdient! Wir sind ja eher so, wir sind ja Crime-Medic-Shit! Wir haben schon 10 Uhr, jo! Oh, boy! Oh, boy! Oh, boy! Oh, boy! Oh, guckt euch die schöne Anzeige an! Schön, schön! Aber ich hab richtig Bock auch auf den Normal-Medic-Dienst! Wir sind ja nur so abgedriftet, weil oben nichts mehr zu tun war! Wenn jetzt mehr zu tun ist, Alter! Let's go! Schön die Cops behandeln! Ist egal? Oh! 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 Ja, hallo? Wo seid ihr? Ich hab Kopfhauer. Oh, stopp! Stopp! Stopp, wir müssen den Bus halten. Wo seid ihr? Ich komm da hin. Du musst in Richtung PD laufen. Du musst in Richtung PD laufen. Okay. Hallo. Wir fahren zum PD, okay, Tata? Oh, nicht gut, nicht gut. Shame. Da bekommen die Ärger. Der soll anhalten. Ich weiß nicht. Der soll anhalten. Ich bin jetzt schon voll drin in der Scheiße. Ich hör dich kaum noch. Der soll anhalten. Hab ich gesagt, aber er tut's nicht. Shame. Wir fahren aber sehr langsam. Ja, ich bin schon im Rennen. Wir sind links gegangen, wenn du in Richtung PD... Ach du... Oben. Da. Ja. Shame. Oh mein Gott. Shame. Am besten nun steigst du da aus. Ich kann nicht in der Fahrt aufsteigen. Sie hängen gleich. Wie sieht denn das aus? Oh mein Gott. Oh Gott. Und da läuft... Mula. Nichts passiert, Leute, ich bin Ärztin. Geht's dir gut? Ja. Kühlpack? Shame. Hast du ein Kühlpack? Nee, geht schon. Das, was die machen, ist nicht cool, weil heute ist Grand Opening. Da macht die meine bestimmt Ärger. Egal, wir gucken uns das an. Ja. Da macht der Mann die bestimmt Ärger. Bestimmt Ärger. Im Ärger. Ich verstecke kurz meinen Rucksack. Okay. Okay. Alle Kriminellen rein ins Piddy. Alle Kriminellen rein ins Piddy. Warte mal, hast du halt wirklich so ein Boundy-Hander? Weiß nicht. Komm, wir können rein. Wir haben alle Kriminellen in der Stadt eingesammelt. Mann, 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 Krufe! Ja? Ich hab alle Kriminellen in der Stadt aufgesammelt. Hab ich hier alle gebracht? Ja, weil ich krieg jetzt mein eigenes Büro, BD 0815 ist wieder am Einsatz. Campbell, uns wurde eine Geiselnahme gemeldet. Wie eine Geiselnahme? Können Sie mal die Waffen wegstecken, bitte? Ja? Mann, Mann, zwei. Also, Manfred! Das kann gar nicht sein. Okay, Sie würden also sagen, dass die Leute da hinten freiwillig mit Ihnen richtig mitgekommen sind? Nein, das sind Kriminellen. Sie haben verhaftet? Manfred! Bleiben Sie mal bitte hier. Hey. Ist das mit dem jungen Mann hier zusammen gemacht? Sie brauchen die Kinder. Ich hab dir gesagt, der Mann hier macht Ärger. Ich meine Freddy van Pino 815 wieder am Einsatz. Hab ich doch geschrieben. Mit ner Briefzaube hab ich das gedacht. Oh, ja, sehr gerne. Geh auch, kümmere dich mal drauf. Klar. Ich geh bald aus. Wir sind ja Polizisten. Klar. Ich habe dir gesagt, der macht Ärger. Und der geht jetzt dahin und fragt nach. Und dann wird die Welt bestimmt verhaftet. Guck mal, wie viele Leute der eingesammelt hat. Voll viele. Aber der hat doch alle gefragt, ob die Kimi-Nehl sind. Der hatte eine Knackel-Nehl, hast du das nicht gesehen? Nö. Ja, und mit Pistolen-Gewalt hat er die da reingezogen. Aber paar haben auch gesagt, ich habe nicht Kimi-Nehl, ich bin ja auch tätowiert. Ja, die sind aber dumm. Ja. Aber dann sind die ja auch selber schuld. Ich glaube, der Welt braucht mal ein paar Tepi-Stimmen bei dir. Ich kann den tippieren. Ich weiß. Deshalb sag ich es ja. Du hast wunderschöne Augen. Hm. Danke. Komm, ich geh mal weitergucken, was du anarbeitest. Okay. Hey. Ja, klar. Mensch, Schürze. Wait. Ja? Willst du mal Therapiestunden bei Mila nehmen? Warum? Für was, Frau? Ich bin doch voll... Einfach mal, weil deine Sorgen und Probleme reden. Du darfst mich auch gerne anschauen, wenn du das baust. Ach so, ich soll dich anknacken? Anscheinend! Anscheinend! Wir sind hier nicht bei Ultrafans. Ich glaube, du bekommst nämlich gleich von Manny richtig Ärger. Warum? Warum? Ich bin mir nicht sicher, weil ich kann so. Das ist ja Quaschen-Singer, Alter. Komm mal her. Guck doch, ich darf das mal. Ja, ich kann sogar bezeugen, dass ein paar von denen wirklich gesagt haben, dass die kriminell sind. Das stimmt. Ich bin ein Zeug... Mann, dann wird dein Herr Willeworker halt der innere Manker nicht. Oh. Allesamt. Allesamt, Kripp. Will, die werden jetzt zu Sprengen gelassen? Das gibt's ja wohl nicht. Ja, ich danke nochmal für die Einladung, Herr Kempel. Schon krass, Mann. Ich bin doch da! Warten Sie mal. So. Mr. Kempel. Mr. Kempel. Jetzt krieg ich mein Büro. Mr. Kempel. Jetzt ist es so was. Eck Büro. Ich möchte Leute einsacken und denen sagen, die sollen einsteigen, weil die Verbrecher sind. Warum? Das sind aber Verbrecher, Mann. Ja, ich glaube, einige von denen sind sicherlich vorbestraft und haben ein bisschen was auf der Kappe, aber so kann man als Polizist nicht arbeiten. Das tut mir leid. Aber guck mal, wie schnell... Mr. Kempel. Mr. Kempel. Schokokeks. Und einen schönen Tag noch. Ich möchte bitte, dass Sie sowas nicht nochmal machen. Der war sauer. Sie haben jetzt alle gesagt, dass Sie nicht als Geisel genommen wurden. Alle. Das ist Ihr Glück. Ansonsten müssten Sie jetzt im Arbeiten abgehalten. Verstehen Sie. Aber Manfred, das kann überhaupt nicht sein. Ich bin nämlich kein Bounty Hunter mehr. Das darf ich nicht mehr. Aber Sie sind auch kein Officer. PD9815. Campbell, Sie sind kein... Sie sind kein Officer. Campbell. Ansonsten. Ja. Warum? Weil Sie keine Marke haben. Sie haben sich nicht beworben. Sie sind nicht eingestellt worden. Sie haben keine Ausbildung durchlaufen. Und Sie sind auch extrem vorbestraft, Campbell. Also wird das auch nichts mit dem Ektor, Sir? Aber der Ding an der Leitstelle hat gesagt, hier, der noch... Den ist ein Kumpel. Hm. Amazon, ich soll die doch... Dann kriege ich ein Büro. Nein, nein. Campbell, hören Sie mal zu. Sie haben gerade das gemacht. Sie haben gerade das gemacht, was Sie hätten auch bei sich machen können. Sie haben gerade alle Leute eingepackt, die erheblich vorbestraft sind. Und Sie sind auch erheblich vorbestraft. Aber deswegen, deswegen... Nein, nein, nein. Ich habe einen Parkgedealt. Was? Campbell, Sie... Ich behandle Sie auch nicht wie ein Verbrecher, obwohl Sie hier gerade... Ich habe mich anscheinend gerade verhört. Das ist ja kein Problem. Es ist manchmal sehr laut in der Lobby. Also tun Sie mir doch den Gefallen. Steigen Sie bitte in den Bus. Parken Sie den irgendwo ab, wo er nicht im Weg steht. Und dann gehen Sie Ihres Weges. Also soll ich es oben beim Esti probieren? Dann fahre ich die da. Wie gesagt, rechne ich Ihnen da realistische Chancen aus. Aber Mensch, Mann, Fred! Ja? Ich werde wiederkommen. Mit einer Marke. Und wenn es eine Esti-Marke ist, dann mache ich hier eine Zweigstelle für Sie auf. Kein Problem. Ja, ähm... Ich möchte nur mal eben... Da draußen ist einer unterzuckert. Oh, oh. Ja, draußen. Wir haben medizinisches Fachpersonal hier. Das kann ich auch. Kein Problem. Oh mein Gott, wait. Oh Gott. Keine sind schon da. Wir sind schon da. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Hallo. 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 Das muss sofort aufhören hier. Nicht vom Polizeidepartment. Das tun Sie hier auch nicht einvernehmlich vom Polizeidepartment. Sie gehen. Ja, ist hingefallen. Ja, können Sie mich hören? Hallo? So. Bitte gehen Sie. Ja, ich will keinen Platz vorbeizgeben. Ja, ich will keinen Platz vorbeizgeben. Ja, aber von wie die hier. Nein, nein, Candle. Oh. Nein. Kommen Sie zurück zum... Ich hatte meinen Schmarrn, Fred. Ich hätte so viel in Ordnung. Komm schon, Junge. Ich habe mich einfach gestupft, der Penner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jo. Jo. Kannst du zahlen? Ah. Wo zahlen? Wo zahlen? Wo zahlen? Oh Gott. Mein Kind. Wo hast du Schmerzen? Du hast gar kein Kind. Hast du mein Kind? Doch. Mein Kind. Schau sie an. Ich habe ein Kind. Wo ist es? Das aufs Arsch. Ach, der meint den Pflaumen da. Ja, schau mal. Ich habe jetzt ein Kind. Ich habe wurde operiert. Und jetzt habe ich meinen Arsch verloren. Und dafür habe ich ein Kind. Ach du Scheiße. Stimmt, ein Kind? Ja. 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 Was? Was? Ja, bei Dr. Chuck. Die haben mir voll draufgehauen, sage ich dir. Ich habe das noch nicht so lange. Da muss ich mich dran gewöhnen. Rilla, du musst ihn eincremen. Ja. Das ging mal hin. So, ein bisschen was in den Mund. So, in die Nase. Oh, in die Nase. Oh, in die Nase. Oh, in die Nase. Und in die Ohren. Warte mal. Ah, das ist eklig. Das ist eklig. Ah, kannst du das irgendwie raus machen? Das muss so sein. Ne, das muss sein. Das musst du jetzt erstmal einziehen. Oh Gott, das ist eklig. Hast du ein Tripsil da? Ach, ein Stipsel, was? Ein Tripsil da. Was ist ein Tripsil da? Jemand, der auf dich aufpasst. Ja, wenn du gleich voll drauf bist. Du bist mein Tripsil da. Ja, ich pass auf dich auf, Mann. Ich pass auf dich auf. Ja, ja. Okay. Ja, sag ich doch. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir helfen jetzt auch. Ja, ja, ja. Auf dein. Eins, drei. Ja, einsteigen, alle. Es geht weiter. Ja, Pepe, wo ist nang? Ich fall da hoch. Ich fall da hoch. Ach du Scheiße. Der wollte mir mal seine, seine Jacke leihen. Warte mal. Ja ne, zum SD will ich aber nicht. Oh, ist tot. Okay, das mit dem Kinn haben wir wieder. So ein Scheiß. Oh, super, danke. Kein Problem. Los, jetzt ab in den Bus. Oh Scheiße, wieder in den Bus. Oh Gott. Scheiße. Wart auf dein Chips, Hütter. Ich mag die nicht. Der hab ich geschlagen. Holt euch einen Platz, bevor sie vergeben sind. Scheiße. Scheiße. Alle rein hier. Wir fahren nach Barcelona. Barcelona? Wo ist das denn? Das weiß ich auch nicht. Ist das in der East-Zeit? Da will ich nämlich nicht hin. Heils Maul, Pepe. Oh, okay. Wir fahren hier kurz mit, damit ihr euch nicht wieder verliert. Gute Fahrt. Mach's gut. Ein Hoch auf uns im Bus fahren. Oh Scheiße, pass auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Kann der da vorne mal wegfahren? Oh Gott. Was ist da vorne los? Bitte wegfahren. Ich würde sagen, wir müssen uns den Weg freimachen. Bevor wegfahren da vorne. Ich muss hier raus. Ja. Na raus. Fahr weiter. 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 Wenn das so weiter geht, geht. Schmeiß meinen Flaschen nach vorne. Bitte keine Flaschen schmeißen. Leicht nicht einfach nur ein Bus nach vorne, wirst du da nicht drinnen, ne? Kein Problem. Mein Gott. Nimm die Flaschen! Ich kann nicht mehr. Das klebt doch alles. Scheiße. Solange wir nicht zur East-Seite fahren, ist alles gut. Oh mein Gott, Alter. Na klar. Ja dann los. Die brauchen auch Private Medics, Junge. Wir haben heute hier. Mensch, das ist alles so. Oh Gott. Ich glaube das mit dem Customer-Mail-Gemiet noch Probleme ging. Mensch, der Mann hat ja schön meinen Haken, ne? Ich denke schon, dass die das im Blick haben da. Der hat gesagt, ich muss beim SD sein. Und dann kriege ich mein Eckbüro da unten. Naja, die Textungen sind nicht immer gewohnt. Ich muss noch eine Stufe runtergehen. Ich muss auf Normal gehen. Dann ist das mit den Textungen. Du hast das alles so gemacht wegen so einer Scheiße. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, pass auf! Das war der Strom, Carsten! Oh mein Gott! Das hat jetzt gleich Strom ausweilen. So, die zahlen die Hakuza keinen Strom mehr! Oh mein Gott! Ja, ich muss nicht alles mehr passieren heute hier! Äh, Willowoo, Dankeschön für Luis am 56. Monat. Und hallo. Ich bin gebrochen, ich sag wie das ist, Alter. Der Wade hat mich grad komplett auseinander gemacht. Ich denke, wir müssen zusammen ließen. Das ist die Definition von ich zieh mir einfach ihr P aus dem Arsch. Im positiven Sinne. Ja, du wirst du da eins. Und zieh einfach. So, danke. Keine Ahnung, Alter. 15 Leute hoch. Ich denke einfach, blöde Zeit. Warte mal, Will, du Witze nullen! Jetzt! Pass mal auf! Du kriegst gleich einen im Nacken, warte mal. Einfach! Du Witze nullen! Wir fahren hoch zum SC, euch wegkriegt, ihr Verbrecher! Na? Ja? Weil du bist der Beste. Na klar, los geht's! Wir haben nicht angestorben, ne? Warte mal, wir müssen in der Kim. Das waren die schon, Juno. Ähm, ja, du musst vielleicht auch die Musik lauter machen, wir hören hier hinten hin. Nee, wir singen einfach so. Wollt nicht die Mutter. Ja. Ey, das kommt. Kennt ihr das nicht? Ne. Mal, ne? Ich werde dran in der Erinnerungsschall. Ja! 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 Oh, ja! Das ist das nicht. Scheiß auf den Hater! Mittelfinger an die ganzen Hater-Metal-Leute! Was? Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, Mittelfinger an die ganzen Hater-Metal-Leute! Das ist ein bisschen hart, meinst du nicht? Das ist ein bisschen hart, meinst du nicht? Also, warte auf! Ich guck erst mal kurz euch an! Es kann überhaupt nichts mehr passieren hier! Äh, wait! Sind wir schon in England? Ist es auf dem Weg nach Barcelona? Das ist neben Alaska links! Ich sitz hier und ich schüttel einfach nur den Kopf! Da bin ich ja beruhigt! Ich weiß nicht, was ich nur sagen soll! Die Welt ist doch nicht rund! Das ist ne Scheibe! Ja, ne Pizza, ne? Klar! Ich weiß nicht, was ich sagen soll! Fahr nicht zu bald, sonst fallen wir gleich runter, Mann! Das ist ein bisschen schüttel! Ja, deine Gehreie! Noo! Du schwein! Toregoo! Toregoo! Ich weiß nicht, was ich nicht gehört! Torego! Wann das? Ich weiß nicht, was du es warst! Was? Wie? Ja? ich würde dafür line records empfehlen bruder aber nur wenn du löwe bist man kann ich bin hier ich habe einen guten song für uns im bus aufgepasst aber ich habe musikallergie alles klar jetzt habe ich verstanden hast du aber keiner wenn du das vielleicht nicht auf der brücke machen Ja, mein Scheiße, Mann. Anna, wirst du stehen bei. Komm, du Scheiße. Wir könnten Dutschberg alle schreien unter Untersprache. Danach können wir locker weiterfahren, sag ich dir. Oh, jetzt kommt der Todes-Tunnel. Hier ist mein Helikopter abgestürzt. Im Tunnel. Im Tunnel? Wie kann er in dem Tunnel... Keine Ahnung. Wie ist er im Tunnel abgestürzt? Frag mich nicht. Habe Bohnenunterpfung gehört. Ich meine... Kann man doch einfach durchfliegen, oder? Wenn das Wetter mitspielt, ja. Aber das ist ja hier so. Weißt du, du hast so einen Windzug, ja. Also, ich sag euch mal was. Jetzt war ohne Spaß da hinten. Also... Ich hoffe, die sind überhaupt da. Kommt da auch noch was? Ja, haben die eine Telefonnummer? Ich kann ja mal anrufen, Mann. Ja, ruf mal 112 an. Oder weißt du? Das ist doch gar nicht die Nummer. Gut, das ist jetzt auch mitbekommen hast. 922. 924. 924. Was denn nun? 924. 924. Okay, 924. Ruf da mal an. Nicht vergeben, Mann. 922. 922. 922. Guck mal! Hier ist ein Boogie! Ja, moin. Äh, ich wollte mal fragen. Seid ihr, seid ihr da oder was? Oben am, ähm, am, ähm, am Esti. Oh, Mensch du, das ist aber auch eine schöne Busfahrt. Ja, das ist sehr gut, weil, äh, da kommt gleich ein Busverbrecher, die sind schon locker zwei Stunden aus der Stadt unterwegs und, äh, naja, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall. Wird's wild, Mann. Stellt schon mal ein paar Donuts und Kaffee warm. Bis gleich, Mann. Okay, die wissen, dass wir unterwegs sind. Sehr gut. Wir machen einen schönen Drive-By. Ja, Mann. Also, ich bin dabei, verdammte Scheiße. Let's go. Oh, ich bin auch dabei. Ja, ich bin P. Ja, ich bin P. Ja, ich bin P. Ja, ja, ja. Boah, was guckst du so krimmig da hinten? Ja, du hast kein Kind und ich hab zu viel. Vielleicht kann Dr. Schack ja was machen. Jun, P. hat echt ein Kind. Ich hab ein Kind, guckt da. Okay, ihr müsst euch jetzt festhalten. Ja, aber ne schöne ist es so. Ihr müsst euch jetzt festhalten. Das sind hier die Serpentine. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Marco, danke schön für, du bist am 5. Monat. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Heißt du. Wenn du das hast, wird das wohl stimmen? Scheiße. Wir haben hier weiter fahren, Welt. Ein bisschen Schlagdein in der Hand, Scheiße. Oh Gott. Wait, du musst aufpassen, Mann. Schatten ein paar Ollen, bitte. Wenn Pip sein Kind platzt, fängt sie ja überall nach Scheiße. Newman, Scheiße. Warte mal, Pip hat kein Kind mehr, ist rausgefallen. Oh, Gott. also da ist er wir müssen anhalten wir müssen das kieler mir das kiel was machen wir denn jetzt so gut schaut mal schaut mich im kölnchen liegt es irgendwo scheiße hier ist es aber mein gott ist da rutscht es wird nach hinten ich warte ich versuche alles bremse ist kaputt ach toll Peppa den Schwanz im Hals zertowiert wie ich damals wer hat den Schwanz im Hals der Peppa den Schwanz im Hals zertowiert das hand ich auch mal oh Gott die Bremse geht nicht mehr die müssen uns stoppen die müssen uns stoppen ach du scheiße man wir sind grad am SZ vorbei unsere Bremsen haben versagt die funktionieren nicht mehr der Bus fährt die ganze Zeit weiter da oben im Norden man Paletto Bay man scheiße wir sind gestorbt alle aussteigen ok und ihr seid jetzt wieder alle verhaftet eine Reihe aufmachen hier oh Gott oh Gott wir nicht und schön in der Reihe gehen und schön reif und schlieb 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 ich bin gleich wieder da ich kann bis gleich ok oh eine Medizintasche wie das aussieht alter der ist absolut wahnsinnig der Typ der ist absolut wahnsinnig der Typ und das gefällt euch Chat so was zu gucken der ist so der Typ ist so wahnsinnig älter ja ein bisschen anstrengend ist das schon solange die nicht rumschreien und so ich hoffe hier ist gar keiner ist sauber blieben ja es war die anstrengendste Busfahrt die ich jemals hatte in meinem Leben mein Kopf ist einfach gefickt und ich sag dir das hast du ne Ibu dabei? ich hab auf dem Fahrrad was dabei hast du Schmerzen? ja ich hab Kopfschmerzen man wieder abpacken ja danke man sofort rein und auch du da hinten wenn das der Charis sieht ne so äh weiß ich nicht ob ich Gustavo kenn doch und lass mal hier aufs freien hinfallen und die Flotten hoch also der ist da grad rein und meinte jetzt alle die Flotten hoch ich weiß nicht was hier passiert nochmal für ein bisschen Action sorgen ach 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 du scheiße was du ähm ich glaub du hast ein Problem ach ähm ach 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 du scheiße oh mein Gott aua warum werd ich geschossen? aua ich bin ein Mediziner man sag mal wir dürfen auch alle hier vorne kommen und gucken was willst du? warum soll ich hier stehen bleiben? warum schießt du auf mich? ich geb ihnen neue Klamotten ach das tut so weh ich geb ihnen neue Klamotten ach ich hab keine Ahnung was da los ist aber ihr bad ist jetzt sauber an ach das tut so weh ach ich weiß auch nicht was da los ist aber ich bin grad eh sauer wie Zitrone ja dann geht da mal rein dass irgendwas da geht darf das sind Schwerverbrecher und hören sie auf mit der Waffe uuuuuh das sind Schwerverbrecher nach vorne ich flip aus heute echt ich muss den Schlepp vom SD ich muss den Schlepp vom SD ich weiß nicht rein ich ich weiß nicht 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 oh Gott oh Gott er schießt mich aus Versehen mit dem Wasser kannst du keinem erzählen ja warte kurz ich hab den glaub ich die halbe Akte weggeballert das tut so weh Mister warten sie warte ihr müsst aufpassen das ist ein Schwerkrimineller da drin Köln aufpassen was geht denn hier ab ich glaub Wade denkt über einen Bounty Hunter oder so wer ist Wade oh nehmen sie bitte die Waffe runter und hören sie auf auf die Leute zu ziehen na der Typ mit dem roten Hand Mister stehen sie mal auf ok du Gott fucker der Trainee nimmt aber kurz den Mister mit toll ich glaub ich gleich kugeln jetzt gut soweit ne der hat mich mit dem Wasserstrahl voll im Bauch geschossen mit dem Wasserstrahl ach ja bleib ich mal ganz kurz geschmeidig liegen ich werd dann medizinische Unterstützung anfordern ja aber bitte das Baker da arbeite ich nämlich ach so sie sind Arzt ja ja gut ich werd mal mich kümmern ich bin sofort wieder bei ihr bleib ruhig bleib ruhig bleib ruhig jetzt auch ich brauch Schutz hier ja bleiben sie mal vom Eingangsbereich hier weg ich brauch Schutz ja weil so ne Hecke ist sich grad so zu lang nicht der Polnen ok ok Wunder wo kommt die denn mit dem Wasserwerfer hinhalt noch für nicht kommen sie mal mit genau dann haben sie mal ganz geschmeidig da mache ich hier schutz einfach mal ganz geschmeidig ja nun mit der russer ich habe angst ja wir sind ja hier mein bauch bitte knallen sieht alles ganz entspannt aus wo waren die mit dem wasserwerfer oh mein gott was passiert da ein knüppel in der hand 69 mit der information hat weh getan wasserstrahl angeschossen warst du dass ich pass auf den jungen mann auf rettung ist gleich unterwegs wir brüchten einmal die rettung bitte ihr könnt doch nicht so einfach weg schießen oder auch auf die eier nein im bauch weh im bauch na mit dem wasserwerfer mensch und dann fängst du so an zu heulen ich ruf mal kurz an ja aber bitte das baker ja das baker ist nämlich das beste ja das ist tatsächlich wahr ja mhm mhm wo warst du mir im einsatz mit den dingern habt ihr den kartell hoch genommen ist das nicht täglich so ich weiß nicht hab ich den nie gesehen ja ich hab den kartell auch noch nie gesehen ich suche mal schnell die anderen wir holen dich da raus mit waffengewalt ich bin doch überhaupt gar nicht verhaftet man das war doch die gleichen die eben beim pd und ja ist richtig da kommen sie schon gott sei dank für den feierabend da kommen sie doch schon da ist die rettung schon gleich da gott hoffentlich merken die nicht dass unsere dinge ausgefallen ist schlecht sie haben einen neuen ton bei den sirenen dr chiken oh gott zeig mir deine hoden nein im bauch hat er mich geschlossen in wasserling ist das nichts für mich warum seid ihr nicht im pd es sind doch leute im pd wir haben vier rtw draußen viel zu tun heute warum seid ihr mit der krücke ja weil wir nur zwei von den anderen rtw haben was hast du denn gemacht er hat mich mit dem wasserwerfer aus der sehnen abgeschossen der mann mit dem mit dem zopf erst wohl auf den knopf gekommen dafür also ich bin es nicht gewesen ach so ich dachte ich dachte ich dachte du meinst du meinst du meinst du meinst du meinst du meinst hat mich auch getreten nein so fühlt sich das an gott ich verklag den laden hier ich will schmerzensgeld vier dollar mindestens ich bin so ein anwalt weißt du ich hab so ein bus gesehen wo viele super viele leute drin waren ja und bin als mediziner hingegangen weil ich dachte es ist ein notfall und dann war hier waren hier alles Leute verrückte nennen wir mal die baldie creme hier ja genau ah die ist besser ja die ist das noch moment oh schön auf den bauch du meinst ja geil das reib ich jetzt ein und wie findet ihr den job im pd? bitte? wie findet ihr den job im pd? also wir waren ja vorhin da und hatten schon irgendwie vier oder fünf einsätze direkt dort das ist gut also ich persönlich finde dass das neue pd ein bisschen arg dick viel luft bereitet ne? ja das auf jeden Fall das hat ne man ist ja auch Blackrock oder Mordor und dann streichlicht das noch ein bisschen und dann gehöre schon wieder ne? oh ich hab bollchen gemacht wenn ich hier ein bisschen drauf drücke naja Mordor würde passen und Lange ist dann sauer ins Auge oder was? der Manni ne? so es ist nach 23 Uhr und das Telefon steht wieder gefühlt nicht still ja super ja ist doch gut ja das ist super so und jetzt nach aufstehen und dann einmal die Hände zum Himmel und lass uns fröhlich sein die Hände zum Himmel das war ich alles gut das war ich nicht das war ich alles gut trotzdem ganz normal danke ja gerne ich muss zum Break, Alter Minas dahin gehen ok alles klar bis gleich willst du mitfahren oder? fahrt ihr dran vorbei? ja wir fahren jetzt wieder dahin bis sind grad die anderen Einsätze anfahren ja passt auf hier geh nirgends was ab ne? man du schießt mich einfach mit so nem Wasserstrahl an die Toten die Toten das wird ein gelber Fleck ach sehr schön wir haben sich nämlich versucht anzufunken euch gehts also gut ja? das ist richtig am glühen hier ach so ist Dr. Chunk schön aufgetaucht? also er war ja freundin mal da aber ich weiß nicht wo du dann hin bist oh man da ist er doch oder? da ist er doch sag ich doch mein Gott hallo Dr. Chunk hallo Curtis war alles geklärt heute was hast du denn alles geklärt? oh ich hab Bauchschmerzen musst du aufs Klo? nee ich wurde grad mit nem Wasser Wasserdings abgespritzt vom Sheriff auszusehen warte mal drehen sie sich da grad nen Joint? das ist Arbeit ach so na wir waren heute beim Hermanni Mila und ich wir wollten eigentlich betteln ja und dann hat er sofort gesagt Frau Doktor also Frau und Herr Kusch mitkommen sie machen jetzt beide Besichtigungen mit dann sind wir da mit 50 Polizisten durch das Gebäude gerannt dann hat sie uns den medizinischen Bereich gezeigt dann hab ich koordiniert dass Dr. Hühnchen Hermanni anruft dass die ersten Leute runterkommen und das ist jetzt unten besetzt ok ich hab schon vorgeschlagen dass wir da immer wieder stationieren ich hoffe die Leute fahren wirklich dorthin doch ja wunderbar was ich nur sagen würde ist dass wenn man runterfährt sich eine der Dings anzieht Uniform damit es ein bisschen Professor rüberkommt kleinen Ticken nur irgendwann haben wir Uniformen dann ziehen wir die Räder an na aber wir haben ja so oder so schon welchem spinnt oder die schwarze noch die blaue ja natürlich die schwarze gibt es glaube ich nicht mehr oder blau oder keine Ahnung ja genau weiß nicht welch ich war schon lange nicht mehr im Dienst also dass du Uniform tragen vorschlagst ist ja seltsam seltsam na nur für SPD halt man muss ja auch erstmal einen guten Eindruck machen damit die Polizisten und so sich an die alternative Medizin gewöhnen und dann kann man vielleicht ein bisschen lockerer werden ja das hab ich auch gesagt wir müssen Präsenz zeigen die Leute müssen uns kennenlernen dann bekommen wir vielleicht mal einen eigenen Eingang oder irgend sowas ja das es leichter macht aber erstmal müssen wir es beweisen haben sie Mila gesehen die sollte hingehen nein ok ist sie noch entfernt naja es sollte nur mal wenn man das nur mal sagen kann achso mhm Katis bist du verletzt ja Dr. Chuck ich habe ihnen gerade gesagt dass ich mit einem Wasserwerfer abgeschossen wollte achso soll ich was tun Dr. Chicken hat mir schon geholfen ok warte lass schauen 48 Stunden Innendienst nice wir hatten unsere erste Patientin im PD war eine Frau die hatte am Knie eine Schürfwunde da hat sie dann vom Pillbox einen Nagel reingehämmert bekommen und irgendwie ein paar Tage auszahlt von der Arbeit naja hat sie sich aber nicht dran gehalten und den Nagel hat Mila vorhin rausgehämmert wieder ja wunderbar habt ihr ja schon beliebt gemacht klar freut mich wir kennen ja auch schon super viele da ne Pinsel Tasergeld und so weiter Tasergeld mhm ach ist das süßgeld ahja und den Herr Windwalker ach super viele ja wunderbar vielleicht habe ich morgen mehr Zeit dann fahre ich auch mal hin ich habe mir auch den Stadtpark angeschaut wo der ist superschön ja ich konnte sogar angehen dort ich glaube es ist verboten aber mich hat keiner erwischt ich habe nach Fische geguckt aber keine gefunden ich habe einen gefahren also es schaut noch Fische aus ich habe es noch nicht gekostet ok ok ja warum bekomme ich eigentlich hier eine Beförderung dafür das einmal ist klar Abteilungsleiter ja ich schreibe hier auf nein hat es Spaß ok 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 ich komme näher weil wir ja jetzt dieses Ding im PD haben ja ähm und wir besonders vorsichtig sein müssen momentan was das Ding angeht mit dem anderen Ding Sie wissen schon ja das andere Ding das Ding ist ja in Mexiko ja aber ich habe es erstmal mit Mila besprochen dass wir das erstmal kurz auf Eis legen und das neu besprechen weil wir sind ja jetzt im PD drin und nicht dass das Pillbox irgendwie auch gemacht und ne aber ich denke du kannst trotzdem die Communities besuchen und fragen ob jemand was braucht schon ich wurde auch vorhin angerufen von dem Burlos aber die hat einen Schuss wunden wer ist Paula und da das gestern ja gesprächs das sind Lila nennen ah ok und da das ja gestern gesprächsthema war mit den Akten und Schusswunden und so habe ich erstmal war mir das zu heiß also uns ich habe trotzdem das Baker angerufen und die ihnen geschickt also regulär wunderbar gut gemacht ja wir müssen da vorsichtig sein weil ich glaube die haben alle Augen auf uns wir sind sehr 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 sauer dass wir da im PD sind jetzt wissen die oder sollten die das wissen die doch schon die wissen das auf jeden Fall vorhin kam jemand da hin der wurde aber weder begrüßt noch empfangen ich weiß nicht ob die nicht ich weiß nicht ob die schon wissen dass die überhaupt gar nicht da rein dürfen sondern nur wir das hat der Herr Mann ja auch gesagt allen Polizisten bei der Dings wahrscheinlich rechnen die damit dass die da auch warten dürfen aber da haben die sich geschnitten naja die wollen wahrscheinlich gar nicht da hin hm wer weiß ob wenn uns die Polizisten da hinrufen ideal ob kann man da sogar hin hubschrauben wahrscheinlich ja die haben oben auf dem Dach aber ich weiß nicht ob wir wo wir dann landen können ach so dann blockieren wir die Landepflege das kann sein da müssen wir nachfragen ja wir müssen halt schauen dass immer wer ansonsten haben wir ja eh Leute da abgestellt ja ich hoffe die Leute gehen wirklich hin naja das teilen wir ein ansonsten bin ich ein Mailerhalter ja ja so jetzt weiß ich natürlich nicht wo ein Mailerhalter ist ich guck mir mal kurz die Uniform an weil die noch im Spinnen sind ich komm mit krass sie wollen nur gucken wie ich mich umziehe sie schweigen vielleicht das neue PD heißt übrigens Blackwalk okay wie passend das gibt die blaue Nüpfung noch ja wie früher obwohl ich sagen muss dass sie sehr gut eigentlich zu unserer Morde passt ne ja eigentlich schon mh mh ich glaub das ist wieder so ein Fall für Paletti aber wenn wir Helme haben und hier unten keine dann gibt's wieder ein Zirklus Ich glaube, ich habe schon mal jemanden gesehen mit dem Halm. Okay. Bin mir mal nicht sicher. Haben wir überhaupt den Fire Department oben? Also ich weiß, dass da eine Straße eins ist. Aber haben wir Feuer Männer? Bitte mach dieses Fass nicht auf. Warum? Ja, weil da gibt es wieder einen Riesen-Zirkus. Das Fire Department ist noch viel empfindlicher als das Central Krankenhaus. Ja, aber ich scheiße auf das Fire Department. Im Palais, du kannst auch brennen. Ja, aber haben wir in den letzten vier Monaten einmal die Feuerwehr gebraucht? Es geht ja nicht nur darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass man das erfüllen kann, was der Mensch, der Herr kommt, sich wünscht. Und wenn jemand herkommt und meint, ja, Fire Department, da sehe ich mich, dann sollte man ihm das ja machen lassen. Ob jetzt gebraucht wird oder nicht. Er ist ja trotz dessen trotzdem nur Mediziner. Außerdem sieht es für die Kulisse gut aus, wenn man im Feuerwehrwagen rumfährt. Na, Präsenz zeigen. Ja, eines Tages machen wir ein Fire Department und da darf jeder, der Lust hat, mit dem Feuerwehrwagen rumfahren. Meinsch doch. Oh mein Gott, ziehen Sie das. Das ist schon, ich habe sie noch nie in Uniform gesehen. Das ist lange her. Was ist eigentlich mal der Brille, die ich Ihnen gegeben habe? Ja. Die habe ich noch, wo? Zieh auf mein Mobil auf, dann sehe ich ein bisschen professioneller aus. Na, was sagst du? Ja, besser. Wie Pfarr, Vorder und Sohlen. Gucken Sie mal. Ja, ich... Ich brauche einen Spiegel. Vielleicht muss ich mir doch eine neue Nase machen lassen. Ich habe gesehen, der Peper war hier, der sich das Kind machen lassen. Ja, genau. Ich habe ihm ein Stück seiner Sehns ins Gesicht operiert. Mhm. Das ist gut. Jetzt hat er ein Arschgesicht. Boah, ich weiß nicht, ob... Ich muss irgendwo in die Stadt kommen. Ich glaube, ich rufe mir ein Taxi. Aber erst mal, ob ich wäldern. Und dann tummle ich mich bis in mein Bild rum. Ich kann dich runterbringen. Ich hatte eh nicht Vorwärtsinn zu arbeiten. Aber ich rufe mal Kim an. Ja? Ja, Kim, wo seid ihr? So, wieder in der Stadt. Ja, aber wo, da? Seid ihr noch rum, oder habt ihr aufgehört? Nee, nee, ähm, ähm, wir haben eine Kopfkarte geklaut mit Piep drinnen, weil er verhaftet worden ist. Jetzt müssen wir die nur rausholen. Die Kopfschlagen gehen. Warum frage ich überhaupt? Ja, warum fragst du eigentlich? Wir sind jetzt, ähm, bei 20, nee, 40, 21 darunter. Also, bist du mit Wald, oder wo sind die? Ähm, Wald ist noch im Knast, ohne Grund. Wie, Wald ist im Knast? Ja, der ist noch oben im, ähm, ist die drinnen, ohne, ohne Grund. Okay. Kannst du mal anrufen? Ich guck mal. Der versucht ein Glück. Bye. Jo. Sollen wir zu den Communities fahren, Dr. Chuck? Ach nein, heute nicht mehr. Morgen. Heute nicht? Hm, dann soll ich, kann ich das auch machen? Ja, natürlich. Darf ich mal dafür ein Buffalo nehmen? Das ist ja eben die Regel, also gilt sie für uns nicht. Also dürfte ich mir ein Buffalo nehmen? Ja, natürlich. Leg los. Ja, dann fahr ich mal ein bisschen rum. Guck mal. Und der Wade ist im Gefängnis, vielleicht Baul nehme ich da. Im neuen PD? Mhm. Zieh die Hübsche an, fürs neue PD. Na, aber darf ich im Outfit rumfahren? Ja, klar, bin ich auf Mission, ne? Welch im Outfit? Ja, klar, mach das. Na, aber ich kann ja auch zivil. Oder nicht. Du meinst, das ist im PD besser, in Uniform hinzugehen. Ach so, nur das ist mir erst mal egal. Ach so, nur das ist mir erst mal egal. Dann nehme ich mit dem Buffalo und dann fahre ich mal runter. Genau, musst du ihn halt nachher zurückbringen. Ja, klar, ja, klar. Sonst schleppt ihn irgendwann in der Nacht ab. Was? Weil er meint, wir haben im MD geklaut. Okay. Das ist mir schon passiert. Die Toten. Dann bespille ich dir, Dr. Chuck. Viel Erfolg. Grüß mir die Communities. Und sie können ja auch mal mit Dr. Tink quatschen, sechs zum Outfit, wenn wir ins PD gehen. Also quasi auch stationiert sind. Wissen Sie? Ja, ja, ja. Ich meine, wir warten einfach auf die neue Uniform. Oder so. Bis später. Und wir können ja auch mal im Park angeln gehen. Ja. Ich glaube, ob das illegal ist. Es ist illegal. Ich glaube, das DOJ schrieb, dass bis zum 15. und 12. in stehenden Gewässern Leichtzeit ist. Aber das steht nicht. Da sind riesige Wellen. Das ist ein Fließgewässer. Müsste mal schauen, ob es da den Zoo oder Abfluss gibt. Da gibt es einen. Da ist ein Tunnel. Ja, dann könnte man es argumentieren. Ja. Ich bin der Chef. Ich bin da. Papa. Keine Ahnung, was mit Mila ist und ob die wiederkommt und wann. Deshalb fahren wir einfach rum. Wir können ja auch zum PD fahren und gucken, was da geht. Aber ich habe sie. Das ist die Hose. Das ist die Textur der Hose. Das sieht aus wie orthopädische Watt, weiß ich, Alter. Ich bin doch noch nie mit dem Buffalo gefreut. Ja. Achso, die stehen vorne. Aua. Ich bin noch nicht im Dienst. Ich bin noch nicht im Dienst. Ich bin noch nicht im Dienst. K. Wir sind nicht im Dienst. Ja, wir sind nicht. Phone crank Okay Check Check Hallo Lemus What can Check 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 Hmm Keine Ahnung Wird mit Milo Fing was Hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert Wir haben angefangen mit WB, habe aber kein Plan von dem Spiel Irgendwelche Tipps für Anfänger, auch vielleicht eine Klasse, die gut für Anfänger ist Äh, Jäger Ich empfehle den Jäger Wenn du auf sowas stehst, auf die Fantasy halt Jo Kim Jo, wo seid ihr? Na, ich Milo hat sich kurz hingelegt und ich fahre jetzt gerade in Richtung Stadt Ah, okay, ich dachte, du bist oben bei Wade, bist du gar nicht mehr? Wie meinst du, oben bei Wade? Bist du oben bei Wade? Bist du ja beim Sheriff? Ja, ach, ich glaube ich noch, hoffe ich, weiß ich nicht Warte mal, wurde der verhaftet vom Sheriff? Äh, ja, ich glaube schon, weil er hat eben, ähm, glaube ich, Piep angerufen oder irgendjemand anders von denen und die meinten, ähm, Wade ist unten in den Knast drin bei, ähm, SD Warte mal, ich fahr mal kurz daheim und frag mal nach Ja, ich bin schon da, aber ich hab ne Cop-Karre, ne Sheriffskarre hab ich geklaut Also du bist jetzt oben Ja, richtig, mit, 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 mit Ja, der wird wahrscheinlich wieder Kopfschmerzen haben Ja, dann pass auf, wir fahren Pedile rum, ne? Ja, deswegen wollte ich ein paar Leute anhalten, aber ich finde hier niemanden Ja, gerade hier, äh, 9 KD ist gerade richtig schlimm Ich geh in den Mittagern Dann fahr ich vorbei und lach sie aus Dafür brennt hier oben die Luft Ja, aber wo stehst du denn mit der Karre? Ähm, oben bei SD, bei, ähm, Palito Bay Warte mal, du stehst mit der SD-Karre, vor dem SD? Ja, ich komm wieder hoch Ich glaub nicht, dass wir hier oben sind, wir stehen da im Kreis Mittlerweile geht's wieder Oh, dann ruhig mal, wait eben an und frag mal, wo der ist Ja, wunderbar, ich, ich ruf ihn kurz an Ja, ich fahr mal zurück zu der Stadt Ich glaub, hier ruf ist er nicht mehr Okay, dann muss gleich Alles klar Ja, bitte? Du Kerl, der geht auf 5,5 Strane Oh, ja, da kann ich auch nichts machen, wenn ich oben in der Kopfkarre stehe Aber du bist doch mit, mit People unterwegs, oder nicht? Nee, nee, die sind alle jetzt über, unten bei sich wieder, ähm, in seiner Hood Warte mal, du fährst gerade allein rum? Ja Ach, mit Anton zusammen Ach so Na dann versteckt die Karre doch Ja, aber ich wollte ein bisschen Spaß haben mit der Karre Mit der Kopfkarre war ich noch nie drin Mit Serena anschmeißen, Leute so anhalten Fand ich irgendwie so spontan ganz witzig So einen auf Kopf zu machen, bis der Sprit leer ist Oder bis ich verhaftet werde, eins vor beiden Deswegen dachte ich, das wäre, kann man so machen, aber Irgendwie auf dem Highway finde ich alle niemand Ähm, ich wollte mal ein bisschen durch die Communities fahren Gucken, jetzt in der Stadt, was abgeht Ja, ich komme auch in der Stadt Vielleicht treffe ich dich und halte dich an Du bist mit einem weißen Motto? Ja, oder? Nee, mit einem roten Buffalo Aber ich habe selber Twitterlichter Okay, wenn ich dich finde, dann halte ich dich an Okay Alles klar Jo, bis gleich Was? Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll Haben die nicht so GPS an den Karren? Dass die die quasi sehen können, Alter Lassen die den einfach mit einer SD-Karren jetzt da rumgucken? Haben die nicht, ne? Das kann natürlich auch sein, hat die noch keiner vermisst Ja, ich habe so Hunger, ne? Auf dem Weg zum, äh, Baker Ist doch, warte, warte, ich sitze am Computer Mach ich nachher Ah, okay, wo bist du? Soll ich dich abholen? Ja, ich bin wieder am Pitti Soll ich dich abholen? Wir sind beim Galaxy Ja, der braucht auch dich Ja, dann komm Der soll zum Der soll zum Welt getrieben Was hat Zum Fisch-Restaurant Was für ein Fisch-Restaurant? Sag einfach dem Swinger-Club, wo wir uns mal getroffen hatten Ja, wir weiß wo Wir kommen da hin Bis gleich Ich bin jetzt am Stockpark Was ein Chaos heute, ne? Ehrlich, Alter Absolutes Chaos Komplettes Chaos Einfach nur Hier wurde übergeben Ringles Flex wurde vom Kratz geleakt Man kann zusammenfassend sagen, das war wundervoll Ey Das Giveaway hat vorhin richtig Spaß gemacht Weil das einige Leute getroffen haben, die sich super darüber gefreut haben Von daher, alles richtig gemacht Alles richtig Das Placement hat auch niemanden geschadet Das ist auch gut Es gibt sogar viele Leute, die Spaß daran hatten, das mal zu sehen Alles perfekt So, jetzt lass mal den Tag nur ausklinken Was haben wir heute? Freitag, ne? Freitag, ja, Alter Ich bin nicht fertig Und neues Katzenbild ist hochgelangen Genau Wir haben heute nicht stundersdach zu labern Lügner Ähm, ich zock bestimmt noch WoW so ein bisschen Um mir mal Maxill anzugucken Ob ich das im Stream mache, weiß ich nicht Vielleicht irgendwie mal dazwischen Schienen, wenn es langweilig ist oder so Aber momentan können wir es ja überhaupt gar nicht beschweren Ja, das ist Petri Ja, ich bin Pit Ich geb dem immer ein bisschen Geld hier Dem Ja, ich steu nur bitte Ich heiße Curtis Ah, Curtis Ja, Curtis Hier Danke Danke Ich hab Leute nur sieben Dollar dabei Wer ist von euch verletzt? Ich Ich hab mit John Luke ein Taser-Tag gemacht Ich hab 2-1 gewonnen Musst du dich einregen oder eincremen? Dann hat er mal Dann hat er mich geboxt, halt Warte mal Dürfst du über Taser-Tag spielen? Nein War in der Gasse Steig dem Money an War geheim Nein, hör mal auf Scheiße, er wählt die Nummer wirklich Auflegen Curtis, auflegen Das machst du nur Scheiße Nein, nicht die Taschenlampe Oh, Scheiße So Jetzt gehst du erstmal stünft Ja, wait Mensch, ich bin Scheiße Bist du im Gefängnis? Ich bin jetzt ja gerade freigelassen worden Gleich Ich hab hier gerade einen bewusstlosen Patienten Ich rufe dich sofort zurück Ja Lassen wir Lassen wir ins Licht gehen Nein Ist gut Ja, aber der Warne Ist gleich Ist gleich Ah, Mist Ja, und sie ist gerade ein wenig Ich habe hier auf die Fresse gekommen Wir waren verwirrt Da liegt die Langhose Willst du das nicht grundsätzlich? Riech Socke, Riech Socke Ein Schnüffel dran Scheiße Was ist das schon im Sommer? Komm, ich hab die nur auf die Schulter gehauen Ah Meine Schulter Ein, zwei So Er soll doch ein sein Beutlin Au Nein Klau nicht meine Sprüche, du Peiner Wieso? Ich bin dein Sohn Ich bin doch Du bist wie ein Vater für mich Ja, du kommst aus meinem Schmutz Ohne mich wärst du nix Das stimmt Was ist jetzt mit dem Blondinenlein? Du brauchst auch ne Behandlung Danke, Gerdes, für deine Hilfe Ich hab noch was für dich Was dann? Kriegst du morgen Oder später Oder am Sonntag So wie wir schaffen Was dann? Da reiche ich aber ein geiles für dich Als ich dir gut mache Das muss aber ein richtig schicker Schlitten sein Nee, es ist nur Drecksmöhre Wie findest du's denn, dass wir jetzt auch im PD arbeiten? Ganz ehrlich? Richtig gut Eigentlich find ich's saugeil Weil Im Wege Das ist so weit Deswegen Da fährt fast nie einer hin Das hat einfach keiner auf dem Schirm Ja, deshalb halt dem Mann hier gesagt Wir sollen herkommen Naja, ich hab auch echt viel Werbung für euch gemacht Das hat er auch gesagt Das stimmt Hat er gesagt? Jede Besprechung hat Pinselus, glaube ich, angesprochen Ich hab doch gesagt Ich geb mein Bestes Ich hab das ewig Hat er irgendwann gefragt Sag mal, werden sie bescheid vom Biker? Für die ganze Werbung? Hab ich gesagt Nee, nur von Amayon Mann Amayon? Kannst du dir vorstellen Dass ich schon angerufen werde Das ist privat da Die Leute wollen Ja Mein Gott, nee Kann ich mir vorstellen Ja Ich hab vorhin ja auch angerufen Gut, am besten die Nummer wechseln Ich glaub, da ist grad eine fette Schießerei in das Außenseite Oh, das kann sein Ja Sollen wir anfahren? Ich kann euch ja jetzt hinterher fahren Theoretisch ist das, glaube ich, gar nicht mal so dumm Ich kann sofort helfen Vor dem Stall Und ich hab sogar die Genehmigung Ich hab den Chief gefragt Ob ich mit dir auf Schreife darf Dann hab ich direkt einen Specker-Sanitäter mit auf dem Board Aber das darf ich, ne? Wir sind ja erstmal nur eingeteilt fürs PD Aber ich bin gerade auf freier Streife Ich könnte euch einfach in der Erfahren Ja Oh, dann machen wir dann so Hallo Curtis, kann ich Vitamine haben? Vitamine? Kannst du ihm noch deinen Taschenlamm direkt zeigen? Dreck es ein Dreck es ein Dreck es zu Ende Okay Das hat geknackst Ja, ich bin Schamane Das ist ne Schießereien zu Hause, Les Let's go, Männer Ja, hab ich auch schon gehört Ja, abhin Ähm Ja, nee, wir müssen die Streife tauschen Warum? Wer sagt das? Und du willst ja mal mit mir fahren Ach, jetzt mach doch nicht diesen Curtis, ich hab Hast du Zeit für vier Augen? Ganz kurz? Hast du Geheimnisse für deine Arbeitskollegen? Äh, ja Okay Warte mal, ich schweige Ich sage dir alles Ich erzähl dir immer alles Ich erzähl dir immer alles Wie? Geht es um Pit? Nee, geht es aber kurz zu dem Ich sag dir nachher, worum es geht Okay Was dann? Hast du irgendwas zu Lonnie rausgefunden? Mhm Nur die vorherigen Gerüchte Aber da hattest du mir ja gesagt Wofür findest du, dass das nicht zusammenhangend ist? Ähm Warum wurdest du noch privat damit beauftragt? Wie bitte? Ich sag, wurdest du noch privat damit beauftragt? Oder warum geht dir das sonst her? Nee, nee, nee Mir wurde da einfach zugetragen Dass sich da Unmut im Norden tut Und das schon kurz davor ist, dass da Naja Dass da selber was erledigt wird, ne? Ein wilder Mob mit Fackeln Ja, ja, das ist klar Das ist der Norden Was hast denn du gedacht? Nee, das kann ich auch verstehen Das Problem ist natürlich, dass die D.O.A. im Norden nichts geschissen bekommt Und ich deswegen jetzt doch wieder da rein muss Weißt du, was mir vorhin passiert ist? Was denn? Ich ging vom Sheriff-Department, wo wurde mir ein Wasserwerfer abgeschossen Wie bitte? Ja Von einem Typen mit dem Dings, aber aus der Seele nur Irgendein Staatsanwalt wollte auch deinen Namen wissen heute Er hat gesagt, sehr interessant, sehr interessant Warum das denn? War das der Typ mit der Brille? Ja, ja, voll Idiot Ja, ich wollte nur wissen Wenn du da irgendwas weißt, sag mir da Bescheid Ich lasse das D.O.A. im Norden machen Aber die verkacken da Und ich will jetzt nicht, dass der Justman da gelünscht wird Weil laut den Sheriff selber Kannte das gar nicht sein Hat Alibis, etc. Und ich bin da überhaupt nicht dran in dem Fall Es kann natürlich sein, dass es gewisse Leute sind Und da muss ich echt sagen Da muss man erstens aufpassen Und zweitens wirst du den nie Nie finden Naja, es gibt ja Die Stadt schläft nicht Nee, nee, ich weiß In der Stadt ist immer was los Und ich weiß auch, dass sehr viele Leute im Zusammenhang mit diesem ganzen MJ Flint-Fall gestorben sind auch Und dass sich so viel hat aufklären lassen Aber dass das jetzt mit Lonnie, das stinkt mir auch persönlich, bin ich ehrlich Konnte ihn gut leiden Aber ja, das reißt natürlich wieder alte Wunden auf Und ja, ich wollte das so, weil ich hab genug hier in der Stadt zu tun Ich will mich nicht um Lonnie kümmern Du musst dich mal mit Roll-Code schließen, der bekommt auch super viel mit Ja, dann rede ich nochmal mit Roll Vielleicht kann man da Ich höre von allen das gleiche Ich höre von allen hier, Justman hier, Justman da Das muss Justman gewesen sein Wer zum Teufel Justman? Justman ist hier der Ex-Freund von MJ Flint Der sie angeblich auch im Gefängnis bedroht hat Der auch irgendwie so eine psychopathische Ader hat Ach, der Typ, der das Säurefass haben wollte? Ja, der anscheinend Kann sein, ja Der mit den langen, geflochtenen Haaren nach hinten Keine Ahnung Ich weiß nur, dass wir mal vom State Prison standen Und da war ein Typ, dem hab ich das doch angeboten Der wollte sofort meine Nummer Ach, keine Ahnung Stimmt, das war von MJ der Freund Ja, also das passt irgendwie alles nicht zusammen Aber was hat der für ein Motiv? Ja, die haben sich einfach gegenseitig gehasst, nicht wahr? Das war so eine toxische Beziehung Die haben sich geliebt und gehasst zugleich anscheinend, wie alle sagen Und wo ist der abgeblieben? Ja, der ist immer noch im Chefdepartment Ach, der arbeitet im Chef Warte mal Der arbeitet, ja, deswegen kann der auch Der wollte einen Säurefass haben? Ja, und der konnte ja auch ins Prison rein, zum Beispiel Und es wurde ja die ganze Zeit gesagt, dass MJ im Prison Druck gemacht wird Dass sie einfach alles zugeben soll Ja, das Problem ist, ne Wenn du natürlich mit den Leuten im Norden zusammenarbeiten musst Und die alle sagen, der kann das nicht gewesen sein Dann geben die mir auch keine Informationen zu dem oder sonst was Wird dann abgeblockt Der Norden hält zusammen, sagt man doch so schön Ich halte das auch zusammen Dann muss ich das wohl mal anschlossen Bringt ja nichts Ich glaube, das wird sehr schwer Das wird sehr schwer Und ich habe gerade genug andere Fälle, Mordfälle Ich habe da keinen Nerv drauf Ich will hier das, das will ich Ja, was ist denn mit diesem Massaker in der Villa? Ja, das ist alles aufgeklärt Ach ja, stimmt, das ist nur das Protokoll, ne? Mhm, das ist eben, die haben da wohl hier auch um sich um den Gefängnisausbruch Und viele andere kleine Sachen im Hintergrund gekümmert Aber deswegen ist es, ja, war es halt blöd, dass da jetzt wieder was gekommen ist Eigentlich dachte ich, dass das alles dicht Aber anscheinend ist es eben nicht so Ich weiß, dass Lonnie eben überall Stress gemacht hat Sich überall eingekauft hat, um da irgendwie MJ noch helfen zu können Verzweifelt Oder sie zu finden Weißt du, was ich Meine Vermutung ist das, was ich letztes Mal schon gesagt habe Stell dir mal vor Dieser Freund von MJ plus der Boulder Haben andere Leute dafür bezahlen, dass die MJ aus dem State Prison holen Mhm Vielleicht wurde das irgendwie nicht bezahlt von diesem Flint-Typen Und dann hat er ein Ultimatum bekommen, ne? Als Strafe, weil du nicht zahlst Bringst du wenigst einen Zeugen nur rum Und er hat dann Lonnie abgeknallt Ist selbst im Sheriff-Department Bekommt also mit, wenn er mit wird irgendwie Alles safe Das muss ich mir vorstellen Ja, der, der, mit Roy, der wollte heute auch mit mir reden Dann muss ich mir Roy nochmal schnappen Und dann gebe ich das mal weiter Nein, der gibt nicht mehr in den Zellen, nee Der hat ein bisschen Midlife-Quest Eieieiei, Penner da sind schon wieder durch Ja Nee Das ist sein Lifestyle Ja, das hat auch eine gute Funktioniert Der wollte heute bei der Polizei anfangen Hat leider nicht geklappt Echt? Wie ich das richtig gehört habe Ja, zu viele Akten Aber verjährt das nicht? Das hat er von dir Äh, nee, es verjährt, wenn es sich angezeigt wird Aber wenn es einmal vorgericht ist Und so verjährt es nicht Wie war denn mal der Münch? Ah, nee, ich war noch nie vorgericht Nee, auch wenn du verurteilt bist Verjährt es halt nicht, ne? Ich musste nur Es gibt zwei Reads im PD, ne? Ja Es gibt drei Reads, gab es Einer wurde gekündigt Einer ist noch da Und er zwei sind noch da Raven und ein anderer Read Einer ist männlich, einer weiblich Ich weiß noch vor ein paar Monaten Wo wir für Wildcats Sachen gedreht haben Von PD Dass der Mericht auf den Sack gegangen ist Und wegen dem wurde ich schon mal angezeigt Babenbeleidigung Ja, ich glaube, das ist der, der weg ist Ganz am Anfang Die anderen waren noch nicht im PD Das war der Idioten, der dann irgendwann gegangen ist Da standen hundert Leute Und der hat nur mich vorgequatscht Die ganze Zeit Bäh Richtiger Fanboy Ekelhaft Richtiger Scheiß-Fanboy Also wirklich Richtiger Fanboy So wie ich bei Pinsel Ekelhaft Habt ihr mitbekommen, der Piep? Da müsst ihr ein neues Aktenbild machen Der hat jetzt nämlich ein Kind Ja, ja Wirklich? Wir haben dem Wurt Knorpel und alles aus dem Arsch rausgepullt Der ist halt an Arschbasse Plastische Chirurgie Wir haben dem Kinn gebastelt Was schafft denn Dr. Chuck noch alles? Kinds und Ärsche zaubern Hast du mal den Arsch von meiner Frau gesehen, Mann? Das ist wirklich gar nicht Ich wollte das nicht sagen, als sie dabei waren Das ist ja gigantisch Ich hab nicht hingeschaut Das solltest du mal tun Das ganze Pedi hat hingeschaut Ich hab auch hingegaut Die Frage ist, wie kannst du da vorbeigucken? Die Tür ist voll, wenn die durch eine Tür geht Niki Minaj ist ein Scheiß gegen Mila Das ist ja auch Mila Minaj Mila Minaj Mila Minaj ist das Hallo Wix, da machst du schon mal meinen Frau los Nein Guck mal was in der Sauszeit los Das ist ein bisschen die Toten zusammenkehren Ich glaub das schon Kann ich schon mal nicht sehen Ja, fahrt vor, ich fahr euch nach Mal gucken, ob da was abgeht Also ich sag, ich mach's immer gern Ich warte mal, bis die Arbeit vorbei ist Und dann fahr ich einfach dahin Und mach dumme Kommentare Haben die gesehen, weil dem Borla Dass die Zelte auf die Straße stehen Damit die Leute nicht mehr durchfahren Das ist verkehrsberuhigt Das finde ich gar nicht so schlecht Ich fahr immer genau durch die Zelte durch Macht mir auch ein bisschen Spaß Die Schlalom Das ist ein bisschen so Ich finde das lustig Aber ich mag die, die sind ganz okay Ja, die sind ganz okay Die Grove ist auch okay Ja Eigentlich sind sie auch okay Was ist eigentlich aus den Aus den komischen gewonnen Diese blau getragen Weißt du, was finden sie ganz früher Verschwunden Wo die zu wollen kamen Oben nach Grape Seat Ja Also die wohnen auf jeden Fall Nicht mehr in Wispucci Die sind, keine Ahnung Ganz früher, als da noch ein Grape Seat war Ich könnte mir vorstellen Also Ja, ne, keine Ahnung Na, da muss ich auch mal überraschen lassen Dann lassen wir die Southside fahren Gucken, was da so abgeht Da sprich nach Oh, ja Stellt euch vor, wir werden im gleichen Funk Das wär krass Ich seh Mila im PD-Punk 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 Was holen wir da raus? Na, hab der Schrotflinten? Ich hab mir Vitamine rausgeholt Ja Du, Jean-Luc, zeig mal, was du im Auto-Ding hast Die Was denn? Die wurden abgegeben Wir haben keine MPs mehr im Stammer Was? Gott sei Dank Ja Da hat die irgendjemand rumgeballert Der ist immer mit der Na, so Pi Sowas verkauft der Eber Aber dann hat der eine den abgeknallten Täter Auf geht's, Southside MD und PD einfach zusammenarbeiten Ich fühl mich wie halber Kopf Nur, dass ich nicht schießen darf Und wie schnell sind die bitte, Alter Hallo, Abend ist noch nicht rum Was? Ist das so Speed-Unit oder? Boah Die Karre sieht doch geil aus Aber ich liebe diesen Mann in der Rework-Karren Entschuldigung in der Ferne, ja, das ist gut Ja, aber die müssen auch 220 fahren Die sollen ja auch eine Chance haben Gegen Sultan und so ein Shit Weiß nicht, ob Hinsinger fährt Ja, morgen müsste der Mr. Regan wiederkommen Alter, ich hoffe, dass da irgendetwas sich hergibt Ich glaube, warum qualmen die denn so Ja, vom dritten habe ich den Namen schon wieder vergessen Ja, wie war das so Ich dachte, hoffe, ich bin es nicht Ja, da war es, glaube ich Ja, da war es Ich sehe, dass ich den Namen für den Namen Ich bin es noch nicht Ich habe es nicht Ich habe es nicht Ich habe es nicht Meinst du das, Mila? Scheiße, man, was? Ach, Sozial, man. Braucht ihr jemanden medizinische Hilfe? Was? Nein, man. Das Kompetenzteam, Combat Medics ist vor Ort. Die Combat Medics sind da. Was macht denn da oben ein Auto? Ja, das wollte ich, wenn sie die gewalte Kompetenz gerade sind, wie kriege ich mein Auto da runter? Na, wenn wir einen Abschlecker anrufen. Oh, scheiße, man, wirf keine scheiß Facken auf den Wagen. Der ist arschteuer. Ich kann Helikopter rufen, Sekunde. Aufs Dach komm ich selber, Mann. Das hab ich von den Dachdeckern gelernt. Wie ist denn das da oben hinkommen? Ja, muss ich den Typen fragen, der den Zweitschlüssel hat, Mann. So, keine Sorgen, Mediziner sind vor Ort. Die können machen, was sie wollen hier. Spezialteam ist unterwegs. Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Fox. Da kommt gleich ein Helikopter. Krank. Äh, finden sie... Doch, finden sie vielleicht schon gut. Und, aber... Oh, wie meine Haare reden in den Wind. Ach, du Scheiße. Keiner sieht, dass ich stinke. Boah, guck mal, wie er es an der Gralle hat. Boah. Krasse Scheiße. Alles gut bei Ihnen? Hier fürs Ausnehmen. Oh, blende mich nicht mit einem Lichtsuchscheinwerfern. Oh, ragende Combat-Medic-Arbeit. Ist er weg? Ja. Boah, ich krasse Scheiße. Lass mal Leichenssuchen gehen, hier geht ja gar nichts. Das ist ja voll langweilig. War hier keine Schießerei? Kannst du nicht bei Leuten abknallen, damit wir Arbeit haben? Äh, Combat-Medics. Ihr Combat-Medics. Kauf dir mal deine Socken, Pannung mal ein kleiner. Super. So wie ich. Jo, ciao. Was, ich soll den abknallen? Klar. Äh, wen? Du ziehst jetzt nicht echt deine... Hast du einen Waffenschein? Ja. Ehrlich? Ja. Du darfst die Waffe trotzdem nicht öffentlich zeigen, ne? Das ist ja klar. Nee, er darf auch nicht. Das ist eine Straftat. Außer wenn du dich bedroht. Das ist sein Grundstück hier, oder? Nee, Moment, du bist in die Ecke. Watch your back, you fucker. You fucker. Yo, watch your back. Hammer, Schlunge, Feuer. Gib dem, motherfucker. Den Pitti schweig, die Drecksau. Den Drecksau-Gisch-Wiggen. Oh, Motor abgesoffen. Ich sehe schon die nächste Beschwerde. Oh, das Weg, er fährt mit der Polizei auf Streife. Die dürfen das nicht. So recht. Warum ich fahre den 9 Uhr hinterher? Kann doch sein, dass irgendwas passiert. Ich bin auf freier Streife gerade. Fahren Sie doch langsam. Krank. Suche die Arbeit. Wir sind da. Bist du alles in Ordnung? Braucht jemand medizinische Hilfe? Ja, ich brauche eine Darmspiegelung. Schnell, Mann. Aber nicht hier, da kommen sie ins Baker. Ja, nimm mich mit. Das kann ich nicht. Sie sind verhaftet, oder? Ja, jetzt verhaftet sie. Nein, die tun nur so, die tun nur so. Verdammte Scheiße, Officer. Ich habe sie verloren. Anrufe. Und wieder Wait vergessen. Ich glaube nicht, dass ich einen Schöpfchen machen, hm? Ich glaube nicht, dass ich einen Schöpfchen machen muss. Musst? Ja, weil sie denken, dass ich einen Schöpfchen mache. Sich aus wie ein Krimineller. Ehrliche Frage? Nein, auf gar keinen Fall. Niemals. Ich habe die Karre wirklich nicht geklaut. Nö. War ja gerade eben auch ein PD. Also wir wissen ja, wer sie sind. Okay. 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 Gut. Officer Penzel. Ich mache gerade nur einen Job. Wie, du machst den Job? Gegenüber von der Wallstraße. Mit zwei Kollegen von dir. Wir überfallen die Scheiße jetzt. Wir verdienen so wenig. Fahr mal zur Wallstraße. Ach so. Wir kommen sehr auf den Weg. Ja, guck. Das ist ein Raser. Holt euch den Jungs. Das ist ein Raser. Sonst fahr gerade aus. Holt euch den Raser für uns. Also ist das doch Speed Unit oder was? Wo fahr die denn hin, Junge? Ich wollte schon sagen. Ich sollte das vielleicht nicht machen. Das gibt vielleicht doch zu viel Ärger, wenn ich hier durch die Dinger heize, Alter. Der Junge, der treibt richtig Ärger, Alter. Keine Schande über Dr. Chaco und das Baker bringen. Ich glaube, ich sollte nicht so hinterher fahren. Ich hatte zwei Sitzer, kannte ich, konnte Fahrzeugtyp auf die Entfernung nicht erkennen. Das war ein Omnis, Mann. Omnis? Fahrzeug war ein weißer Omnis. Weiß? Ist das ein Pink? Das war ein weißes Fahrzeug, Omnis. Aber weiß. Was für weiß? Ey, Pilz, was sagen Sie mir da für Informationen? Das habe ich mich glücklich gemacht im Fall. Das war ein weißes, Mann. Seid ihr blind? Hauptsagen Sie aus, ließen Sie Ihren Gürtel, Gottverdammt. Junge, ganz ehrlich. Wie pinselt ich dachte, du wärst der Mechempel, die, Mann. Die lässt sich ja nur rumkommendieren. Schon du, der heult, der heult. Weißt du, die mal schluchzen hören? Nee, aber schlucken. Und wenn der einmal anfängt, wirklich, der sabbert komplett das Kinn runter. Bei uns am Vierer-Date. Oh, scheiße. Ah, jetzt habe ich jeglichen... Na, wir haben uns heute eine Capris angeteilt, Mann. Was habt ihr mir schon wieder in eurem Mind? Schweinerei. Das ist Flyme-Hi. You know how I feel. Die parken die einfach, Mann. Die Gefäß-Signal-Fackeln an. Oh, Shop-Raub. Oh, eure Leitbart sind richtig sexy, ne? Shop-Raub, das sind immer Leute. Shop-Raub, abmarsch. Ah, ich muss aufpassen. Ich fahre nicht so schnell. Ach, Junge, so viele Cops auf diesem Server, Alter. Eigentlich ist das ein Paradies für Crime-Love. Wie viel Action, die dadurch haben. Stimmt Nordenstadt. Oder die sind rechts gefahren. Miro-Park. By the way, lag das mit den Fehlern am PD daran, dass da so viele Leute waren. Äh, ja. Du musst Texturqualität auf Normalstellen, Mila. Das ist einfach, der sinkt. Die Fehler verursacht, der sinkt. Waren halt ziemlich viele Leute da. Ich bin falsch. Ja? Binseln, ich kann nicht so schnell durch Straßen brettern. Wie, ist denn die Karre so langsam? Nee, aber ich bekomme super viel Ärger sonst. Weil, ne, weil ich genauso fahre wie ihr. Ach ja. Was heißt denn, ja? Ähm, Miro-Park-Tankstelle. Das kam's gleich. Ja. Keine Schande, weil das BK. Genau, das, ja, das habe ich vorhin gemacht, Mila. Deshalb hat ja auch Kopfschmerzen beim Bus. Wart mal, kam den Sitz da hin. Also. Kein Geisenname? Ähm, nee, da sind drei Leute drin, zwei sind vor der Tür und einer weigert sich rauszukommen, die haben Stress. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich da hin darf. Mach einfach. Ich komm zu, ich komm zu Wampuzautu. Also, Schuss. 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 Jetzt pushen sie, guck. Komm, der Hobbit, der Hobbit. Was ist denn hier los? Achso. Ja, klar. Ähm, okay. Was zum... Ist er der Monty? Hallo? Wer ist denn, Schmitt? Ja, Schmidi. Ja, den an der Kasse habe ich nicht geschlagen, Mann. Alles gut. Okay. Oh, Scheiße, ja. Dann war ich nicht mit dem Typ, der da eben noch drin war, geschlagen hat. Beziehungsweise, vielleicht war er ja auch gar nicht da drin. Die Leitmars sind so zack. Wir sind jetzt nicht hin. Junge, die hat jetzt links auf Kommissbrude. Wir sind so gut, Mann. Ansonsten, andermal. Ich komm irgendwann bestimmt vorbei. Ich muss gucken, wie ich schaffe dann da. Mila hat doch erzählt im Ausfluss, ja, ich nicht. Muss ich nur beantragen, oder was? Scheiße, da ruft man mich zum zweiten Mal an und sagt, ich soll meine Schokofrü... Schokofrüchte endlich abholen. Na, sag dem doch, dass du den 10 einschlägst, wenn ich fresse halt. Willst du, brauchst du 10 Schokofrüchte? Na, klar. Erdbeer Schoki? Ähnlich haben wir laufen lassen. Ähm, ja. Oh, das ist noch ein Schokofrüchte. Da ist ein Einbruch. Bei 605. 604. Na, aber ich bleib doch hier, oder? Ja, der Jean-Luc ist wieder. Was sagt der Verkauf? Wo ist der? Der von drinnen ist er nicht gekommen. Ich weiß nicht, wo der dann herkommt. Weißt halt genau. Eben haben welche da drinnen Scrubs geguckt. Verkäufe hat nur Lärm gefüllt. I'm no Superman. Irgendwann hab ich auch so ein Schutzwester. Irgendwann hab ich sogar mit ins Feuer gefecht. Sagt er es. Ich sag dir, irgendwann, das wollte ich am Anfang werden. Nehmen Sie das Telefon jetzt runter. Battlecorp. Ja. Medik, komm. Wie sagt man? Fällt seine Gene. Komm, Batman. Medik. Warum knüppelt die denn nicht einfach? Stand. Sie klettern sie hier auf den Häusern rum, als wären sie Tanerys Targaryen. Was wäre ihre Festung? Was ist Tanerys Targaryen? Das ist die Drachenlady. Aus dem Softborn. Richtig. Was der Mediziner sagt. Richtig. Darfst du was hinkucken? Doch, darfst du. Nur in der ersten Staffel wird richtig hardcore gehört. Ist ja nicht so, als hab ich es gerade noch gesagt. Das ist vollkommen logisch. Ich mach das auch, denn ich in meiner Freizeit klettere ich auf irgendwelche Autos, um auf irgendwelche Industriebecher zu flimmern. Oh mein Gott. Die kenn ich. Das ist Bettina wild. Ja. Das darf ich nicht behalten. Mila hat meine ganzen Sammlungen weggeschmissen. Das darf ich nicht rauskriegen. Sag einfach immer, es ist bindet. Klar. Ich tu das einfach unter Doris Kopfkissen verstecken. Aradi wird das schon nicht mitkriegen. Aber guck mal, Pinser, da ging es da steht und teilt es halt den Numacken. Ob der ängstlich war, weiß ich doch nicht. Wenn ich das mache, bin ich mein Job los. Nein. Keine Ahnung, unbedingt. Was? Hast du gerade gesagt, wer weiß? Ich nicht. ...kurtsem schön. Ach so, ein Scheiß. Ich guck zu fragen, bitte laut reden. Schreife 6. Fährt jemand den Haushalbbruch an? Passt so. Hallo. Dann wird hier einmal bei jedem eine Personenkontrolle gemacht. Ach, niemand fährt ihn an. Niemand. Das war unsere Chance, Pid. Aber der, 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 der Lugummannen, steht da wieder und saugt am Scheiß Benzin. Eigentlich gerade umgekehrt, hast du Lust? Nee. Haben Sie irgendwas Spitzes dabei, wo ich mich verletzt zu können? Ja, ich hab ein Messer dabei. Aber das ist mein Messer. Ich hab jetzt gerade gar nicht verstanden, was hier abging. Sonst irgendwelche Illegale zum Stassen, Droge, Sportzigarette, Hip-Hop-Zigarette oder wie immer, was das gesagt bei euch. Tetra-Hydro-Cannabinol-Haschrauchstift-Zigarette. Ganz genau. Ja, ne, die hab ich eben schon geraucht. 10-3-4-3, ich war. Ja, und was ist denn das da in der Jaggetasche? Bin soll ich gucken, ob die Leute Hilfe brauchen. Ja, der Schlagling dort, den nehmen wir ihn weg. Jawohl. Handschmuck, klar. Mit Spitzer vorne dran. Ja, klar. Toll, jetzt hab ich nur auf Worm. Vergoldetes Hautblastikding. Scheiße, das war ein Geburtstagsgeschenk. Nee, du nimmst dir das weg. Doch, das lässt sich ja dann im Nachhinein noch klären. Keine Sorge, ich bin Mediziner, ich klau nichts. Perfekt. Ich hab auch meinen Dienstausweis dabei. Ich glaub, das ist auch so. Okay. Doktor, Professor, Mediziner, Doktor. So, dann dreht sie sich mal langsam um und geben sie mir mal, ähm, ihren Personalausweis. Genau. Ja, die Hände dürfen sie runternehmen, ja. Ein Löwe. Er ist frech, Bot. Doktor Chaco. Du bist auch mein Löwe, mein Bär. Ich glaub, fast niemand hat einen Doktor-Titel im Ausweis drinstehen, oder? Oder die schon so eingereist sind vielleicht. Ich glaub, Mila war die erste, die das eintragen lassen hat. Hat eigentlich ne coole Idee. Das macht vielleicht auch. Ja, du hast einen, Mila. Entschuldigung. Möchte ja jetzt nichts sagen, ne? Aber der hat mir jetzt meinen angeblichen Schlagring weggenommen, aber mein Messer nicht. Wo ist der Sinn? Aber ich hab keinen Schlagring. Oh, da mutiert der Gangster wieder zum Anwalt. Naja, ist immer gut. Jetzt frei Schwimmer, dann frei Kletterer, dann frei Anwalt. Aber wenn sie keinen abnehmen, wir können ihn abnehmen. Ich verstehe nix. Das gibt's nur im Tausch. Das gibt's nur im Tausch. Nein. Jetzt geht's zu Manna oder Hanna oder wie der heißt. Nee, der nimmt mir mein Zeug weg. Jetzt wieder zu dem Kollegen. Sonst was? Aber interessant, Mette, beobachtet. Wer ist denn das jetzt hier nochmal? Meine Fräse noch eins. Och Mann. Ich will erst mal einen Schlagring zurück. Ihr nennt es doch so. Wie soll ich's denn sonst nennen? Ein Hand-Assessoir? Nee. Ja, dann nenn ich's jetzt Hand-Assessoir, weil es ist nur ein Hand-Assessoir. Oder zieh den Knüppel, bitte. Aber kein Problem. Ich lag einfach drauf los. Nee. Ich hab letztes Mal der Bild gefunden von Mutz und mir, wenn wir auf dem Berg waren. Ich den Typ kaputt geschlagen hab, Alter. Und der sich ne Kippe gehofft hat. Ja, geht doch. Endlich jemand... Das waren noch Zeiten. Das war schön. Ein Schlagring ist viel schwerer. Okay. Und so läuft das täglich ab mit dem Kopf so. Irgendwelche Leute machen einen Job und dann reden die hier? M. Curtis, Herr Doktor. Herr Doktor Curtis. Jawohl. Kommen Sie bitte, Herr Mason. Ich kann nicht helfen. Der Herr Mason hat sich gerade gefragt, was Sie machen hier, warum Sie hier sind. Ach so, ich bin angefahren, weil ich das gesehen hab und nachher wird jemand verletzt, dann bin ich sofort vorhanden. Ja, ja, das ist schlau. Luke. Ja, klar, Luca. Ja, auf, ist der Luke? Schüsse bei den Ballers, wir fahren da jetzt auch hin. Alles klar, bin unterwegs. Okay, grüße. Ein Einsatz. Da scheint da hier, da scheint denn alles in der Kontrolle zu sein. Denke ich auch. Jetzt fahre ich zu einer aktiven Schießerei. Wo ist Mila? Die ist oben im Baker, die hat es hingelegt. Okay. Sie hatte... Okidoki. Durchfall. Der da hinten auch. Der da hinten auch. Das bestimmt wegen dem neuen Pupo. Das sind Ihnen das öfter, dass Leute eine Tankstelle befallen und dann so dumm quatschen. Wegen dem neuen Pupo. Ja, dankeschön. Dankeschön fürs Donauwollen und so. Ich muss los. Ja, tschüssi, Herr Doktor. Kusch. Kusch, wie die Droge. Tschüssi. Wer hat die denn hier? Wer hat die denn hier? Ich glaube, der wollte mich küssen. Aber habe ich natürlich abgewendet. Bin wirklich verheiratet. Okay. 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 Fahren wir mal nicht straight rein, wenn da eine aktive Schießerei ist. Heiz. Heiz. Elikopter auch schon im Hummel. Kommen wir rückwärts rein, damit ich keinen Korbsschuss kriege, aber sieht ganz fein aus. Ja, eigentlich Kofferraum auf, das reicht, aber wir wollen ja nicht mal hier reinschwitzen. Bist alles unter Kontrolle? Ja, da ist eine verletzte Person angeschossen. Wo? Sein Einsatz! Achtung! Er ist angeschossen. Dem Mann geht's nicht. Ja, der mit der Maske hier. Ist er ansprechbar? Nein. Hallo? Warum liegt der Stroh? Hallo? Wo? Wo wurde der getroffen? Die Schulter. Sieht aus wie die Schulter. Ich muss die Blut umstoppen. Steckschuss. Ach nein? Der hat auf jeden Fall Blut am Hemm. Dann hauen sie ihre Informationen raus. Gibt's sonst noch einen Verletzten? Hast du irgendwas mitgekriegt, Curtis? Nö, ich bin gerade dran gekommen. Hat jemand Curtis gesehen? Ich bin doch hier. Ja, der sitzt hier auf dem Boden und behandelt den Menschen. Gibt's noch andere? Ach, scheiße. In der Garage sind noch fünf andere oder so? Fünf? Ja, ja. Ach, scheiße. Wir haben wieder dieselbe Schulter geschossen. Da fängt der Weg zusammen. Wo tut's weh? Soll ich einen Verbandskasten aus dem Auto holen? Wo tut's weh, Kollege? Hm? Hörtest du irgendeiner von deinen Kollegen noch irgendwie zufällig in der Stadt, die würde zugrufen? Haben wir gerade Streifen in der Stadt? Ja, check, haben wir. Ja, dann einmal bitte 40, Moment. Raketes-Kiosk. Raketes-Kiosk. Raketes-Kiosk am fahren. Check. Oh, tut's weh. Fuck man, oben links, Schulterball. Ja, ja, ja. Ich bin dieselbe Wunde wieder reingeschossen. Ah, okay. Mehrere Personen mit Schusswunden. Ähm, wie machen wir das? Äh, ich würd sagen, damit bitte... Ja, der hat sich garantiert gut getroffen. Ich kümmere mich, ich kümmere mich. Ach. Der ist verlebt. Der ist verlebt. Wenn ihr hier gebraucht, steht Bescheid. Die, die laufen können. Warte, ich muss erst mal eine Lötung stoppen hier. Oh Mann, Scheiße. Nicht, dass der mir noch verreckt. Der soll ins Gefängnis. Äh, stellen Sie sich mal hier vorne einfach erstmal den Zaun. Okay. Halten Sie sich fest. Kommt der MD durch? Der kommt durch, ja. So. Sind die da vorne auch verletzt geballt? Äh, ich glaub nicht. Die stehen da noch ganz cool. Also in dem Fall nicht. Oh, das heißt wieder Akten machen. Hi, ähm, der Herr hier am Zaun, wurde auch geschossen. Ja. Aber hier in der Garage sollen irgendwo Leute sein. Auf jeden Fall unter der Garage sind irgendwie noch fünf Leute. Ja, ein paar Streifen kommen schon. Kommen Sie mal mit. Ah, fuck. Soll ich mit Ihnen gehen? Wollen Sie nicht um? Ja. Okay, Mann. Scheiße, wir müssen nur mal... Jo, deine Schulter ist auch ein bisschen ausgekugelt, ne? Wie ausgekugelt? Da steckt eine Kugelmannschaft. Ja, die Scheißkugel hat deine Schulter ausgekugelt. Ach, Gott. Wie kann das denn passieren? Denken wir haben was ganz Schönes jetzt gleich. Ah, fuck. Okay? Von Blümchen, Bienchen. Ja, genau. Ja. Das macht mich keinen Sinn. So, du hast auf jeden Fall einen Steckschuss. Boah, habe ich Bock, Akten zu schreiben. Ja, guck mal. Das spüre ich selber. Fuck. Aha. Gott. Ja, bist du? Du gehörst nicht zu, zu der Straßengang? Scheiße, mit Kollateralschaden, Mann. Warum hast du ne Maske auf? Oh, leg die Stroh rum, Mann. Nein, das meinte ich nicht. Ach so, ich auch nicht. Du Schwein. Was denn? Träme. Träme, Mann. Träme, Mann. Jetzt mach ich dann beim Druckverband schon. Ja, jetzt uns verbannt. Mann. Er kriegt seinen Arm bestimmt nicht hoch. Kannst du ihm helfen, dass du die Maske einmal atmet? Ja, ja. Ach so, okay. Nur, ich nehm die Maske jetzt gleich ab. Ach, Scheiße. Du Identifikation. Weil am Gesicht hast du nämlich nichts. Da rennt einer. Ich nehm dir die Maske jetzt ab, ne? Ach, Gott. Versuch's doch, Mann. Ich glaub, die ist so angeklebt. So Acrylkleber, Mann. Wenn die angeklebt ist, dann müssen wir damit Säure dann. Ah, nein, bitte nicht, Mann. Ich hab uns das gesehen. Dann nimm sie. Dann helf mir, die abzunehmen. Ja, schick sie mal ein bisschen. Nein? Ich zieh schon da noch. Ah! Schwa. Oh mein Gott, das war herrlich. Ey, was war das denn, Mann? Mann, ich will dich schon nur aufmuntern. Das ist auch nicht für den Schaden. Gut. Oh, das ist eine Spiegel. So, du kannst abtransportiert werden quasi. Heute hab ich ne wilde Streife. Ich weiß jetzt ehrlich nicht. Und, ähm, die Polizei kümmert sich jetzt um dich. Ich weiß auch nicht. Wird der hier schon behandelt? Äh, nein, nein. Was hast du, wurde der angeschossen? Der Mediziner kümmert sich nicht drum. Ich wurde angeschossen, ja. Wo? Äh, Oberschenkel links. Hab die schon wieder gemacht, ja. Was ist der Jimmy? Ist der tot? Wer? Jimmy. Weiß ich nicht. Scheiße. Schönen guten Tag, der Herr. Hallo. Verletzung? Ja. Bro, ich bin schon vor Ort, das ist cool. Hallo? Wer dir gerade fahrt, ne? Wie schaut's aus? Oberschenkel einschossen. Hm. Ja. Sag mal, hast du, kriegst du Schuhe oder so? Hast du nicht den grad fahrenste? Ja? Könnt' ich ja mal ausstehen mit mir mitkommen? Hm. Entschuldigung. Nee. Nehm' den Ding gleich hier. Ja, wohl dem Oberschenkel getroffen hier. Rechter, ne? Ja, ich bleib hier bei vorauschen. Was sagst du? Rechter Oberschenkel. Links. Links. Rechts. Ich hab ne Schwäche. Stopp' die Blutung. Ich mach'n Verwandlung. Howdy. Linker Oberschenkel schoss wohl, ne? Der Typ rechte Steckschuss, ähm, rechte Schulter. Der ist schon verarztet, den mach' ich grad. Okay. Der Typ aus dem Pillbox hat grad gar nix gerafft. Boah. Egal, sie, die haben gesagt, wir sollen mal schauen, dass Lila, weil die... Meine... Jaja, du musst du dran. Jaja. So, meine Stimme war grad weg, Entschuldigung. Alles gut. Ist der Ansicht, oder? Ist der Ansicht, oder? Desinfiziert, ein verbandes Auto. Super. Ist er ansprechbar? Jaja, klar. Der ist nicht bewusst. Okay, okay. Ja, ja. Gut. Dann ist der soweit. Erstmal, dann... Alles gut. Brauchst du Schmerztabletten? Ja, das wär' nice, ja. Warte. Wir haben auch Mofin bei mir, ne? Hast du keine Schmerzen, Bro? Ich mein', du wurdest eingeschossen. Ich hab' Schmerzen. Ja, aber... Du redest so, jetzt hätt's dir grad'n Dubi gekifft. Brauchst du Morphin? Brauchst du irgendwas Stärkeres? Ja. Gib her. Ich nehm' alles mit. Warte. Dr. Chicken, haben Sie noch starke Schmerzen dabei? Dr. Chicken, bitte kommen in die Pfunggeräte für Kulis! Das ist denn da hin. Wer ist wohin? Dr. Seed. Dankeschön, dann kommen Sie hier einmal hin. Ich hab' keinen starken Schmerzen dabei. Dann kommen Sie hier einmal hin. Ich weiß nicht, wo der jetzt hingelauft ist. Haben Sie auch einen... Ich hab eh keine Waffe. Du musst dich einen kleinen Moment nullen. Dann, ähm... Oh, boy, oh, boy. Jo, jo. Warst du verletzt? Nein. Wurde ich schon mal an, denn? Nur noch von hinten gleich im Krankenhaus einmal befragen, dann passt das auf die Schulter irgendwas. Noch irgendeiner hat von mich verletzt? Ben, wurdest du schon mal an. Wirst du verletzt? Bill. Kai. Danke dir. Du bist durch? Ja, ich... Aber meiner ist durch, ja. Ja, meiner auch. Was hast du gesagt? Ich hab noch... An der Schulter hab ich was. Wurde jetzt erst mal abgewunden. Ich hab kein Problem, was das... Ja, was? Wirst du angeschossen? Ja. Also hast du eine Schusswunde? Richtig. Die hat dich verratztet? Die mir droht? Nein, nein, gar keine. Noch keine. Erstmal nur... Erstmal so. Okay, Kredis? Wir brauchen... Der Typ da hinten braucht starken Schmerzmöden, damit der AK auf der Stirn. Den nehmen wir mit, oder? Ich hab alle AKs auf der Stirn. Okay, Entschuldigung. Keine Ahnung, wenn du mitnimmst. Ich mein, Pillbox ist ja... Pillbox ist ja quasi mehr als wir gerade, ne? Ja, ja, aber wir sollen hier um lila Farben kümmern. Und die nehmen wir dann mit. Dann hast du mich dem Faden. Der Typ da vorne braucht starken Schmerzmöden. Das ist natürlich... Ähm, ich brauch auch Schmerzmöden. Jetzt brauchen sie wieder alle Schmerzmöden. Dr. Chicken, du kannst die Akten schreiben. Ich sag's dir jetzt nicht. Nein, aber ich brauch auch trotzdem Schmerzmöden. Ich bin weggerannt und bin gegen einen Zaun gerannt. Ich hab ziemliche Kopfschmerzen. Starke. Also nicht leichter. Starke. Starke. Starke ist aus dem Morden. Also eins vor Gehirnerschütterung. Ich bräuchte auch bitte was. Ich darf leider keinen Alkohol zu mir nehmen. Sie müssten mir leider Schmerzmöden geben, Herr Doktor. Chicken, wo willst du die hinbringen? Ins Piddy? Ich hab da Schmerzmöden... Ja. Ich hab da Schmerzmöden mit rein gemischt. Aber ich darf keinen Alkohol... Wissen Sie so, ähm... Wegen Religion und so. Der Weihnachtsmann sagt, im Dezember darf kein Alkohol getrunken werden. Im Dezember? Sonst werde ich gekündigt. Hier ist auch was Gutes drin. Keine Angst. Eine, eine medizinische Zigarette. Wir haben auf jeden Fall drei Stück mit Schusswunden. Idioten, Mann. Billshake kannst du später trinken. Ja, sorry. Wo macht ihr das hier? Nichts mal lassen wir uns gar nicht treffen. Scheiße, ja, weil das dran ist ein Anknall. Guck, du hast mal das aufgebucht. Ich hab das absolut geholfen. Sie nehmen wir jetzt gar noch mit. Ist das noch irgendjemand, der mitgenommen werden muss? Ne, drei Stück haben wir. Ich nicht, nein. Okay, sehr gut. Ja, dann, äh... Regis, kaltest du an den Kowalski? Ja, okay, ne? Du hast zum Erntebeer sein, den Blau, okay? Da passen alle rein, ne? Ja, genau. Na, der hat nix an den Beinen. Er kann so laufen. Okay, perfekt. Äh, Lenden rufst du an, wenn wir dich erfunden sollen, ne? Wo ist der Typ mit der anderen Nacken? Warte, fahrt ihr nach oben, ja, ne? Nein, nein, wir fahren ins PD. Ja, wir haben eine Zweigstelle jetzt da. Ah, okay. Genau, bitte einmal mitkommen. Genau deshalb, danke, ihr seid dumm, dass ihr das hier macht. Ja, was sollen wir machen? Weiß nicht. Irgendwo anders da drin. Wenn wir überrascht werden, dann muss man reagieren. Wir sind die Straße runtergelaufen, auf einmal wurde das Auto sowas von durchlöchert. Was sagst du denn? Wer waren die denn? Äh, ja, die Weißen. Siehst halt. Ja, ja. Ja, wir waren zu zweit in der Hood. Die Jungs waren gerade beim Casino und kamen wieder. Das heißt, wir waren erst zu zweit. Und, äh, ja, dann haben wir ein bisschen aufgehalten und auf einmal kamen die Jungs von hinten. Und dann war ich, dann bin ich aufs Dach gelaufen und ja, dann war Feierabend. Ja. Du bist nicht verletzt, ne? Nee. Warte, ich muss noch kurz zu meinem Chef. Mein Gott, die Jungs. Pinsel, der ATW muss begleitet werden. Dann nehmen wir jetzt drei Dings mit Gangster. Ja, sofort. Ich lasse die Versuche, den rauszuholen. Ich suche schon, Doc. Aber ich sehe irgendwie nur einen. Alter, das ist eigentlich nur zwei. Okay, also drei nehmen wir mit hier. Genau, drei. Ab ins Pidation. Warte mal, gehörst du auch zu denen oder bist du, bist du ein Enemy, Bro? Scheiße, ich bin mal in der Raum immer noch, Mann. Scheiße. Oder Kolateralschaden oder Enemy. Kolateralschaden. Ja, genau. Was bist du, Bro? Bist du hier? Bist du hier am Gangbang oder nicht? Scheiße, ich wurde hier Gangbang. Wie man von beiden Seiten, ich sage es dir falsch. Wenn ihn nicht. Kennt ihr den? Das ist nicht gut, oder? Wenn ihn nicht. Dann werden wir euch jetzt zu dritt in den Merte bestecken. Dann frisst ihr den auf und dann lasst ihr in der Ruhe. Ich lasse ihn in der Ruhe. Der wurde schon aufgefressen, das ist gut. Ja, okay. Ich habe hier mein Kerlbetäubungsmittel dabei. Das wird in jeden reingeschoben. Wenn das Feinde sind, ist er drin. Ja, ja, alles gut, klar. Da sehe ich mich nicht so. Er hat meinte Kolateralschaden, deswegen dann. Okay. Also einfach nur ein Junkie aus der Hurt. Richtig. Ja, ja, ja. Ja, komm, steig mir weiter, Will. Ich war gerade schon drin, ich durfte nicht mehr, Mann. Warum? Das sagt hier der Kollege, Mann. Ach so, okay. Ja, kann sein. Boni schon gesucht und so. Ja, ja. Die zwei haben wir jetzt auch noch, die nehmen wir auch noch mit, ja? Ja, ich steig mir ein Buffalo ein. Das ist ein Pinsel, der sollte uns begleiten. Ich glaube, da ist jetzt das Pillbox oder so. Oder macht ihr das? Wir haben drei Stück von ihm dabei. Halt, stopp. Ich hätte noch ein Messer von einem Kollegen da im Krankenwagen. Ja, ich steig ein. Dann fahren wir in SPD dann. Okay. Ukelu. Ja. Nix. Ja, mach ich auch. Pinsel, bitte ein Schutz oder nicht? Jetzt, das mit dem Abchecken von den Akten, das machen wir am Ende, okay? Wir nehmen alles auf, nehmen das mit. Ja, ist gut, Herr Hobbs. Ich glaube, Ihnen das so? Ja, können Sie mir. Jetzt machen wir einen Begleitschutz. Okay, wir fahren uns Pedina, blaue RTW. Wir haben drei Stück von ihm dabei. Hier in dem Sinne geht es nur um die Akten. Ähm, die Aufnahme von den Außen. Ich liebe diese Leitwasser. Hallo, Demma übrigens und Silent Fox. Danke für die Wissen im 40. Ich schreibe gar keine Akten. Was können die machen? Machen die sonst auch immer. Was machen die gerade da weg, Alter? Was ist das im Kopf? Haben die sich also mit der E-Site? Wie überrascht die waren, ne? Nein, 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 wir fahren direkt in SPD. Ja, selber schuldig, Jungs. Selbst schuldig. Sogar mit Begleitschutz, die Geil. Und auf D-Fix. Oh, hier ist schon 10 nach. Ich geh jetzt aber gleich pennen. Ich hätte nicht gesagt, wie das ist. Ich bin fertig mit einer Bunge. Überfall. Oh. Bei The Wristler in der Stadt. Wahrscheinlich Geiselname. Ja, verhalten euch ruhig, ne? Ganz entspannt, ja? Ja, wir sind weggekommen. Ja, das ist der Stadion, du bist dabei. Was ist? Komm mal nach vorne hier. Aber macht Bock, macht Bock, macht Bock. Macht Bock! Jetzt fahren die echt mit ihren dreckigen Sport. Wie sind die denn? Oh, der ist schick. Ja genau, wir einfach mal entspannen. Einmal entspannen! So kommen sie. Okay. Mach ich mir ein Ohrläppchen. Ja, der eine her, der sich jetzt nicht entspannt hat, ne? Das merkt man. Verstehe nicht, was du meinst. Sie haben uns gelb halt bei. Das ist besser halt mal hier ganz, ne? Atmen. Und einmal vom Boden fallen lassen. Oh mein Gott, nein! So, jetzt rein. Rein hier. Alter, da wird's Glück, Kota. Hat die auf mich geschlossen? Sorry? Ja, warte, können wir uns noch weg? Fahr da weg, dann ist doch klar. Jetzt. Bittendrin. Wir sind weg. Wunderbar. Könntest du weißt, wo der Raum ist? Ich hab schon wieder voll vergessen, wo. Geh doch mal vor. Einfach rechts. Ich hab das überhaupt nicht gemerkt. Ich hab das nicht gemerkt. Oh Gott. Tschüss, Asgard. Einmal nach rechts, nach rechts, rechts, rechts. Hier lang. Der Kusch kennt sich hier aus. Ja, klar. Der Insider. Wie? Wir arbeiten noch jetzt hier. Ich weiß. Der direkt vor uns. Wir alle in zwei Reihen gehen und alle Händchen halten. Also zwei Stück können wir auf einmal. Ja, dann nehmt die, Mann. Nicht alle direkt zusammen? Nee, wir haben zwei Betten nur. Nee, wir haben nur zwei Betten da. Ich warte nicht. Dann hol mal die Matratze und dann Bett raus. Kommt. Ja, okay. Dann hol ich die Matratze. Ja. Die ist ein bisschen durchge... Ach, egal. Kommt rein. Rein mit euch. Ja, ja. So. Rauch auf die Betten. Da, so. Ja, ganz einfach. Ich mach den anderen. Du machst welchen? Okay, okay, okay. Oder wollt ihr das machen? Was ist denn überhaupt eine Kugel? Ich kenne mich gut im Kopf wahrscheinlich. Ja, nein. Einkommen wir, wir gehen ein, wir gehen weiter. Ja, aber ist was grausam. Irgendwann ist hier rüber. Hier liegt der Hundekopf. Das ist... Okay. Fack, Mann, warum behandelt mich jeder wie ein scheiß Hund? Fack. Komm, ist jetzt eine Notlösung. Hast du eine Knarre dabei? Nein, Mann. War schon das Wild... Oh, wir müssen den schnackig machen, ne? Ach Gott, scheiße, Mann. Bitte nicht. Ja, wir müssen. Ich muss in seinen Schultern dran. Ach so. Ja, scheiße, Mann. Die Tattoos wurden heute nachgeschtochen, Mann. Das ist ja richtig scheiße. Also, ich hab noch einen Beinkorken. Können wir da reinstecken vielleicht? Müssen wir erstmal gucken, ob das ein Pickel war oder ein Steckschuss. Das konnte ich vorhin im Dunkeln nicht sehen. Okay. Und auch nicht fühlen. Okay. Hast du Probleme mit Akne oder so? Bist du eine Pubertät? Nein. Nein, scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Was ist denn das hier? Oh Gott. Oh Gott. Was zum Teufel. Da ist das aufgeplatzt. Ich... Du hast überhaupt keinen Steckschuss. Scheiße, was ist es dann? Ich bringe jemand ein Handtuch, das ist ekelhaft. Äh. Scheiße, steck kurz, Christian, Mann. Ich glaube, das kommt vom Tätowieren heute. Dankeschön. Oh Gott, schmeißen wir doch auf da. Oh Gott, das wird... Oh. Ich muss mal kurz... Oh mein Gott. Verrückt dich doch, Mann. Ich hab zwar die Hände desinfiziert, aber noch mal. Der läuft hier mit seiner Läppe rum, sich. Oh mein Gott. Dann hast du schon mal keinen. Wurdest von irgendwas getroffen? Ja, klar, Mann. Neben dir eine Kugel angeschlagen oder so? Ich weiß nicht. In der Mauer oder sowas? Oder so, ich weiß nicht. Oder wurdest von irgendein tropischen Insekt gestochen? Ja. Scheiße, warum denn das denn? Und wie das geplant ist, Mann, das war ein halbes Ü-Ei. Scheiße. Scheiße, war das so groß, Mann? Was war die Überraschung? Nichts zum Spielen. Welches Figürchen, Mann? Welche Polizeifigürchen ist rausgekommen? Scheiße. Der Manni. Manni, das Mammut kam raus. Nice, Mann. Was machst du denn da überhaupt nicht aus der Lässe, Mann? Was? Weißt du nicht, dass da gefährlich ist? Scheiße, Mann. Hab ich doch gemerkt jetzt. Nee, ich wollte da mal bei diesem scheißen Raketen vorbeigucken. Ich hab gehört, das sei verrückt. Ist das neu in der Stadt? Ja, kann man so sagen. Gut. Und du bist nicht am Gangbang oder so ein Shit. Scheiße, ich wurde gegen Gangbang gerade. Ich wurde gerade gegen Gangbang. Nein, ich bin unflägt. Hast du eine Knarre bei gehabt? Vielleicht. Also laberst du scheiße? Nein. Also hast du beschossen wahrscheinlich. Ich muss mich ja verteidigen, Mann. Das ist ein freies Land hier. Hast du einen Waffenschein? Natürlich. Klar. Real Gangs haben einen Waffenschein. Scheiße, Mann. Dann hast du auch kein Recht, dich zu verteidigen. Weil dann ist deine Waffe im Schild egal, Trottel. Ach, scheiße, Mann. Mir ist das egal, ich bin nur Mediziner. Ja, ich weiß. Ich mach dir jetzt ein neues Verpacken da drum. Und creme das gleich mal ein. Scheiße, hat er die alte Wunde getroffen, Mann? Okay, hast du noch ein... Was? Aber die alte Wunde getroffen hat, Mann. Ich wurde vorgestern operiert. Genau an derselben Stelle. Echt? Von wem? Pillbox? Nee. Doch. Ja, doch. Pillbox. Wie lange darfst du jetzt nicht arbeiten? Vier Monate? Wie arbeiten? Scheiße, mit heute wahrscheinlich schon. Keine Ahnung, ich sollte eigentlich morgen da nochmal nachgucken. Sollen wir Schmauchspuren von dir nehmen und zählen dir eine Pläne, ob der geschossen hat? Bitte. Bitte? Scheiße, du bist so ein Arschloch, Alter. Na, wie sieht es für den Kollegen kollaterisch an der Haus? Ja, auf jeden Fall ist irgendwas am Schulter gepasst. Nee, der hat irgendwas abbekommen. Aber es ist kein Schuss. Ich will gar nicht befreien, wie das klang. Also man war die Tätowierin scheiße, oder was? Skytert, oder wie? Der hier kuschelt jetzt noch Schmauchspuren. Ich glaube, das muss angeordnet werden, sowas, ne? Was? Was muss angeordnet werden? Schmauchspuren und sowas? Äh. Forensik? Wenn, dann über unsere Forensik. Der war ja gerade da. Weiß nicht, wo ist der? Dann soll der das machen, weil ich will da nichts mit zu tun haben. Wir haben ja den Mikroskop, wenn wir kurz unterpacken. Das Kit habe ich nicht dabei. Keine Ahnung. Ich kann einen DNA-Test machen, einen Alkohol-Test und so. Ich untersuche es mal, Popel. Ich glaube, du musst sowieso einen DNA-Test machen, Mann. Ich habe keinen Ausweis. Was? Du hast keinen Ausweis dabei? Ich bin im Knast mit ihm. Was, Mann? Nein, die schon wieder im Knast, Mann. Bitte nicht, Mann. Du hast echt keinen Ausweis bei? Nein, da haben die Kollegen hier von dem Policedepartement sich einen Scherz erlaubt und meine Sporttasche dann angezündet. Ich sage dir, bis es ist, wir müssen einen DNA-Test machen, ne? Was? Ich mache einen DNA-Test. Mit einer Nahrzeit? Um herauszufinden, wer du bist. Mein Popel sieht voll, ich bin doch jetzt schon an Akta-Wiedermann. Fuck, ich kann doch meinen Namen sagen. Kriege ich da noch eine Wurmkuh? Soll ich schon mal... Was? Kriege ich da noch eine Wurmkuh eigentlich? Eine Wurmkuh? Scheiße. Was hast du? Von der Nase füllen. Du weißt, was er in dem Körper drin hat. Was da geplatzt ist, war eklavig. Soll ich mal mit dem da anfangen? Oder wir warten, bis die komplett fertig sind mit der Behandlung und die Ärzte uns das okay geben. Dann können wir machen. Genau. Okay. Dann heißt es warten. Alter. Du bist fertig. Eins, zwei, drei, vier. Komm, schnell wieder hoch. Okay. Eins, zwei, drei. Hast du wirklich keinen Ausweis bei? Scheiße, nochmal. Die haben mir meine Sporttasche gestern abgefackelt. Dafür war es auch nicht. Nein, da war alles drin. Scheiße, Mann. Ich habe doch keine zwei Geldbeutel, Mann. Ich habe einen einen Geldbeutel, Führerschein und... Weil die Kopf das anordnen, weil die Stärzen Finger piksen an. Hast du einen Waffenschein dabei? Irgendwas. Ich weiß, als hätte ich einen Waffenschein... Irgendwas, wo dein Name draufsteht. Ja, ich kann euch meinen Namen einfach sagen. Nein, das reicht nicht. Das reicht nicht, wenn... Nein, die müssen mich doch identifizieren können. Ja, du hast eine Ausweispflicht. Ja, den Ordner haben wir jetzt nicht in die Hilfsüberprüfung an. Das war immer schon wieder. Ich hasse das, Mann. Und das tut weh, ne? Wieso tut das weh, Mann? Der hat mir gestern da nur ein Stäbchen in die Fresse geschoben. Jo, weil ich habe andere mitholen. Nein, bitte nicht. Nein, deinen Ausweis jetzt, Mann. Aber kein Scheiß. Junge, scheiße, Mann. Red ich hier in Kauderweitsch oder was? Fuck, Mann. Wer ist noch da von der Forensik? Dann funkt mir den eben an. Ich kann auch einen DNA-Test machen, ne? Kannst du auch? Ja, klar. Scheiße, ich spuck dir ein Röhrchen rein oder so. Scheiße, Mann. Aber ich will keinen Piekser. Ja, oder so. Oder ein Stäbchen im Mund. Oder ein Alplack. Oh mein Gott, hast du nicht gesagt. Entschuldigung. Ich hole dir ein Stäbchen. Ach, jammel, die doch. Ja, ja, die stehen hier rum. Und wenn nicht, hast du in dem Schrank da auch noch einige. Okay. Du wirst doch alles vorhanden sein. Das ist neu hier. Halt schon mal vor. Geh nicht zu nah ans Mikroskop. Da ist mein Popel noch drauf. Oh. Scheiße. Ich habe den gerade untersucht. Jetzt bin ich verwandt mit dir oder was? Das kommt raus. Nicht, dass du morgen hier... War grün und waren Haare drin. Oh Gott. So, mach A. Das ist drauf jetzt, Mann. Lass das im Mund. Ja, ich komme aber dazu. Der ist ein bisschen komisch. Keine Ausweis dabei. Ja, das ist ein Helde, ne? Scheiße, Alter. Aber seine Aussage haben wir ja schon. Ich werde mir gar nicht zweitemal scheiß DNA-Test machen, weil die DOJ-Leute nicht lassen. Warte, warte, warte. Wo ist das Stäbchen? Komm doch mal her. Das habe ich schon rausgezogen. Das musst du merken. Ja, das musst du mir zeigen. Nö, das reicht schon. Ich bin immer drauf, Spockmann. Fuck. So, korrekt. Das passt schon. Gut. Hast du den Namen von dem Typ? Okay, perfekt. Ich auch. Wenn du mir den Namen gibst und kurz sagst, was er gehabt hat, schreibe ich die Akte einmal, ja? Ganz schnell. Ja. Ich mache gerade einen DNA-Test bei dem. Ach du mein... Oh Gott. Weil der hat keinen Ausweis dabei. Da muss der kurz durch die Datenbank gehen. Okay. Aber ja, du kannst ja schon vorschreiben, der wurde von irgendeinem herumfliegenden Tal getroffen. Da ist wohl eine Kugel in die Wand reingeschlagen und dann ein bisschen Stein oder irgendwas. Ein Stück Metall, irgendwie sowas. Der hat nämlich eine kleine offene Wunde und daneben war auch ein riesen Pickel. Den haben wir gerade erst mal platzen lassen. Wo ist die Wunde? Linke Schulter. Linke Schulter. Perfekt. Ja, machen wir ganz schnell. 20 Sekunden Akte. Der wollte gerade noch die Kollegen dann an Alperger hinspüren. Ob ich mich draußen hinhocken kann, Doc? Ich weiß es nicht. Das muss die Polizei klären. Da können wir leider nicht viel machen. Scheiße, Mann. Ist das alles in Ordnung bei Ihnen? Äh, mir geht's dreckig, Mann. Oh. Ja, das glaube ich. Muss hier eine Umarmung? Wird das helfen? Wifen? Wir kriegen jetzt den Namen jetzt gleich. Umarmung? Ja. Ich jag das gerade durch die Darmbang. Wo kommst du her? Voll krass. Ich habe noch nie so einen DM. Ich habe es gesehen. Ja, sie auch. Ja, genau. Okay, hast du was zu schreiben? Genau. Dass du jetzt gleich weiterhast. Und, ist er schwanger? Scheiße, Mann. Ich bin schon mitten drin. Ich sag's nicht. Okay, Ergebnisse sind da. Es handelt sich um die Person Dwayne Dixon. Ja, ich bin dir die Mann. D-W-A-Y-N-E-D-I-X-O-N. D-I-X-O-N. Dixon, wie man es ausspricht. Okay. Wunderbar, danke dir. Kein Problem. Voll cool. Ich speichere das noch kurz ab, Alter. Das erleichtert unsere Arbeit so sehr, ne? Oh, deshalb sind wir hier. Das hat man eine Idee. Voll cool. Dr. Chicken. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir die hinten drin haben. Weil ich das Gefühl habe, dass sie manchmal irgendwie Waffen hin und her schieben. Und nicht, dass die die uns oder so in die Taschen schieben, ne? Ja, dann achtet darauf. Ja, dann meine ich nur, dass man darauf achtet. Bro, den scheiß Snickers können die selber fressen. Das ist Dwayne Dixon. Dwayne. Dwayne Dixon. Ja, den kenn ich. Ja, du musst das in die Hand eintragen, ne? Bei dem. Ja, ja, mach ich, mach ich, mach ich. Okay. Hab ich. Hab ich auch geschrieben. Dwayne Dixon, okay. Dwayne Dixon. Achso, du machst die Notiz und machst es oben dann. Weil unser Computer hier noch nicht funktioniert. Der funktioniert hier noch nicht, oder? Braucht ihr mich jetzt noch? Nö, kannst du wieder weiter. Warum haben die keine Handschellen an? Und für die, wo sonst da hinlaufen? Stimmt, da wurde. Weil ich gehe, dann fahre ich jetzt nach oben schnell und dann lege ich mich in den Bike an. Alles klar. Perfekt, macht das. Bis morgen. Bis morgen. Ich wollte... Ich bin Perry. Ich glaube, einer macht die Tür auf und dann. Ich weiß gar nicht, du bist man... Dixon, Alter. Der N-Ate ist mega cool. Ah, dann pappen wir oben mit Mila. Voll gut, dass wir das hier machen können. Die können die verarzten und die können direkt eingesperrt werden quasi. Urhaft oder so ein Shit. Oh mein, ich muss da auch noch raus. Bitte. 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 Boah. Umguck. Hallo. Dankeschön. Dankeschön. Entschuldigung, Entschuldigung. So, schönen Feierabend, Männer. Knapp noch. Warte mal, werden die jetzt nicht eingesperrt? Nö, nö. Ach stimmt, wir haben ja die kranken Akten jetzt, ne? Und die habt ihr auch welche gemacht. Genau. Ah, okay. Tschönen Abend noch. Boah. Das ist echt nice, ja. Oder das ist richtig sexy, Alter. Wenn wir jetzt da noch ein Computer hätten, wäre das nochmal geiler, plus ein Spind. Fert wäre nochmal. No plus Ultra. Wir können halt echt alles, das ist halt echt eine geniale Idee gewesen, muss man sagen. Du kannst halt direkt alles in einem Abwisch machen, ne? Du kannst die verarzten, Krankenakte anlegen, kleine, und die Cops können, während die verarztet werden, ihre Cops-Akte anlegen, Alter. Und dann kannst du die wieder freilassen. Bis zur Anklage, wenn da eine kommt. Fertig. Kein Rumgefahren mehr, nix. Kein nix mehr, Alter. Die Leute sind direkt vor Ort, die Mediziner. Absolut genial. Habe ich auch noch nie dran gedacht. Dass man das einfach so ein bisschen zusammenlegt. So kleines Medic-Team, fertig. Dein theoretisch kannst du die ganzen Krankenhäuser schließen. Du bräuchtest fünf, sechs aktive Medics nur noch im Server. Ah, ne, 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 ich glaube scheiße. Brauchst schon ein bisschen mehr. Für Zivilisten und so ein Shit natürlich. Aber sagen wir mal so 20 Aktive. 20, 25 Aktive? Die würden alles, alles bedecken, glaube ich. Ja, ja, hab Zivil vergessen. Da habt ihr recht. Aber ist auch schon spät, ne? Einfach alle Spieler in dein Haus stecken. Da kann man sich auch die Maps sparen. Ja, der Ding ist aber... PD muss halt laufen, ne? Server fällt und steht mit dem PD. Das muss eine richtige Maschine sein. Ah ja, der Manni macht das schon. Aber ich hätte ehrlich bei dem PD mit einem Porter gearbeitet. Wie beim Bahamas damals auf Internet. Damit kannst du viel, damit nimmst du viel mehr Leute aus dem Sink raus. Einfach andere Dimensionen, fertig. Dann kannst du da vorbeifahren, Alter. Merkst gar nichts davon, wie viele Leute quasi in den Links drin sind. Scheiß auf offene Tür, Alter. Bin absoluter Fan davon seit damals. Scheiß auf offene Tür. Führe zu, Porter dahin, andere Dimensionen, fertig. Dann hast du da deine 30, 40 Leute in einer Dimension, ohne Probleme von außerhalb. Stopp. Ist halt nicht so schön für die Immersion, aber ist für die Performance besser. Naja, du musst halt ja vor der Schiebetür machen. Ja, du könntest da drei Tüge auch hinten machen, klar. Bei dieser Glastür oder so. Ich glaube, man reinlaufen konnte und wenigstens noch da anfangen könnte. und danach kommt der Porter. Das könnte man auch machen, ja. Ach, du musst nicht mal so... Ja, okay, ich hab doch keine Ahnung mehr von... Ich verstehe das so grob. Ich weiß nur, wie, wie, wie sehr das damals geholfen hat auf Internet, halt mit Bahamas und so. Alles, was mit Party und so zu tun hatte. Da hattest du dann 120 Leute in Bahamas drin und draußen auch nochmal... Keine Ahnung, Alter, 80 oder so. Du hast halt nicht einmal gespürt. So, ich penne im Aufzug. Fett. Freude, Schluss. Gute Nacht! So. So, 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 so. Ja, Mann, weil Haus full war. Einfach full, ja, oder? Das stimmt. Nix weiter, Levin, jetzt Essen, machen Bett, Alter. Sagen wir um halb eins. Ich bin momentan richtige Maschine. Sagen wir das? Wie, Faleppi. Hallo? Spinnen sie? So, ihr wunderschönen Menschen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Seid nett, wo immerhin ihr auch gleich hingehen werdet. Schlaft gut, lasst euch nicht anquatschen. Danke für den Support. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ich glaube, wir hatten Spaß. Ähm, gute Nacht. Danke für den Support. Danke für alles. Ich grüße euch Herzen und bis nachher. Bye-bye. Toodalü. Toodalü. Bruder, Toku, vielen lieben Dank noch für die 10 gifte Zaps zum Schluss, Alter. Dankeschön. Kuss, kuss, kuss. Gute Nacht. Danke, danke, danke. Kuss, kuss. Kuss, 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 kuss. Kuss, 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 kuss